Sie hören Fast geschenkt von Sophie Kinsella. Gelesen von Maria Koschny. Okay, keine Panik. Keine Panik. Das ist alles nur eine Frage der Organisation, des Ruhebewahrens und Entscheidens, was genau ich mitnehmen muss. Und dann alles fein säuberlich in den Koffer packen. Ich meine, das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich trete einen Schritt zurück von dem Chaos. Wo ich auch hinsehe, überall in meinem Zimmer sind riesengroße, chaotische Haufen Zeug. Schuhe, Stiefel, T-Shirts, Zeitschriften. Ein Geschenkkopf vom Bodyshop, der im Angebot war. Ein italienisches Schnellkurs mit Kassette, den ich jetzt endlich anfangen muss. So ein Gesicht-Sauna-Dings. Hi, Becks! Meine Mitbewohnerin Sus schlendert in mein Zimmer. Und? Kommst du weiter mit Packen? Ich versuche mich gerade zu entscheiden, welchen Koffer ich nehmen soll. Wie wär's mit dem kleinen cremefarbenen? Oder mit der roten Reisetasche? Ich dachte eigentlich eher an diesen, sage ich und zerre meinen neuen giftgrünen Hartschalenkoffer unter dem Bett hervor. Den hab ich letztes Wochenende gekauft. Er ist ein Traum. Wow, Sus Augen weiten sich. Also, wie viele Koffer hast du jetzt insgesamt? Ach, weißt du, sage ich mit einem Achselzucken. So viele man eben braucht. Ich glaube, ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Koffer gekauft. Aber die Sache ist die, dass ich Ewigkeiten gar keinen Koffer hatte. Und dann hatte ich vor ein paar Monaten mitten in Harrods eine Offenbarung. So ähnlich wie Paulus auf dem Weg nach Mendeley. Okay. Koffer. Na ja, und seitdem hab ich so einiges nachgeholt. Ich wollte mir gerade eine Tasse Tee machen, sagt Sus. Möchtest du auch eine? Oh ja, danke. Und ein KitKat? Vor kurzem hatten wir einen Freund von Sus zu Besuch. Und als er wieder abzischte, hat er uns diese Riesenkiste mit hundert KitKats dagelassen. Ich finde das wirklich ein prima Dankeschön. Aber natürlich hat es zur Folge, dass wir den ganzen Tag nur KitKats essen. Sus verlässt mein Zimmer und ich wende mich meinem Koffer zu. Gut. Konzentration. Packen. Ich brauche nur eine elementare, auf ein Minimum beschränkte Kollektion für ein Wochenende in Somerset. Ich habe sogar schon eine Liste gemacht. Jeans? Zwei Stück. Eine verwaschene und eine weniger verwaschene. Ach, ich glaube doch besser drei Jeans. Ich muss unbedingt die neuen von Diesel mitnehmen. Die sind so cool. Ach, und die bestickten Franzenschorts von Oasis. Aber die zählen nicht wirklich als Jeans, weil das ja Shorts sind. Okay, das wären dann wohl genug Jeans. T-Shirts? Diverse. Mal sehen. Ein einfaches Weißes natürlich. Ein schwarzes Bauchfreies. Ein schwarzes Unterhemd. Kevin Klein. Einmal pink ohne Ärmel. Einmal pink mit Glitzer. Einmal… Das ist doch doof. Woher soll ich denn im Vorhinein wissen, welche T-Shirts ich am Wochenende anziehen möchte? Ich glaube, ich nehme einfach alle mit. Hervorragend. Das mit meiner Liste. Also, was steht da als nächstes? Zehn Minuten später kommt Suess mit zwei Tassen Tee und drei Kit Kats zum Teilen wieder. Da, sagt sie, und zieht sich dann etwas genauer um. Wie lange bist du noch mal weg? Drei Tage. Etwas verunsichert betrachte ich meinen überquellenden Koffer. Hm, vielleicht brauche ich doch nicht unbedingt drei Paar Stiefel. Und auch keine Pelzdola. Suess, wie packst du denn? Hast du irgendein System? Überleg dir ein Outfit pro Anlass und halt dich daran. Man, Suess ist echt genial. Ich schnappe mir ein Blatt Papier und entwerfe schnell einen Plan. Das ist doch viel besser. Viel besser, als planlos Klamotten in den Koffer zu schmeißen. Dank dieser Methode werde ich keine überflüssigen Klamotten mitnehmen, sondern nur das absolute Minimum. Outfit 1. Am Pool sitzen. Sonne scheint. Outfit 2. Am Pool sitzen. Bewölkt. Outfit 3. Am Pool sitzen. Hintern sieht morgens fett aus. Outfit 4. Im Flur klingelt das Telefon. Aber ich sehe kaum auf. Ich höre Suess aufgeregt plappern. Und kurz darauf steht sie wieder an meiner Tür. Jetzt rate mal, was passiert ist, sagt sie. Bei Box Beautiful sind alle meine Rahmen ausverkauft. Sie haben gerade angerufen, um noch mehr zu bestellen. Suess, das ist ja Wahnsinn! Suess hat erst vor ein paar Monaten damit angefangen, Rahmen zu basteln. Und jetzt beliefert sie schon vier Läden in London damit. Und die Rahmen sind der absolute Renner. Was mich im Grunde gar nicht überrascht, denn ihre Rahmen sind einfach cool. Das neueste Modell ist Violetter Tweed und die Rahmen werden in glitzernden grauen Schachteln und in türkisfarbenem Seidenpapier geliefert. Sie verkauft so viele von den Rahmen, dass sie sie gar nicht mehr alle selbst produzieren kann. Sie schickt ihre Entwürfe an eine kleine Werkstatt in Kent. Und? Weißt du, was du mitnehmen musst? Ja. Und das Einzige, was ich kaufen muss, ist ein paar lila Sandalen. Hast du nicht letzte Woche irgendetwas von einem paar lila Sandalen erzählt, so richtig teure von L.K. Bennet? Wirklich? Bex, brauchst du wirklich ein paar lila Sandalen, oder willst du sie einfach nur haben? Nein, wehre ich mich. Ich brauche sie. Wirklich. Guck doch mal. Ich hole meinen Plan heraus. Auf dem Papier ist ein ziemlich kompliziertes Flussdiagramm mit tausend Kästchen und Pfeilen und roten Sternchen zu sehen. Wow, sagt Suess. Was bedeutet dieser Kasten hier? Ich glaube, das ist, wenn wir in ein richtig schickes Restaurant gehen und ich mein Whistleskleid schon am Abend vorher anhatte. Und der hier? Das ist für den Fall, dass wir klettern gehen. Und der hier, ich zeige auf einen leeren Kasten, ist der Beweis dafür, dass ich ein paar lila Sandalen brauche. Wenn ich keine lila Sandalen habe, ist nicht nur das Outfit hier nicht komplett, sondern auch das hier. Und dann funktioniert der ganze Plan nicht. Suess schweigt einen Moment, während sie mein Diagramm sorgfältig überprüft und ich mir auf die Lippe beiße. Ich weiß, dass der Großteil der Bevölkerung nicht jede einzelne Anschaffung mit seiner Mitbewohnerin erörtern muss. Es ist nur so, dass ich vor ein paar Monaten ein, nun ja, ein klitzekleines Geldproblem hatte. Wirklich nichts Dramatisches. Nur ein kurzzeitiges Tief. Aber Suess ist total ausgeflippt deswegen und hat gesagt, sie würde in Zukunft sämtliche Ausgaben überprüfen. Manchmal habe ich richtig Angst, dass sie zu irgendetwas Nein sagen könnte. Ich verstehe, sagt sie schließlich. Dir bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, stimmt's? Stimmt, pflichte ich ihr erleichtert bei. Hey, Bex, ist der neu? fragt Suess auf einmal. Sie hat meinen Kleiderschrank aufgemacht und betrachtet den traumhaften neuen, honigfarbenen Mantel, den ich neulich in die Wohnung geschmuggelt habe, als sie in der Badewanne lag. Ähm, ja, sage ich. Aber weißt du, ich brauche doch einen guten Mantel, für den Fall, dass ich für Morning Coffee mal Außenaufnahmen machen muss. Ich dachte, dein Job besteht darin, im Studio zu sitzen und die Leute in Finanzfragen zu beraten. Naja, man sollte auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Ich nehme meine Jacke. Bis später. Okay, sagt Suess. Aber nicht vergessen, nur ein paar Sandalen. Versprochen. Ich finde es richtig süß von Suess, dass sie sich solche Sorgen um mich macht. Aber ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Gut, okay, ich hatte vor ein paar Monaten eine leichte Finanzkrise. Offen gestanden hatte ich zeitweise Schulden in Höhe von… Nun ja, es war eine ganze Menge. Aber dann habe ich den Job bei Morning Coffee bekommen und seitdem hat sich alles grundlegend geändert. Ich habe richtig hart gearbeitet und alle meine Schulden abbezahlt. Alle. Ich habe einen Scheck nach dem anderen ausgestellt und jede einzelne belastete Kreditkarte, jede Kundenkarte, jeden gekritzelten Schuldschein an Suess ausgeglichen. Es war ein so umwerfendes, berauschendes Gefühl, all diese Schulden abzubezahlen. Es ist einfach unbeschreiblich. Es geht doch nichts über totale, uneingeschränkte Solvenz, oder? Und jetzt sehen Sie mich an. Ich bin ein ganz anderer, neuer Mensch. Ich habe nicht mal mein Konto überzogen. Gut, okay, ich habe mein Konto ein bisschen überzogen. Aber ich plane in letzter Zeit sehr langfristig und denke an meine Karriere. Und aus genau diesem Grund habe ich in ein paar Outfits investiert, die ich in der Show tragen kann. Und in mehrere Friseurbesuche, einige Maniküren und kosmetische Gesichtsbehandlungen. Außerdem habe ich einen neuen Computer gekauft, der zwar 2000 Pfund gekostet hat, aber absolut unentbehrlich ist. Und wissen Sie auch warum? Tada! Ich schreibe ein Selbsthilfebuch. Kurz nachdem ich den Job bei Morning Coffee bekommen hatte, habe ich diese super netten Verleger kennengelernt, die mich zum Lunch einluden und sagten, für Leute mit Finanzproblemen sei ich einfach ein Geschenk des Himmels. Sie haben mir 1000 Pfund gezahlt, ohne dass ich ein einziges Wort geschrieben hatte. Und wenn es erst mal fertig ist, bekomme ich noch viel mehr. Der Titel wird wahrscheinlich Becky Blumwoods Ratgeber Geld lauten. Oder vielleicht Becky Blumwoods, der richtige Umgang mit Geld. Ich habe noch keine Zeit gehabt, mit dem Schreiben anzufangen, aber ich finde, das Wichtigste ist, erst einmal einen richtig guten Titel zu finden, weil dann alles andere von selbst kommt. Das heißt, im Grunde genommen ist es kein Wunder, dass ich mein Konto zurzeit ein klein wenig überzogen habe. Ich kann von Glück reden, einen so verständnisvollen Bankmanager wie Derek Smith zu haben. Das ist ein richtiger Schatz. Und ich bin natürlich auch viel vernünftiger geworden im Vergleich zu früher. Und darum bin ich jetzt bei L.K. Bennett auch unglaublich konzentriert und zielstrebig. Ich gehe ganz einfach direkt auf die Sandalen zu, die ich kaufen möchte, nehme ein paar aus dem Regal und sage zur Verkäuferin, ich hätte gerne diese hier in Größe 39, bitte. Ganz direkt und leidenschaftslos. Ich kaufe nur das, was ich brauche. Sonst nichts. Das ist der Schlüssel zu kontrolliertem Einkaufen. Die coolen, pinkfarbenen Stilettos da drüben bemerke ich nicht einmal, obwohl die wirklich hervorragend zu meinem neuen Cardigan von Jigsaw passen würden. Und die Slingpumps mit den Glitzerabsätzen habe ich auch nicht gesehen. Obwohl sie doch richtig schick sind, oder? Oh Gott, das ist wirklich hart. Hier, bitteschön. Gott sei Dank, die Verkäuferin ist mit meinen lila Sandalen wieder da. Ach, sind die schön, diese zarten Riemen, die winzige Brombeere neben dem Zeh. Mit einem wohligen Schaudern lasse ich die Füße in die Sandalen gleiten. Oh mein Gott, sie sind einfach fantastisch. Meine Füße sehen auf einmal so elegant aus, meine Beine wirken länger. Na gut, sie sind etwas unbequem, aber das kommt wahrscheinlich daher, dass der Fußboden hier so glatt ist. Ich nehme sie, sage ich. Das ist nämlich die Belohnung für einen solch kontrollierten Einkauf. Wenn man tatsächlich etwas kauft, hat man das Gefühl, es verdient zu haben. Wir gehen auf die Kasse zu und ganz arglos erzählt mir die Verkäuferin, wussten Sie, dass wir diese Sandalen auch in Apfelsine haben? Apfelsine? Interessiert mich nicht. Ich habe das, was ich haben wollte. Lila Sandalen, nicht orange. Hier, ruft sie. Und sie stellt die exquisitesten Sandalen, die ich je gesehen habe, auf den Tresen. Sie sind von einem blassen, cremigen Orange und haben die gleichen zarten Riemen wie mein lila Paar. Aber statt der Brombeere ziert eine winzige Apfelsine den Zeh. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Möchten Sie sie anprobieren? In meiner Magengrube tobt unstillbares, sehnsüchtiges Verlangen. Aber ich brauche keine orangefarbenen Schuhe, oder? Also eigentlich, ich schlucke. Ich nehme einfach nur die in Flieder heute, danke. Okay, das wären dann 89 Pfund. Wie möchten Sie zahlen? Äh, Kundenkarte bitte. Ich unterschreibe den Zettel, nehme meine Tasche und verlasse den Laden. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab nur ein Paar Schuhe gebraucht und ich hab auch nur eins gekauft. Rein in den Laden, raus aus dem Laden. Ganz nach Plan. Sehen Sie, was ich alles kann, wenn ich nur will? Das ist die neue Becky Bloomwood. So, und weil ich so brav und tapfer gewesen bin, habe ich jetzt eine kleine Belohnung verdient. Ich steuere das nächste Café an und setze mich mit einem Cappuccino in die Sonne. Ich will diese Apfelsinen-Sandalen. Hör auf, hör auf. Denk an etwas anderes. Luke, den Kurzurlaub. Unseren allerersten gemeinsamen Urlaub. Ich kann es kaum abwarten. Luke arbeitet so viel, dass er noch nicht mal Zeit hatte, meine Eltern kennenzulernen. Vor ein paar Wochen haben sie ihn sonntags zum Mittagessen eingeladen. Und dann hat Luke in letzter Minute abgesagt, weil einer seiner Kunden schlechte Publicity in der Sonntagszeitung hatte und er zu einer Krisensitzung musste. Also musste ich allein zu meinen Eltern, und das war offengestanden eine mehr als triste Angelegenheit. Das Schlimmste an der Sache war, dass unsere Nachbarn Janice und Martin nachmittags auf ein Glas Sherry hereinschneiden, um den berühmten Luke kennenzulernen, wie sie sich ausdrückten. Und als sie dahinter kamen, dass er gar nicht da war, hagelte es mitleidsvolle und leicht selbstgefällige Blicke, da ihr Sohn Tom nämlich nächste Woche seine geliebte Lucy heiratet. Und sie glauben, ich sei in ihn verliebt? Bin ich aber nicht. Als ich Luke zur Schnecke machen wollte, wies er mich nur darauf hin, dass ich seine Eltern schließlich auch noch nicht kennengelernt hätte. Aber das stimmt nicht ganz. Ich hab mich mal ganz kurz in einem Restaurant mit seinem Vater und seiner Stiefmutter unterhalten. Und überhaupt, die beiden leben in Devon, und Lukes leibliche Mutter lebt in New York. Also nicht gerade um die Ecke, oder? Wie dem auch sei, wenigstens gibt er sich jetzt ein bisschen Mühe und nimmt sich dieses Wochenende frei für unseren Kurzurlaub. Das mit dem Wochenende war übrigens Mells Idee. Sie hat mir erzählt, dass Luke schon seit drei Jahren nicht mehr richtig im Urlaub war und er vielleicht ganz sacht an dieses Thema herangeführt werden müsse. Also hab ich aufgehört, von richtigen Urlaubsreisen zu reden und stattdessen laut über Wochenendtrips nachgedacht. Und auf einmal bat Luke, mich dieses Wochenende freizuhalten. Ich freu mich riesig. Ich will die Apfelsin-Sandalen. Hör auf! Hör auf, an sie zu denken! Ein Herr mittleren Alters in dunklem Anzug kommt direkt auf mich zu. Ich erkenne ihn. Das ist Derek Smith, mein Bankmanager. Vor langer, langer Zeit hätte mich sein Anblick vielleicht in Panik versetzen können. Aber das gehört der Vergangenheit an. Heute pflegen der süße Smeasy und ich eine herzliche Beziehung. Tag, Mr. Smith, begrüße ich ihn fröhlich, als er näher kommt. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, sagt Derek Smith und lächelt. Und Ihnen? Ach, mir geht es gut, danke. Möchten Sie einen Kaffee? Frage ich mir aus Höflichkeit, während ich auf den leeren Stuhl mir gegenüber deute. Ich erwarte natürlich nicht, dass er die Einladung annimmt. Aber zu meiner Überraschung setzt er sich. Ich habe Ihnen gerade einen Brief geschrieben, Miss Bloomwood, um ihn mitzuteilen, dass ich gehe. Ich habe beschlossen, in Frührente zu gehen. Aber... Entsetzt starre ich ihn an. Derek Smith kann nicht gehen. Er versteht mich. Er versteht meinen Überziehungsbedarf. Was soll ich denn bloß ohne ihn tun? Ich freue mich natürlich für Sie, ehrlich, aber ich werde Sie vermissen. Ob Sie es glauben oder nicht, sagt er und lächelt dabei ein klein wenig. Ich werde Sie auch vermissen, Miss Bloomwood. Ihr Konto war mit Sicherheit eines der interessantesten, mit denen ich zu tun hatte. Sie kommen mir richtig groß raus im Fernsehen, sagt er und trinkt einen Schluck Espresso. Ja, ist das nicht toll? Und die Bezahlung ist wirklich ausgesprochen gut. Ihr Einkommen ist in der Tat deutlich gestiegen in den letzten Monaten. Er stellt seine Tasse ab. Nichtsdestoweniger sind auch Ihre Ausgaben gestiegen, erheblich sogar. Sie müssen sich wirklich mehr bemühen, Ihren Disporamen einzuhalten, Miss Bloomwood. Ich weiß, sage ich lahm. Da entdecke ich auf der anderen Straßenseite eine Frau mit einer LK-Bennett-Tüte in der Hand. Mit einer großen LK-Bennett-Tüte. Mit zwei Schuhkartons darin. Wenn Sie zwei Paar Schuhe kaufen darf, wieso darf ich das dann nicht auch? Wie sieht es denn sonst aus, erkundigt sich Mr. Smith. Ihre Kundenkarten zum Beispiel. Sind die belastet? Die habe ich alle schon vor Monaten ausgeglichen. Und seitdem haben Sie kein Geld mehr ausgegeben? Kaum. Nur für Kleinkram. Ich stelle Ihnen diese Fragen, Miss Bloomwood, weil ich Sie warnen möchte. Mein Nachfolger in der Enwich Bank, John Gavin, geht möglicherweise nicht ganz so lax wie ich mit Konten wie Ihrem um. Ach ja? Ich höre ihm gar nicht richtig zu. Ich würde Ihnen daher dringend empfehlen, Ihr Konto umgehend auszugleichen. Ach, lasst mich doch alle in Ruhe. Ich hole sie mir. Mr. Smith, ich muss jetzt leider weiter, sage ich unvermittelt und stelle die Tasse ab. Ich habe noch etwas zu erledigen. War schön, Sie zu sehen. Und alles Gute für Ihr Dasein als Frührentner. Ihnen auch alles Gute, Miss Bloomwood, sagt Derek Smith und lächelt mich an. Und passen Sie auf sich auf, ja? Mach ich. Und dann eile ich so schnell ich kann die Straße hinunter zu L.K. Bennett. Als ich mit meinen beiden neuen glänzenden Einkaufstüten unterm Arm und einem seligen Lächeln auf dem Gesicht aus dem L.K. Bennett Laden komme, beschließe ich noch eben bei Gifts and Goodies um die Ecke reinzuspringen. Das ist einer der Läden, der Suess Rahmen verkauft. Und ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, hineinzugehen, um zu sehen, ob vielleicht gerade jemand einen kauft. Und da sind sie. Drei mit violettem Tweet überzogene Bilderrahmen. Von Suess. Mein Herz klopft immer noch aufgeregt, wenn ich sie sehe. Und, mein Gott, jetzt überschlägt sich mein Herz fast. Eine Kundin hat einen von Suess Rahmen in der Hand. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe noch nie gesehen, wie jemand einen von Suess Rahmen gekauft hat. Mann, ist das aufregend. Die Kundin dreht den Rahmen um, sieht den Preis und legt die Stirn in Falten. Das ist ja ein schöner Bilderrahmen, sage ich zwanglos. Ja, sagt sie und stellt ihn wieder ins Regal. Jetzt geht sie weg. Was soll ich bloß tun? Also ich glaube, ich kaufe einen, spreche ich laut und deutlich vor mich hin und nehme einen Rahmen aus dem Regal. Ist ein ideales Geschenk. Die Kundin beachtet mich gar nicht weiter. Aber egal, wenn sie erst sieht, dass ich einen kaufe, überlegt sie es sich vielleicht doch nochmal anders. Die Dame hinter dem Tresen lächelt mich an. Die Rahmen haben es ihnen wirklich angetan, was? Ja, sage ich laut. Ein fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber die Kundin hört überhaupt nicht zu. Wie viele haben sie denn jetzt insgesamt davon gekauft? Zwanzig? Dreißig? Dann haben sie ja inzwischen eine ganz schöne Sammlung. Ich muss jetzt irgendetwas sagen, sonst kommt sie noch auf die Idee, dass ich die Einzige bin, die Su's Rahmen kauft. Das außer mir niemand... Ach, lächerlich. Ach, wissen Sie, so viele habe ich gar nicht. Das wären dann 48 Pfund, sagt sie, als ich mein Portemonnaie hervorkrame. Ein paar hundert Meter vor unserem Haus sortiere ich meine Einkaufstüten. Das heißt, ich stopfe sie alle so tief in eine LK-Bennett-Tüte, dass man sie nicht sehen kann. Ich möchte lieber mit nur einer Einkaufstüte in der Hand nach Hause kommen. Als ich die Wohnungstür aufmache, sitzt Su's mitten im Flur auf dem Fußboden und packt ein Päckchen. Hi! Begrüßt sie mich. Luke hat angerufen. Er hat gesagt, dass er dich morgen um zwölf vom Studio abholt. Und ihr fahrt mit dem MGF Cabrio. Echt? Das ist ja cool. Su's strahlt mich an. Finde ich auch. Ach ja, und er hat gesagt, du sollst nicht so viel Gepäck mitnehmen, weil der Kofferraum eher klein ist. Mein Lächeln erstirbt. Su's, weißt du eigentlich, wie viel Zeug ich schon eingepackt habe? Ich gehe zu meiner Zimmertür und öffne sie. Wir beide starren mein Bett an. Mein großer, giftgrüner Koffer ist voll. Neben ihm liegt ein weiterer Haufen Klamotten. Und mit Make-up und Accessoires hatte ich noch gar nicht angefangen. Es klingelt an der Tür. Das ist bestimmt Special Express. Die holen mein Päckchen ab, sagt sie. Hör mal, Bex, das klappt schon. Du musst nur ein paar Sachen hier lassen. Hier lassen? Aber was hier lassen? Okay, komm. Eine Runde unorthodoxes Denken. Es muss eine Lösung geben. Su's überreicht einem uniformierten Herrn gerade einen wattierten Umschlag. Auf seiner Plakette steht, egal was, egal wohin, morgen früh ist es da. Hier ist Ihre Quittung, sagt er und dreht sich um. Egal was, egal wohin, morgen früh ist es … Halt, stopp! rufe ich, als er die Tür zuziehen will. Könnten Sie noch einen kleinen Moment warten? Paradigm Self-Health Books Limited Soho Square, London 4. September 2000 Liebe Becky, vielen Dank für Ihre Nachricht auf meiner Mailbox. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dem Buch so gut vorankommen. Wie Sie sich zweifellos erinnern, haben Sie mir bei unserem Gespräch vor zwei Wochen versichert, dass mir der erste Entwurf in den nächsten Tagen zugehen wird. Ist er möglicherweise auf dem Postweg verloren gegangen? Könnten Sie mir zur Sicherheit bitte noch einen Ausdruck schicken? Mit den besten Grüßen, Pippa Brady, Lektorin Um fünf vor zwölf am nächsten Tag sitze ich immer noch unter den grellen Scheinwerfern im Set von Morning Coffee und frage mich, wann ich endlich weg kann. Normalerweise bin ich um elf Uhr vierzig fertig, aber heute hatten wir eine Frau mit übersinnlichen Fähigkeiten am Apparat, die behauptete, die Reinkarnation von Maria Stewart zu sein, und die hat unseren Zeitplan etwas durcheinandergebracht. Und Luke müsste jede Minute hier sein. Becky? Das ist Emma, eine Hälfte des Moderatoren-Tandems von Morning Coffee. Sie sitzt mir gegenüber auf einem blauen Sofa. Das hört sich nach einem handfesten Problem an, oder? Den Eindruck habe ich auch. Ich lächle wohlwollend in die Kamera. Also, um es noch einmal kurz zusammenzufassen, Judy, Sie und Ihr Mann Bill haben Geld geerbt. Sie möchten einen Teil des Geldes in Aktien investieren, aber Ihr Mann ist dagegen. Ich rede gegen eine Wand, echauffiert Judy sich. Er behauptet, ich würde alles verlieren. Schließlich sei es auch sein Geld, und wenn ich nichts Besseres zu tun hätte, als unser Geld zu verspielen, könnte ich auch gleich … Judy, sage ich und lege eine Denkpause ein. Was hat Bill heute an? Ein Anzug, antwortet Judy überrascht. Und was für eine Krawatte? Schlicht oder gemustert? Schlicht, kommt die prompte Antwort. Er hat nur schlichte Krawatten. Verstehe, ich hebe die Augenbrauen. Judy, würde ich zu weit gehen, wenn ich sage, dass Bill generell ein wenig abenteuerlustiger Mensch ist? Ja, also, da haben Sie wohl recht? Ah, meldet sich Rory die andere Hälfte des Tandems vom anderen Ende des Sofas zu Wort. Er kann großartig mit Filmstars flirten, aber mit zu viel Hirn ist er nicht gerade gesegnet. Ich glaube, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, Becky. Ja, danke, Rory. Was Bill möglicherweise übersieht, ist, dass es verschiedene Arten von Risiken gibt. Wenn man an der Börse spekuliert, ja, dann riskiert man kurzfristig Geld zu verlieren. Aber wenn man das Geld einfach nur jahrelang auf der Bank hat, ist das Risiko, das das Erbe im Zuge der Inflation an Wert verliert, noch viel größer. Wenn Bill also zum Beispiel Mitte 30 ist und langfristig investieren möchte, könnte ein ausgewogenes Aktienportfolio, das auf den ersten Blick riskant erscheint, in vielerlei Hinsicht die sicherere Investition sein. Hilft Ihnen das weiter, Judy? fragt Emma. Ja, sagt Judy. Ja, vielen Dank. Ich habe alles aufgenommen, damit ich es Bill heute Abend vorspielen kann. Tja, tut mir leid, aber unsere Zeit ist wirklich zu Ende, schaltet Emma sich ein und lächelt in die Kamera. Möchten Sie abschließend noch etwas loswerden, Becky? Das Gleiche wie immer, sage ich. Was Sie heute für Ihr Geld tun, tut Ihr Geld morgen für Sie, vollenden Rory und Emma mein Motto. Nach der obligatorischen Sekundenstarre entspannen wir uns alle und Zelda, die Produktionsassistentin, erscheint im Set. Sehr gut, lobt sie uns. Ist klasse rübergekommen. Becky, Luke wartet am Empfang auf dich. Ich flitze in meine Garderobe und ziehe mich um. Das Morning Coffee Outfit aus, das Hinreiseoutfit an. Ein putschieskes buntes Oberteil, ausgefranste Jeansshorts, meine neuen Sandalen und mein über alles geliebtes, blassblaues Danny & George-Tuch. Luke hat einen Narren gefressen an diesem Tuch. Er hat mir einen Teil des Geldes geliehen, das ich brauchte, um das Tuch kaufen zu können, und er behauptet heute noch steif und fest, ich hätte ihm das Geld nie wiedergegeben, und darum würde das Tuch zum Teil ihm gehören. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich habe ihm das Geld sofort zurückgegeben. Wie dem auch sei, ich rausche in den Empfangsbereich, und Luke sitzt in einem der knautschigen Sessel und sieht so groß und fantastisch aus. Er gibt mir einen Kuss, und wir machen uns auf den Weg durch die Schwingtüren nach draußen zu dem Parkplatz. Du hast doch meine Nachricht erhalten, oder? fragt er. Wegen des Gepäcks? Ja, habe ich. Hier. Selbst zufrieden reiche ich ihm den schnuckligsten kleinen Koffer der Welt. Ist das alles? fragt Luke überrascht, und ich unterdrücke ein Kichern. In diesem kleinen Koffer befindet sich nicht mehr als mein Make-up, aber das braucht Luke ja nicht zu wissen, oder? Ja, das ist alles, sage ich und ziehe die Augenbrauen ein wenig hoch. Du hattest doch gesagt, so wenig Gepäck wie möglich. Ja, schon, sagt Luke, aber das hier, ich bin beeindruckt. Während er sich dem Kofferraum widmet, setze ich mich hinters Steuer. Ich wollte schon immer mal Cabrio fahren. Der Kofferraum wird zugeschlagen, und Luke erscheint mit Fragen der Mine an der Fahrertür. Fährst du? Ja, ein Teil der Strecke, dachte ich mir, um dich ein bisschen zu entlasten. Und mit den Schuhen kannst du fahren? Er betrachtet meine Apfelsinensandalen, und ich muss gestehen, dass die Absätze einen Tick zu hoch sind. Aber das kann ich ja wohl schlecht zugeben. Ich lasse den Motor an, bevor Luke noch mehr sagt. Wow, das ist ein Wahnsinnswagen. Der Motor heult, und das Getriebe kreischt, als ich den ersten Gang einlege. Becky, kein Problem, sage ich und kutschiere den Wagen ganz langsam quer über den Parkplatz auf die Straße. Herzchen, sagt Luke, du verursachst einen Verkehrsstau. Ich sehe in den Rückspiegel, und tatsächlich, da schleichen drei Autos hinter mir her. Ich blinke nach links und fahre vorsichtig links ran. So, sage ich, du bist dran. Luke starrt mich an. Jetzt schon? Ich muss mir die Nägel feilen, erkläre ich. Während ich meine Nagelfeile aus der Tasche hole, steigt Luke auf der Fahrerseite wieder ein. Vielen Dank, dass du mich abgelöst hast. Ich bin sicher, dass das den Grad meiner Erschöpfung auf der Autobahn deutlich reduziert. Hervorragend, sage ich und mache mich an meinen Fingernägeln zu schaffen. Die gesparte Energie wirst du auch brauchen, wenn wir morgen stundenlang wandern gehen. Luke schweigt, und nach einer Weile sehe ich zu ihm auf. Becky, dieses Wochenende sind ein paar Leute aus den Staaten hier, mit denen ich reden muss. Dringend. Ich habe für morgen ein Meeting arrangiert. Aber da sind wir doch im Hotel. Ja, und die Leute, mit denen ich reden muss, auch. Ich habe sie dorthin eingeladen. Völlig entgeistert starre ich ihn an. Du hast Geschäftspartner zu unserem Urlaub eingeladen? Nur für das Meeting, sagt Luke. Ansonsten sind wir ganz unter uns. Das glaube ich einfach nicht. Weißt du, Luke, mir ist ehrlich gesagt nicht ganz klar, warum ich überhaupt mitkommen soll, wenn du sowieso wieder nur arbeitest. Dann kann ich genauso gut zu Hause bleiben. Genau, sage ich und öffne die Autotür. Ich gehe jetzt zurück ins Studio, rufe mir ein Taxi und fahre nach Hause. Becky, warte! Ich drehe mich langsam um und sehe ihn eine Nummer in sein Handy tippen. Was machst du da? Frage ich misstrauisch. Ich rufe meine fürchterliche Geschäftsverbindung an, um abzusagen. Dann muss ich eben nach Washington fliegen und mich da mit ihm treffen, erklärt Luke mir unbewegt. Ach, jetzt hör schon auf. Dann haltet auch dein blödes Meeting, wenn es denn so wichtig ist. Luke steckt das Handy wieder ein. Danke. Als wir auf eine Kreuzung zufahren, blicke ich zu ihm hinüber. Hast du wirklich bei deiner Geschäftsverbindung angerufen? Wolltest du wirklich nach Hause fahren? antwortete er, ohne den Kopf zu bewegen. Das ist etwas, das mich an der Beziehung zu Luke richtig nervt, dass ich nie ungeschoren davon komme. Das Hotel ist ein riesengroßes altmodisches Landhaus mit wunderschönen Gärten. Als wir auf die Rezeption zugehen, lächelt uns der Concierge an. Schönen guten Tag, Mr. Brandon, Miss Bloomwood. Herzlich willkommen auf Blakely Hall. Ich habe für Sie Zimmer 9 vorgesehen, mit Blick auf den Rosengarten. Wir haben uns erlaubt, in Ihrem Zimmer eine Flasche Champagner für Sie bereitzustellen. Das ist wirklich erste Klasse hier. Erst wissen Sie ohne Vorwarnung, wie wir heißen, dann schenken Sie uns eine Flasche Champagner. und mein Paket von Special Express haben Sie auch noch nicht erwähnt. Offensichtlich wissen die Leute aus Erfahrung, dass ein Mann nicht unbedingt über jedes einzelne Päckchen Bescheid wissen muss, das seine Freundin geliefert bekommt. Und darum warten Sie, bis Luke außer Hörweite ist, um mir davon zu berichten. Das nenne ich Service. Geh doch schon mal hoch, sage ich zu Luke. Ich muss nur eben was arrangieren. Ich lächle Luke an und zu meiner Erleichterung setzt er sich in Bewegung. Kaum ist er außer Hörweite, lehne ich mich über den Rezeptionstresen. Geben Sie es mir jetzt, flüstere ich dem Concierge zu. Wie bitte, Miss Blumwood? Sie können mir mein Paket geben. Ihr Paket? Es müsste ein Paket für mich abgegeben worden sein. Der Concierge schüttelt den Kopf. Tut mir leid, Miss Blumwood, wir haben kein Paket für Sie. Rebecca, ertönt eine Stimme von der Treppe. Ich sehe, wie Luke mich fragend ansieht. Irgendwas nicht in Ordnung? Nein, alles in bester Ordnung. Und ich eile auf die Treppe zu. Das kann nicht wahr sein. Ich habe nichts zum Anziehen. Ich bin mit Luke im Urlaub in einem richtig schicken Hotel und habe nichts zum Anziehen. Was mache ich denn jetzt? Ganz ruhig bleiben, sage ich mir. Das Paket kommt bestimmt spätestens morgen früh an. Ich muss also nur diese eine Nacht überstehen. Ich vergesse für einen Moment meine Sorgen und sehe mich in dem großen, vornehmen Zimmer um. Es ist umwerfend. Ein immens großes, weißes Bett, eine hochmoderne Stereoanlage und zwei Wildledersofas. Luke öffnet seinen Koffer. Ich finde, wir sollten erst einmal auspacken. Wir könnten doch auch runter an die Bar gehen und etwas trinken und später auspacken. Genial. Wir gehen runter und betrinken uns und morgen früh tue ich dann einfach so, als wenn ich ganz verkatert wäre und bleibe im Bett, bis mein Paket kommt. Auch eine gute Idee, sagt Luke. Ich ziehe mich nur eben um. Umziehen? Herrscht hier denn eine, eine strenge Kleiderordnung? Ach nein, streng würde ich nicht sagen, meint Luke. Aber man sollte nicht unbedingt in, na ja, in so etwas auftauchen. Er grinst mich an und zeigt auf meine Fransenschorts. Natürlich nicht, sage ich und lache. Ich wende mich wieder meinem Köfferchen zu, lasse die Schlösser aufschnappen, klappe ihn auf und betrachte meinen Waschbeutel. Luke, ich habe es mir anders überlegt, sage ich und klappe den Koffer wieder zu. Wollen wir nicht lieber hierbleiben und den Zimmerservice etwas bringen lassen und ich gehe ein paar Schritte auf ihn zu und löse den Knoten an meinem Wickeloberteil. Ganz langsam fangen seine Augen an zu strahlen. Recht hast du. Gott sei Dank, denke ich erleichtert, als er anfängt, meinen Wickeltop zu entwickeln. Perfekt. Das ist genau das, was ich mh, was soll ich sagen? Absolut perfekt. Um halb neun am nächsten Morgen liege ich immer noch im Bett. Willst du den ganzen Tag im Bett bleiben? fragt Luke und zieht lächelnd zu mir herunter. Ich verkrieche mich unter die Kissen und tue, als hätte ich ihn nicht gehört. Ich will nicht aufstehen. Es ist so schön gemütlich und warm und sorgenfrei hier. Und außerdem habe ich immer noch nichts zum Anziehen. Ich habe schon heimlich die Rezeption angerufen und gefragt, ob mein Special Express Paket endlich angekommen ist. Aber es ist immer noch nicht da. Ich habe absolut nichts anzuziehen. Nada. Bisher war das nicht weiter tragisch, weil ich mich die ganze Zeit im Bett herumgelümmelt habe. Aber ich kann beim besten Willen nicht noch mehr Kaffee trinken und Luke ist schon wieder halb angezogen. Oh Gott, es wird mir nichts anderes übrig bleiben, als die Sachen von gestern wieder anzuziehen. Moment. Moment. Wo sind die Sachen von gestern überhaupt? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich sie da drüben auf dem Boden... Luke? Frage ich so locker wie möglich. Hast du die Sachen gesehen, die ich gestern anhatte? Die habe ich zusammen mit meinen Sachen in die Wäscherei gegeben. Mir stockte Atem. Das Einzige, was ich auf dieser Welt zum Anziehen habe, ist in der Wäscherei? Und wann, wann kriege ich sie wieder? Morgen früh, Luke sieht mich an. Ist doch kein Problem, oder? Ich meine, die Wäscherei hier ist wirklich ausgezeichnet. Ach, was? Nein! Oh Gott, was mache ich bloß? Übrigens, sagt Luke und greift in seinen Koffer, das hast du neulich bei mir vergessen. Und ehe ich mich versehe, wirft er mir etwas zu. Es ist weich, es ist Stoff. Ich könnte weinen vor Erleichterung. Etwas zum Anziehen. Ein Calvin Klein T-Shirt, um genau zu sein. Übergrüße. Ich habe mich noch nie so gefreut, ein schlichtes, verwaschenes, graues T-Shirt zu sehen. Danke. Ich muss mich zwingen, bis zehn zu zählen, bevor ich so unbefangen wie möglich sage. Ich glaube, das ziehe ich heute an. Das? Luke sieht mich verwundert an. Ich dachte, das wäre ein Nachthemd. Ist es auch. Es ist ein Nachthemd-ähnliches Kleid. In Windeseile schlüpfe ich hinein, und Gott sei Dank, es reicht mir bis zur Mitte der Oberschenkel. Sehr hübsch, ein bisschen kurz vielleicht. Das ist ein Minikleid, kläre ich ihn auf und stelle mich vor den Spiegel. Oh Gott, das ist wirklich ganz schön kurz. Ich ziehe meine Apfelsinensandalen an und schüttle jeden Gedanken an die tollen Outfits, die ich für heute Vormittag geplant hatte, ab. Jetzt erzähl doch mal, worum es bei diesem Deal geht, versuche ich, das Thema zu wechseln. Spannend? Sagen wir mal, es geht um etwas, das ich mir schon immer gewünscht habe. Und du? Soll ich dir ein Taxi bestellen? Dann könntest du einkaufen gehen. Nein, wehre ich ab. Als Soos dahinter kam, wie viel die Apfelsinensandalen gekostet haben, hat sie mir das Versprechen abgenötigt, dieses Wochenende in absoluter Einkaufsaskese zu fristen. Ich sehe mir ein paar der hiesigen Sehenswürdigkeiten an. Ich schnappe mir den Stapel Touristenbroschüren von der Frisierkommode. Wie diese Traktorausstellung hier oder das Kloster St. Winifred. Ein Kloster? wiederholt Luke. Warum sollte ich denn nicht ein Kloster besuchen? Vielleicht möchtest du dann doch noch etwas mehr als nur ein T-Shirt anziehen, bevor du gehst. Das ist ein Kleid, kläre ich ihn entrüstet auf und ziehe mir den Saum des T-Shirts über den Hintern. Wenn du meinst, Luke grinst. Na dann, viel Spaß. Er gibt mir einen Kuss. Und es tut mir wirklich leid, das hier. Sieh zu, dass dieser mysteriöse Deal sich wenigstens richtig lohnt. Ich gehe runter an die Rezeption, um ein Taxi zu dem Kloster zu bestellen. Und während ich am Empfangstresen stehe, fliegt die Eingangstür auf und eine junge blonde Frau mit gebräunten Beinen stolziert ins Hotel. Ungläubig starre ich sie an. Es ist Alicia Billington. Was macht die denn hier? Alicia ist Kontakterin bei Brandon Communications, Lukes PR-Firma, und wir haben uns noch nie besonders gut verstanden. Vor ein paar Monaten ist sie fast gefeuert worden, und das hatte sie irgendwie mir zu verdanken. Damals war ich Finanzjournalistin und ich hatte ein Artikel geschrieben. Naja, das führt jetzt zu weit. Aber letztendlich hat sie nur einen scharfen Verweis bekommen, und seitdem hat sie sich mächtig am Riemen gerissen. Ich weiß das von Lukes Assistentin Mel, die mich immer auf dem Laufenden mit dem Büro tratsch hält. Und Mel hat mir neulich erst erzählt, dass Alicia sie um eine vollständige Liste aller Firmenkunden gebeten hat, komplett mit Namen der Kontaktperson, um sich mit jedem Einzelnen vertraut machen zu können. Mel hat auch gesagt, dass Alicia anscheinend daran arbeitet, befördert zu werden. Das Dumme mit Luke ist, dass er eine etwas eingeschränkte Sichtweise hat. Er sieht nur, wie hart jemand arbeitet, nicht aber, ob dieser jemand eine blöde Kuh ist. Sie hat mich entdeckt und zieht kaum merklich die Augenbraue hoch. Und in dem Augenblick fällt mir mit Grausen ein, wie ich aussehe in meinem abgeschmackten, alten grauen T-Shirt, das ehrlich gesagt überhaupt nicht wie ein Kleid wirkt. Und sie steckt in einem makellosen weißen Kostüm. »Rebecca!« ruft sie und hält sich pseudobestürzt die Hand vor den Mund. »Sie dürfen gar nicht wissen, dass ich hier bin.« »Was machen Sie denn hier?« »Ich schaue nur eben schnell rein, um mich den neuen Partnern vorzustellen,« sagte Alicia. »Aber Luke hat uns allen strikte Anweisungen gegeben, sie nicht zu belästigen. Schließlich sind sie im Urlaub.« »Sie sagt das auf eine Weise, dass ich mich vor ihr wie ein Kind fühle.« »Ach, das macht doch nichts, wenn es um etwas so Wichtiges wie das hier geht. Luke und ich haben gerade darüber geredet, beim Frühstück.« »Ach ja? Wie süß!« Alicia kneift die Augen ein wenig zusammen. »Und? Was halten Sie von der Sache mit New York?« Ich mache den Mund auf, um ihr zu antworten, und schließe ihn unverrichteter Dinge wieder. »Was für eine Sache mit New York!« Mit einem winzigen, gemeinen Lächeln auf den Lippen beugt sie sich vor. »Aber das wissen Sie doch sicher, Rebecca, dass Luke nach New York zieht, oder?« Ich bin wie gelähmt vor Schreck. Mein Gesicht wird rot und röter, und dann höre ich hinter mir eine Stimme. »Paket für Miss Rebecca Bloomwood!« Ich drehe mich blitzartig um und ich kann es kaum glauben. Ein Mann in Uniform geht mit meinem riesigen und von mir schon längst abgeschriebenen Paket in der Hand auf die Rezeption zu. Meine Sachen. Endlich! Aber irgendwie ist mir das jetzt egal. Das bin ich, sage ich, und schaffe es sogar zu lächeln. Ich bin Rebecca Bloomwood. Wenn Sie bitte hier unterschreiben würden? »Naja, ich will sie nicht weiter aufhalten,« sagt Elisha. »Einen schönen Urlaub noch.« »Werden wir haben.« Ich klammere mich an mein Paket und verlasse die Lobby. Anwich Bank, Fulham Road, London. 8. September 2000 Sehr geehrte Miss Bloomwood, vielen Dank für Ihr Schreiben vom 4. September, das Sie an den süßen Smoothie adressiert hatten und indem Sie ihn bitten, eine Ausweitung Ihres Überziehungsrahmens durchzudrücken, bevor der neue Typ anfängt. Ich bin der neue Typ. Zurzeit bin ich damit beschäftigt, sämtliche Akten unserer Kunden zu überprüfen und werde mich zu gegebener Zeit bezüglich Ihres Anliegens mit Ihnen in Verbindung setzen. Mit freundlichen Grüßen, John Gavin, Leiter Kreditabteilung. Am nächsten Tag fahren wir wieder zurück nach London und Luke hat immer noch kein Wort über New York verloren. Als wir bei mir ankommen, würde ich mich ihm am liebsten an den Hals schmeißen und »Gehst du wirklich nach New York, Luke, ja, Mann?« Aber stattdessen gebe ich ihm einen Kuss und sage leicht hin »Samstag ist gebongt, oder?« Und da verrät er mir, dass er morgen nach Zürich fliegt, wo er in den nächsten Tagen diverse Meetings mit diversen Finanzfuzzis hat. Das ist natürlich ausgesprochen wichtig. Aber am Samstag ist Toms und Lucis Hochzeit und er muss einfach mitkommen. »Ich bin rechtzeitig wieder da,« sagt er. »Versprochen.« Er drückt meine Hand, ich steige aus dem Wagen und schon ist er weg. Niedergeschlagen schließe ich die Wohnungstür auf und zwei Sekunden später kommt Zeus aus ihrem Zimmer und schleift einen prallgefüllten schwarzen Abfallsack hinter sich her. »Und, wie war's?« »Nett,« sage ich und gehe in mein Zimmer. »Es war nett.« »Nett?« Zeus kneift die Augen zusammen und kommt hinter mir her. »Nur nett?« Luc zieht nach New York. »Das ist ja super!« »Sus, er zieht nach New York, aber er hat mir noch nichts davon gesagt.« »Oh.« »Warum hat er mir nichts davon gesagt? Bekomme ich eines schönen Tages eine Postkarte, auf der steht »Hi, ich lebe jetzt in New York, alles, liebe Luke?« »Natürlich nicht.« »Das würde er nie tun.« »Ach nein?« »Nein.« Ich sacke zu einem Häufchen Elend auf meinem Bett zusammen. »Er erzählt es mir nicht, weil er mich loswerden will.« »So ein Quatsch,« meint Zeus. »Wenn Luke dir nicht von New York erzählt hat, wer denn dann?« »Alicia.« »Alicia?« »Ach du meine Güte. Das hat die sich doch bestimmt nur ausgedacht.« »Jetzt komm schon, Becks.« »Dem vertraust du mehr?« »Alicia oder Luke?« »Luke, natürlich.« »Na also.« »Du hast recht. Ich fühle mich schon deutlich besser. Ich sollte nicht auf Klatsch und Tratsch hören. Ganz genau.« Zeus reicht mir ein Stapel Briefe. »Hier ist deine Post und wer für dich angerufen hat.« »Danke.« Ich schnappe mir den Stapel. Bloß eine doofe Rechnung nach der anderen. Ich lasse den Stapel ungeöffnet auf den Boden plumpsen und wende mich den Telefonnotizen zu. Zeus ist ausgesprochen gewissenhaft, was das angeht. »Deine Mutter.« »Was ziehst du zu Toms und Lucys Hochzeit an?« »Deine Mutter.« »Auf keinen Fall Violett. Das beißt sich mit ihrem Hut.« »David Barrow.« »Bittet um Rückruf.« »Deine Mutter.« »Moment.« »David Barrow?« »Wer ist das denn?« »Ich wähle seine Nummer.« »David Barrow?« »Rebecca Blumwood hier. Ich sollte sie zurückrufen?« »Ah, Miss Blumwood. Ich bin zuständig für die Sonderkundenbetreuung bei La Rosa.« »La Rosa?« »Was zum Himmel ist...« »Ach ja.« »Das ist diese trendige Boutique in Hampstead.« »Ich möchte sicherstellen, dass Sie mit unserem Service zufrieden sind und Sie fragen, ob wir Ihnen sonst noch mit irgendetwas behilflich sein können. Außerdem muss ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihre La Rosa-Kundenkarte geringfügig belastet ist. Und wenn dieser Betrag nicht binnen einer Woche ausgeglichen wird, sehen wir uns gezwungen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.« Ich starre das Telefon an. »Ja, mein Steuerberater geht zurzeit alle meine Rechnungen durch. Ich werde mal mit ihm reden.« »Es freut mich sehr, das zu hören.« Ich lege in dem Moment auf, als Suess mit einem weiteren schwarzen Müllsack beladen an der Tür vorbeigeht. »Suess, was machst du da eigentlich?« »Ich müsste aus«, sagt sie. »Das ist genial. So reinigend. Müsstest du auch mal ausprobieren.« »Und?« »Wer war dieser David Barrow?« »Ach, bloß wegen der blöden Rechnung, die ich nicht bezahlt habe.« »So weißt du.« »Und deswegen ruft er mich zu Hause an?« »Ups, da fällt mir was ein. Warte mal.« Sie verschwindet kurz und taucht dann mit einem Stapel Briefe wieder auf. »Die habe ich unter meinem Bett gefunden, als ich aufgeräumt habe. Ich glaube, die hast du da vergessen.« Sie verzieht das Gesicht. »Das sind, glaube ich, auch Rechnungen.« »Danke.« »Vielleicht, vielleicht solltest du ein paar davon bezahlen.« »Aber ich habe sie doch bezahlt. Im Juni.« »Ja, aber der Punkt ist doch, Bex, vielleicht hast du seitdem neue Schulden gemacht.« »Wirklich, Suess, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich meine, nehmen wir zum Beispiel diese hier.« Ich fische einen Umschlag aus dem Stapel. »Also, was habe ich in letzter Zeit bei Marks & Spencer gekauft?« »Nichts.« Ich ziehe die Kontoübersicht aus dem Umschlag. Es verschlägt mir die Sprache. »Und? Wie viel?« »Das ist... Das kann nicht sein.« »Zeig mal.« Zuschnappt sich die Rechnung. »365 Pfund?« »Bex!« »Das kann nicht stimmen.« »Bex, glaubst du, dass die anderen Rechnungen genauso hoch sind wie die?« Ohne einen Ton zu sagen, nehme ich mir den Umschlag von Savages und reiße ihn auf. »Wie viel?« »Genug,« antworte ich. »Über 400 Pfund.« Ich wende mich ab und versuche, ruhig zu bleiben. »Das kommt schon alles in Ordnung, Bex. Ich löse einfach deinen Mietcheck für diesen Monat nicht ein.« »Sei nicht albern.« »Ich bitte um einen größeren Dispo.« »Ist alles überhaupt kein Problem,« versichere ich Suess. »Wenn du jetzt einfach eine Weile überhaupt nichts ausgeben würdest, dann würdest du doch ganz schnell wieder ins Plus kommen, oder?« fragt sie hoffnungsvoll. »Ich meine, du verdienst doch einen Haufen Kohle beim Fernsehen, oder?« »Ja,« sage ich nach kurzem Schweigen, »da ich ihr nicht gern sagen möchte, dass von meiner Gage nach Abzug von Miete, Taxi, auswärtig Essen und Klamotten für die Show im Grunde gar nicht so viel übrig bleibt.« »Und außerdem hast du ja noch dein Buch.« »Ja, natürlich. Mein Selbsthilfebuch.« »Das ist die Lösung. Ich muss es nur so schnell wie möglich fertig schreiben und einen ordentlichen Scheck dafür kassieren. Dann kann ich alle meine Rechnungen bezahlen und bin wieder restlos glücklich. Ich fange sofort mit meinem Buch an. Noch heute Abend.« »Und, wie läuft's?« fragt Suess, die in ein Handtuch gewickelt in meiner Zimmertür erscheint. Ich zucke schuldbewusst zusammen. Ich sitze jetzt nämlich schon eine ganze Weile vor dem Computer, aber ich habe ihn noch nicht einmal eingeschaltet. »Ich denke nach,« sage ich, lange ganz schnell an die Rückseite des Computers und schalte ihn an. »Ich wollte mir bloß für heute Abend ein Kleid leihen.« »Wo gehst du hin?« »Auf Venishas Party. Willst du mitkommen?« »Nein,« sage ich. »Besser nicht. Ich hab zu tun.« »Aber ein Kleid darf ich mir doch trotzdem leihen, oder?« »Natürlich. Zieh doch mein neues Tockerkleid an, dazu deine roten Schuhe und meine Stola von English Eccentrics.« »Super. Ach ja, kannst du mir eine Unterhose leihen? Und eine Strumpfhose? Und Make-up?« Ich sehe sie forschend an. »Suess, als du ausgemistet hast, hast du da überhaupt irgendetwas behalten?« »Natürlich.« Sie stellt sich meinem Blick. »Gut, okay. Vielleicht bin ich ein bisschen zu weit gegangen. Aber weißt du was? Mir geht's richtig gut. Da macht das gar nichts.« Ich beobachte Suess dabei, wie sie Kleid und Unterwäsche an sich nimmt und meinen Schminkbeutel durchwühlt. Dann lässt sie mich allein. »Gut. Dann mal los.« Ich tippe. Erstes Kapitel. Dann rasend schnell. Geld ist das. Ich halte inne und trinke einen Schluck Cola. Ist ja klar, dass ich an dem perfekten Satz ein bisschen feilen muss. Geld ist das aller … Also mein Stuhl ist ja wirklich unglaublich unbequem. Ein wirklich. Wenn ich eine ernsthafte Autorin werden möchte, sollte ich in einen dieser ergonomisch geformten und höhenverstellbaren Drehstühle investieren. Geld ist sehr … Vielleicht gibt es solche Stühle ja im Internet zu kaufen. Vielleicht sollte ich mal eben kurz gucken. Wo der Computer doch sowieso schon an ist. Ich klicke auf Internet und suche nach Bürostühlen und lande auf dieser unglaublichen Website, auf der es alles, aber auch alles gibt, was man für sein Büro braucht. Zum Beispiel schicke Aktenschränke aus Chrom oder smarte Federhalter oder total individuelle Namensschilder für die Bürotür. Und schon klicke ich auf einen ergonomisch geformten Drehstuhl mit lila Bezug, passend zu meinem iMac, und einen Minipapierschredder. Ich spiele mit dem Gedanken, mir auch intelligente Modulmöbel für den Empfangsbereich anzuschaffen. Das Einzige, was mich zögern lässt, ist die Tatsache, dass es in meinem Zimmer nicht wirklich einen Empfangsbereich gibt, als zu's wieder hereinkommt. Ich klicke hastig auf Senden, logge mich aus und schon erscheinen auf dem Bildschirm die Worte. Erstes Kapitel. Mann, du gibst dir ja wirklich Mühe, Suess schüttelt den Kopf. Mach doch mal eine Pause. Wie viel hast du schon? Ach, schon ganz schön viel. Hastig schließe ich das Dokument. Es klingelt an der Tür. Das ist bestimmt Fanny. Fenella ist eine von Suess durchgeknallten, stinkreichen Cousinen aus Schottland. Früher war sie genauso eigenartig wie ihr Bruder Tarquin und hat die ganze Zeit nichts anderes gemacht, als zu reiten und Fische zu schießen oder was auch immer. Aber jetzt ist sie nach London gezogen und geht stattdessen auf Partys. Hi, sagt sie und platzt in mein Zimmer. Sie hat einen richtig hübschen, rosafarbenen Samtrock von Whistles an, aber sie hat ihn mit einem unmöglichen braunen Rollkragenpulli kombiniert. Kann ich denn deine Jimmy Choo's leihen? Wir haben doch dieselbe Schuhgröße, oder? Okay, sage ich. Sind im Kleiderschrank. Ich zögere. Möchtest du dir auch ein Oberteil leihen? Ich habe nämlich sogar genau das, das zu deinem Rock gehört. Rosa Kaschmir. Au ja! Suess kommt herein und sieht einfach umwerfend aus. Bex, bist du wirklich ganz sicher, dass du nicht mit willst? Tarquin kommt auch und ich weiß, dass er sich freuen würde, dich zu sehen. Aha. Ich habe Mühe, kein allzu entsetztes Gesicht zu machen. Er ist also in London? Nur für ein paar Tage. Suess sieht mich etwas traurig an. Also, wenn Luke nicht wäre, Bex, ich glaube, Taki mag dich immer noch. Ach, so ein Quatsch, beeile ich mich zu widersprechen. Mein erstes und letztes Rendezvous mit Tarquin ist eine der Begebenheiten, an die ich mich am liebsten nie, nie wieder erinnern möchte. Suess zuckt mit den Schultern. Also, bis später dann. Ich warte, bis die Wohnungstür ins Schloss gefallen ist und wende mich wieder meinem ersten Kapitel zu. Geld ist sehr … Eigentlich hatte Suess doch recht. Ich muss mal Pause machen. Ich gehe ins Wohnzimmer und nehme mir die Tettler. Gedanken verloren überfliege ich das Inhaltsverzeichnis und schon habe ich etwas Interessantes gefunden. Ein kleines Bild von Luke. Mit der Bildunterschrift »Alles über Brandon«, Seite 74. Ich schlage Seite 74 auf und lasse den Blick über die Seite gleiten, wo einige der Köpfe und Macher mit ihren besseren Hälften abgebildet sind. Vielleicht ist ja auch ein Bild von mir drin, zusammen mit Luke. Da ist er ja. Nummer 34. Und nur er. Dasselbe offizielle Foto wie vorne, auf dem von mir weit und breit nichts zu sehen ist. Aber ich verspüre schon etwas wie Vorfreude, als ich das Kästchen mit der Überschrift »Das Wichtigste« in Kürze erreiche. Jetzt komme nämlich ich. Zurzeit liiert mit der Fernsehgröße Rebecca Bloomwood. Oder vielleicht … Luke James Brandon, Alter 34, Studium Cambridge, Status Single. Single? Luke hat denen gesagt, er sei Single? Und auf einmal habe ich genug. Ich habe genug davon, ständig in Unsicherheit gestürzt zu werden, zu glauben, ich sei paranoid und herumzuretseln, was wohl gespielt wird. Mit zitternden Fingern nehme ich den Telefonhörer ab und wähle Lukes Nummer. Ja, sage ich, nachdem seine Stimme auf dem Anrufbeantworter verstummt ist. Ja, schön. Wenn du Single bist, Luke, dann bin ich auch Single, okay? Und wenn du nach New York ziehst, dann ziehe ich eben in die äußere Mongolei. Und wenn du … Becky? Auf einmal habe ich Lukes Stimme im Ohr. Was redest du denn da für ein Quatsch aufs Band? Das ist kein Quatsch. Wenn du Single bist, bin ich auch Single? Was soll das sein? Der Text von einem neuen Popsong? Ich habe von dir geredet. Und davon, dass du der ganzen Welt erzählt hast, du seist Single. Wann soll denn das gewesen sein? Steht im Tettler. Und da steht, dass du Single bist. Werde ich zitiert? Ähm, nein, sage ich nach kurzem Zögern. Aber die haben dich doch bestimmt gefragt … Sie haben mich gefragt, sagt er. Und ich habe gesagt, kein Kommentar. Oh. Warum hast du nicht gesagt, dass du mit mir zusammen bist? Liebling, willst du wirklich, dass sich die Medien auf unser Privatleben stürzen? Natürlich nicht. Ich verknote meine Hände. Aber du … Du hast es den Medien gesagt, als du mit Sascha zusammen warst. Sascha ist Lukes Ex-Freundin. Ich glaube einfach nicht, dass ich das gerade gesagt habe. Luke seufzt. Becky, Sascha hat den Medien von uns erzählt. So ist sie nun mal. Oh, aber du hast recht. Ich hätte dich warnen sollen. Tut mir leid. Schon gut, sage ich verlegen. Ich hätte wohl nicht so voreilige Schlüsse ziehen sollen. Alles wieder in Ordnung? Was ist mit New York? Ist das auch eine falsche Information? Es folgt ein langes, fürchterliches Schweigen. Was hast du über New York gehört? fragt Luke schließlich. Oh Gott. Ich … ich weiß nicht. Ich habe nur … Becky, es gibt da ein paar Sachen, die ich mit dir besprechen muss. Aber nicht jetzt. Okay, sage ich angsterfüllt. Wir reden darüber, wenn ich wieder da bin, ja? Am Samstag. Auf der Hochzeit. Und bevor ich noch irgendetwas sagen kann, hat Luke schon aufgelegt. Anwich Bank, Fulham Road, London. 11. September 2000 Sehr geehrte Miss Blumwood, ich beziehe mich auf mein Schreiben vom 8. September und kann Ihnen mitteilen, dass ich Ihre Unterlagen inzwischen sehr gründlich studiert habe. Ihr derzeitiger Dispositionskreditrahmen ist unverhältnismäßig großzügig. Aus den Unterlagen erschließt sich für mich keine plausible Begründung für diese exzessive Anhäufung von Schulden. Ich muss Sie dringend bitten, einen Gesprächstermin mit mir zu vereinbaren, damit wir Ihre Lage erörtern können. Mit freundlichen Grüßen, John Gavin, Leiter Kreditabteilung. Als ich Samstagvormittag um 10 bei meinen Eltern vorfahre, herrscht auf der Straße schon richtige Feststimmung. Wirklich merkwürdig. Tom Webster heiratet. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der Tom Webster heiraten möchte. Lucy macht es offenbar nichts aus, dass Tom feuchte Hände hat. Und ihm macht es offenbar nichts aus, dass sie so platte, langweilige Haare hat. Sowas nennt man wohl romantisch. Ehrlich gesagt, bin ich nicht wahnsinnig scharf darauf, Lucy wiederzusehen. Wir sind uns vielleicht zweimal begegnet und haben uns nicht besonders gut verstanden. Was wahrscheinlich daran lag, dass sie dachte, ich sei in Tom verliebt. Naja, wenn Luke erstmal da ist, werde ich endlich allen zeigen, dass sie sich gründlich getäuscht haben. Ich marschiere auf unsere Haustür zu und schließe auf. Meine Eltern sind in der Küche. Mein Vater trinkt Kaffee, während meine Mutter Sandwiches schmiert. Ich finde das einfach nicht richtig, sagt sie. Es ist nicht richtig. Die regieren schließlich unser Land. Sieh sie dir doch mal an. Geschmacklose Jacketts, fürchterliche Krawatten. Glaubst du wirklich, die Regierungsfähigkeit wird davon beeinflusst, was man anhat? Hi Mom, sag ich. Hi Dad. Becky, du meinst doch auch, dass Gordon Brown sich ein bisschen besser anziehen sollte, oder? Weiß nicht, weiche ich aus. Vielleicht. Siehst du, Becky findet das auch. So, und jetzt lass dich anschauen, Liebes. Ich trage ein Kleid und einen Blazer in Knallpink, ein Hut mit Federn und wunderschöne schwarze Satinschuhe. Du siehst zauberhaft aus, Becky. Und wo ist Luke? Parkt er das Auto? Luke kommt später nach. Ach, er kommt heute Morgen erst aus Zürich wieder, erkläre ich. Aber er wird rechtzeitig hier sein, versprochen. Er weiß doch, dass die Trauung um zwölf ist, oder? Ja, keine Panik, er wird schon rechtzeitig hier sein. Mir ist bewusst, dass ich etwas schnippisch klinge, aber ich kann nichts dagegen tun. Luke wollte mich anrufen, sobald er gelandet ist, und das hätte vor einer halben Stunde sein sollen. Ich hab noch nichts gehört. Aber egal. Er hat versprochen zu kommen. Kann ich irgendwas helfen? Versuche ich, das Thema zu wechseln. Ach, sei doch so lieb und bring die hier nach oben, sagt Mom und schneidet die Sandwiches energisch in Dreiecke. Maureen ist extra gekommen, um Janice die Haare zu machen. Um Lucy nicht im Weg zu sein. Kaum bin ich oben, höre ich auch schon den Föhn aus Moms und Dads Schlafzimmer. Als ich hineingehe, sehe ich Janice im Morgenmantel auf dem Hocker aus dem Ankleidezimmer sitzen. Maureen, die nun schon seit Jahren Moms und Janice Haare macht, fuchtelt mit einem Föhn herum. Und dann sitzt da noch eine mir unbekannte Frau mit einem violetten Seidenkostüm auf der Bank. Am Fenster und raucht. Hallo Janice, sage ich. Wie fühlst du dich? Ein bisschen wackelig in den Knien. Kaum zu glauben, dass Tom jetzt heiratet. Janice drückt meine Hand. Für dich ist das sicher auch ein schwieriger Tag. Ich hab's gewusst. Sie glaubt immer noch, dass ich in Tom verliebt bin. Becky? Die Frau am Fenster wendet sich mir zu und sieht mich misstrauisch an. Das ist Becky? Keine Spur von Freundlichkeit auf ihrem Gesicht. Oh Gott. Jetzt sag nicht, die glaubt auch, ich sei in Tom verschossen. Denn sind Sie wohl Lucys Mutter? Ja. Ich bin Angela Harrison. Die Mutter der Braut. Ist bestimmt wahnsinnig aufregend für sie. Ja, natürlich. Und Tom liegt Lucy zu Füßen. Guckt andere Frauen nicht einmal an. Sie bedenkt mich mit einem ziemlich harten Blick, und ich lächle unsicher zurück. Also, mal im Ernst, was soll ich denn machen? Tom sagen, dass er der hässlichste Kerl ist, den ich kenne? Ist Luc auch da, Becky? fragt Janice mit einem hoffnungsvollen Lächeln. Nein, noch nicht, sage ich. Er ist vermutlich aufgehalten worden. Wieder herrscht Stille. Aber ich bekomme durchaus mit, wie vielsagende Blicke gewechselt werden. Aufgehalten, wiederholt Angela. Na, so eine Überraschung aber auch. Was meint sie denn jetzt damit? Er kommt direkt aus Zürich, erkläre ich. Ich vermute, dass er einen Flug Verspätung hat. Wir reden doch von Luke Branton, oder? fragt Angela und zieht an ihrer Zigarette. Dem berühmten Unternehmer. Äh, ja, sage ich verdutzt. Und das ist ihr Freund? Ja. Betretenes Schweigen. Und dann fällt mein Blick auf die Ausgabe des Teddler, die neben Janice Hocker auf dem Boden liegt. Oh Gott. Wir freuen uns darauf, ihn kennenzulernen, sagt Angela und bläst Rauch in die Luft. Stimmt's nicht, Janice? Janice weicht meinen Blick aus. Und Maureen tut, als würde sie etwas in ihrem Kosmetikkoffer suchen. Moment mal. Die glauben doch wohl nicht, dass ich mir nur ausgedacht habe, dass ich mit Luke zusammen bin? Ich guck mal eben, ob Mom mich braucht. Meine Mutter ist auf dem oberen Treppenabsatz damit beschäftigt, die Auflagen der Gartenmöbel in durchsichtige Plastiktüten zu packen, aus denen sie dann mit Hilfe des Staubsaugers sämtliche Luft heraussaugt. Ich habe dir übrigens auch ein paar von diesen Tüten bestellt, ruft sie mir, um den Staubsauger zu übertönen, zu. Und Truthanfolie, eine Kasserole, eine Poschierpfanne für die Mikrowelle, die hatten so ein tolles Freundschaftswerbungsangebot. Für eine Werbung bekommt man ein ganzes Set Tontöpfe. Also habe ich dich geworben. Ein toller Katalog übrigens. Mom? Herrliche Bettwäsche. Mom, jetzt hör mir doch mal zu. Du glaubst mir doch, dass ich mit Luke zusammen bin, oder? Es dauert mir einen Tick zu lange, bis die Antwort kommt. Aber natürlich, sagt sie. Entsetzt starr ich sie an. Nein, tust du nicht. Ihr glaubt alle, dass ich mir das nur ausgedacht habe. Becky, du darfst nicht vergessen, dass du uns allen mal erzählt hast, ich würde jemand belästigen. Und das haben wir dir auch geglaubt. Und dann stellte sich heraus, dass, na ja, dass das nicht ganz stimmte, oder? Gut, vielleicht habe ich mal vorgegeben, belästigt worden zu sein. Hätte ich nicht tun sollen. Aber mal im Ernst, nur weil man eine kleine Geschichte erfunden hat, muss man doch nicht gleich als Totalspinner abgestempelt werden, oder? Und dazu kommt natürlich, dass wir ihn noch nie wirklich gesehen haben. Also nicht in Fleisch und Blut und so. Und dann dieser Artikel, in dem stand, dass er Single ist. Er hat nicht gesagt, dass er Single ist. Er hat gesagt, kein Kommentar. Wir sehen uns unverwandt an. Und auf einmal erkenne ich die Anspannung in Moms Gesicht. Sie wünscht sich nicht sehnlicher, als Janice zu beweisen, dass sie sich getäuscht hat. Und was passiert? Ich bin wieder mal allein aufgetaucht. Er kommt schon noch. Ja, natürlich, sagt Mann betont fröhlich. Und sobald er da ist, müssen die anderen alles zurücknehmen, was sie gesagt haben. Um zwölf Uhr ist Luke immer noch nicht da. Das ist ein Albtraum. Ich hänge bis zur letzten Sekunde vor der Kirche herum und hoffe, gegen jede Hoffnung, ihn die Straße entlang rennen zu sehen. Aber der Rolls-Royce ist längst da und von Luke keine Spur. Die Wagentür öffnet sich und als ich ein Zipfel Brautkleid erhasche, ziehe ich mich ganz schnell in die Kirche zurück. Angela Harrison wirft mir finstere Blicke zu und auf der Brautseite der Kirche wird mächtig getuschelt. Was zum Teufel hat sie denen eigentlich erzählt? Der Gottesdienstrau streichlich verschwommen an mir vorüber. Tom und Lucy schreiten hinaus und die Gäste Schar um sie herum schmeißt mit Konfetti. Ich stehle mich unbemerkt davon und eile wie von Sinnen die Straße hinauf zum Haus der Websters. Denn jetzt muss Luke ja da sein. Er muss. Er hat sich verspätet und beschlossen, nicht mehr zur Kirche zu kommen, sondern direkt zum Empfang zu gehen. Aber das Festzelt ist leer. Absolut leer. Ich hetze weiter zu meinem Elternhaus. Aber da ist er auch nicht. Nicht in der Küche, nicht oben. Durchs Fenster sehe ich, wie Tom und Lucy und die Gäste langsam den Nachbargarten bevölkern. Ich muss da runter. Ich muss mich zeigen. Und wenn es nur für eine halbe Stunde ist. Ich zwinge mich rüber, zu den Websters zu gehen und schlüpfe unauffällig durch einen Seiteneingang in das Festzelt. Ich setze mich an einen freien Tisch und bekomme schon nach kurzer Zeit von einer der Kellnerinnen ein Glas Sekt serviert. Ich sitze eine ganze Weile einfach nur da, nippe an meinem Drink, beobachte die Leute und entspanne mich ein wenig. Dann raschelt es. Mein Blick geht nach oben und das Herz rutscht mir in die Hose. Direkt vor mir steht in ihrem wunderschönen Brautkleid Lucy. Hallo, Rebecca, flötet sie. Hi. Wir haben uns gerade gefragt, ob Luke wohl schon da ist. Naja. Ich meine nur, er ist immer noch nicht da. Bisschen komisch, oder? Sie zieht ganz unschuldig die Augenbrauen hoch. Über Lucys Schulter hinweg sehe ich Angela Harrison. Die Häme steht ihr ins Gesicht geschrieben. Lucy sieht mich pseudobesorgt an. Vielleicht ist er aufgehalten worden in Zürich, oder wo war er doch gleich? Ich sehe in ihr selbst gefälliges, spöttisches Gesicht. Er ist hier, höre ich mich sagen. Er ist hier? fragt Lucy. Ja, natürlich. Aber wo denn? Da drüben, sage ich und zeige mitten in die Menge. Guck doch mal, er winkt mir. Wo? kreischt Lucy, die ihn in der Menschenmenge einfach nicht ausmachen kann. Ach, jetzt ist er verschwunden, sage ich. Er holt mir bestimmt was zu trinken, oder so. Und wieso war er nicht in der Kirche? Er wollte die Trauung nicht stören, sage ich nach kurzer Pause, und zwinge mich zu einem natürlichen Lächeln. So, jetzt will ich dich aber nicht weiter mit Beschlag belegen. Du hast ja auch noch ein paar andere Gäste. Lucy raschelt zu ihrer Mutter. Sofort rottet sich ein kleines Grüppchen um sie zusammen, das aufgeregt huschelt und aus dem mir immer wieder Blicke zugeworfen werden. Eine der Brautjungfern stürmt zu einer anderen Gruppe von Gästen, die auch auf einmal ständig zu mir sehen. Dann rennt eine zu einer dritten Gruppe. Die Sache hat Ähnlichkeit mit dem Ausbruch eines Buschfeuers. Es dauert nicht lange, bis alle glauben, Luke sei irgendwo hier. Toms Oma hat mir sogar schon verraten, dass sie ihn entdeckt hat, und dass er ein sehr gut aussehender junger Mann ist, und ob ich dann wohl die nächste sei. Bitte aufstellen zum Gruppenfoto, verkündet Lucy und rauscht auf mich zu. Alle aufstellen bitte! Wo ist Luke? Der redet gerade mit irgendeinem Typen, gebe ich prompt zur Antwort. Na dann stell ihn mir jetzt aber auch endlich mal vor, sagt Lucy. Ich hab ihn ja immer noch nicht kennengelernt. Okay, sage ich und lächle sie fröhlich an. Ich trinke einen Schluck Sekt, blicke auf und sehe Mom auf mich zukommen. Ich schlüpfe schnellstens aus dem Zelt und steuere den Garten an. Hinter einem Baum lasse ich mich fallen, trinke meinen Sekt und starre blicklos in den blauen Nachmittagshimmel. Und dort bleibe ich erst mal ein Weilchen sitzen. Stunden, glaube ich, bis der Wind etwas zu kühl wird. Ich rapple mich also wieder auf, schlendere zurück und schlüpfe unauffällig ins Zelt. Da ist sie! ertönt eine Stimme hinter mir. Mich packt das blanke Entsetzen. Die gesamte Hochzeitsgesellschaft hat sich in fein säuberlichen Reihen in der Mitte des Festzeltes aufgestellt und der Fotograf fummelt an seinem Stativ herum. Becci, wo ist Luke? fragt Lucy. Mist, Mist. Ähm, im Haus vielleicht? Nein, sagt eine Brautjungfer. Da habe ich gerade nachgesehen. Ja, dann wird er wohl im Garten sein. Aber du warst doch eben im Garten, sagt Lucy. Irgendwo muss er doch sein, ruft eine Frau beschwingt. Wer hat ihn denn zuletzt gesehen? Totenstille. 200 Menschen glotzen mich an. Ich begegne Mams besorgten Blick und weiche ihm ganz schnell wieder aus. Wer hat ihn denn überhaupt gesehen? Lucy sieht sich unter den versammelten Gästen um. Wer von euch kann von sich behaupten, Luke Brandon in Fleisch und Blut gesehen zu haben? Wer? Ich, krächzt ein wackeliges Stimmchen von hinten. Ein so gut aussehender junger Mann. Außer Toms Oma, sagt Lucy und verdreht die Augen. Also? Wieder schweigen. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, triumphiert Lucy. Er ist nämlich nie hier gewesen, stimmt's? Du bist überhaupt nicht mit Luke Brandon zusammen, stimmt's? Das gibt es alles doch bloß in deiner armseligen kleinen Fantasiewelt. Das ist nicht wahr. Luke und ich sind zusammen. Aber als ich die vielen auf mich gerichteten Gesichter sehe, bin ich mir dessen gar nicht mehr so sicher. Ich meine, wenn wir zusammen wären, wäre er ja wohl hier, oder? Und ohne noch irgendjemanden direkt anzusehen, gehe ich rückwärts aus dem Zelt. Die ist doch nicht ganz dicht, höre ich Lucy sagen. Also wirklich, Tom, die ist ja gemeingefährlich. Sie sind gemeingefährlich, junges Fräulein, höre ich Mom parieren. Janice, ich begreife nicht, wie du es zulassen kannst, dass deine Schwiegertochter sich so ungehobelt aufführt. Komm, Graham, wir gehen. Kurz darauf sehe ich Mom mit Dad im Schlepptau aus dem Zelt stelzen. Und ich weiß genau, dass sie sich mit einer beruhigenden Tasse Tee in unsere Küche setzen werden. Aber ich gehe ihnen nicht nach. Ich will allein sein. Als ich weit genug weg bin, lasse ich mich aufs Gras sinken, vergrabe mein Gesicht in den Händen und spüre, wie mir die Tränen über die Wangen laufen. Ein paar Kinder spielen im Garten Ball. Ab und zu landet er in meiner Nähe. Aber ich rühre mich nicht. Ich wünschte, ich könnte für immer hier sitzen bleiben und müsste niemanden von denen jemals wiedersehen. Und dann höre ich meinen Namen. Als ich aufsehe, macht mein Herz einen riesigen Sprung. Luke. Er trägt einen Cut und hält zwei Gläser Sekt in der Hand. Er hat noch nie so gut ausgesehen. Es tut mir leid, sagt er, als er sich neben mich setzt und mir ein Glas reicht. Ich hatte wirklich schon fast geglaubt, dass Lucy recht hatte und Luke nur in meiner Fantasiewelt existierte. Wurdest du aufgehalten? Frage ich schließlich. Einer der Passagiere hatte einen Herzinfarkt. Das Flugzeug wurde umgeleitet. Er runzelt die Stirn. Alles in Ordnung? Nein, sage ich und reibe mir über die Wange. Es war furchtbar. Alle glauben, dass ich hinter dem Bräutigam her bin. Hinter dem Bräutigam? Du meinst diese bleichgesichtige Nullität namens Tom? Ja, genau den. Ich muss unwillkürlich ein bisschen kichern, als ich Luchs Gesicht sehe. Ich habe ihn gerade gesehen und seine ausgesprochen unentzückende Frau. Sie sah ziemlich verblüfft aus, mich zu sehen. Geradezu geplättet, könnte man sagen. Und die meisten anderen Gäste auch. Er sieht mich fragend an. Gibt es da etwas, das ich wissen sollte? Ähm, nichts Wichtiges. Dachte ich mir schon, sagt Luke. Er nimmt meine Hand und ich lasse es geschehen. Dann sitzen wir eine Weile schweigend da. Und? Wie ist es gelaufen in Zürich? Becky, ich muss dir etwas sagen. Ich ziehe nach New York. Mir wird ganz kalt und schwer. Das wäre dann also die Krönung dieses Katastrophentages. Luke verlässt mich. Es ist aus. Verstehe. Und ich hoffe wirklich sehr, dass du mitkommst. PG&I First Bank Visa Camel Square, Liverpool 19. September 2000 Sehr geehrte Miss Blumwood, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr Kreditrahmen erweitert worden ist. Ihr neuer Kreditrahmen in Höhe von 10.000 Pfund steht Ihnen ab sofort zur Verfügung und wird auf Ihrer nächsten Kontoübersicht ausgewiesen sein. Mit freundlichen Grüßen, Michael Hunt, Leiter Kundenbetreuung. Ich ziehe nach New York. Luke wird in Zusammenarbeit mit irgendeinem Typen aus der Werbebranche mit Sitz in Washington ein Brandon Communications Büro in New York eröffnen. Und er hat schon mit einigen Leuten gesprochen und geht davon aus, dass ich beim amerikanischen Fernsehen unterkommen kann. Und er hatte deswegen bisher noch nichts gesagt, weil er mir keine falschen Hoffnungen machen wollte, solange noch nichts Konkretes feststand. Aber jetzt sieht es so aus, als wenn alle Investoren mitspielen. In drei Tagen fliegen wir rüber. Luke hat diverse Meetings mit seinen Investoren und ich mit Leuten vom Fernsehen. Und ein bisschen Sightseeing werde ich auch machen. In 72 Stunden bin ich da. Im Big Apple. In der Stadt, die niemals schläft. In … Becky? Das holt mich zurück auf den Boden der Tatsachen. Oder vielmehr auf das Sofa im Set von Morning Coffee. Ich konzentriere mich auf Jane aus Lincoln, die ein Haus kaufen möchte, aber nicht weiß, was für eine Hypothek sie dafür aufnehmen soll. Also, Jane, sage ich und unterdrücke ein Gähnen, Hypotheken sind ein sehr kniffliges Thema. Während ich rede, schweifen meine Gedanken wieder ab nach New York. Obwohl ich noch nie in New York war, verspüre ich jetzt schon eine richtige Affinität zu der Stadt. Ich gucke immer Friends, es sei denn, ich gehe abends mal weg. Mit anderen Worten, Jane, ganz egal, was sie kaufen, erkläre ich verträumt, ob es jetzt ein Duplex an der Fifth Avenue ist oder eine Altbauwohnung im East Village. »Becky, Jane möchte eine Doppelhaushälfte ins Gagnes kaufen,« sagt Emma. »Das waren ja bloß Beispiele. Vom Prinzip her ist es egal, wo man nun etwas kauft.« Wir erstarren für einige Sekunden, und sobald die Erkennungsmelodie aus den Lautsprechern plärrt, rühren wir uns. »Na, Becky, fliegen Sie nach New York oder wie?« erkundigt Rory sich. »Ja,« strahle ich ihn an. »Für zwei Wochen. Dem Team von Morning Coffee erzähle ich noch nicht, dass ich nach New York ziehe. Für alle Fälle. Ich greife nach meiner Tasche, dabei fällt mir doch glatt der Stapel Post heraus. Mist, ich sammle die Briefe ganz schnell wieder auf, damit sie niemand sieht. Aber der blöde Rory hat gute Augen. »Hey, Becky,« lacht er, »habe ich da eben eine letzte Mahnung gesehen?« »Nein,« gebe ich sofort zurück. »Natürlich nicht. Das ist eine Geburtstagskarte. Eine von diesen Scherzgeburtstagskarten. So, und jetzt muss ich aber wirklich los. Ciao.« Luke ist noch in einer Besprechung, als ich komme. Aber das macht nichts, weil seine Assistentin Mel eine Schachtel Toffees hervorholt und mich auf den neuesten Stand bringt. Ich erzähle ihr alles über Toms Hochzeit. Sie erzählt mir von der Schraube aus der Buchhaltung, die sich jeden Morgen übergibt, aber angeblich nicht schwanger ist. »Aber jetzt kommt der Knüller,« sagt Mel. »Ich glaube, Alicia hat eine Affäre mit einem Kollegen.« »Nein, mit wem?« »Mit Ben Bridges. Die beiden hängen ständig zusammen und flüstern. Und dann war ich bei Ratchets. Und wen sehe ich? Alicia und Ben beim heimlichen Mittagessen.« Sie verstummt, als Luke in der Tür auftaucht und einen Herrn in lila Hemd aus seinem Büro führt. »Mel, wären Sie so freundlich, für Mr. Mallory ein Taxi zu rufen, bitte?« »Selbstverständlich.« Mel greift zum Telefon und ich gehe in Lukes Büro. »Hier«, sagt er und drückt mir einen Brief von Housky & Forlano Anwälte für Einwanderungsangelegenheiten in die Hand. Ich werde vor Aufregung ganz hibbelig. »Gehen wir wirklich nach New York?« »Die Flüge sind schon gebucht,« sagt Luke und grinst mich an. »Glaubst du wirklich, dass ich dort Arbeit finde?« »Natürlich, sie werden dich lieben.« Er küsst mich. »Wie geht es deinen Eltern?« »Ach, ganz gut. Sie gewöhnen sich langsam an den Gedanken. Sie waren allerdings ziemlich geschockt, als ich es ihnen erzählt habe. Ich muss zugeben, ich hätte ihnen Luke erst vorstellen können, bevor ich das mit New York erzählt habe. Es war nämlich so, dass ich ins Haus gestürmt bin, wo die beiden immer noch in ihrer Festkleidung mit einer Tasse Tee saßen und freudig verkündet habe, »Mom, Dad, Luke und ich ziehen nach New York!« Woraufhin meine Mutter meinen Vater einfach nur angesehen und gesagt hat, »Oh, Graham, jetzt ist sie völlig übergeschnappt.« Hinterher hat sie zwar gesagt, dass sie das nicht so gemeint habe, aber da bin ich mir nicht so sicher. Und dann haben sie Luke endlich kennengelernt, und er hat ihnen von seinen Plänen erzählt und ihnen erklärt, welche Möglichkeiten ich beim amerikanischen Fernsehen hätte, und ich konnte dabei zusehen, wie meine Mutter langsam das Lächeln erstarb. Aber am nächsten Morgen sprachen Mom und Dad von einer Anzeige in der Sunday Times, in der Ferienhäuser in Florida, angeboten wurden. »Ich muss weitermachen, Becky«, unterbricht Luke mich in meinen Gedanken. »Wir sehen uns heute Abend, okay?« »Okay, bis später dann.« Als ich aus Lukes Büro komme, sitzt Mel nicht an ihrem Schreibtisch. Dafür steht Alicia direkt daneben und sieht sich irgendwelche Unterlagen an. »Guten Tag, Alicia.« Sie fährt zusammen und sammelt in Windeseile die Unterlagen zusammen, die sie gerade studiert hat. »Becky!« »Das gibt's doch gar nicht. Die Finanzexpertin höchstpersönlich.« »Wo ist Mel?« Ich nähere mich ihrem Schreibtisch in dem sicheren Gefühl, irgendetwas auf ihm liegen gelassen zu haben. »Ich weiß nur nicht mehr was. Ein Regenschirm?« »Sie ist Mittagessen gegangen.« Alicia nimmt ein paar Ordner an sich und legt sie in ihren Koffer. »Ich muss weiter.« Ich sehe ihr auf ihrem Weg zu den Aufzügen hinterher. Ich bleibe noch ein paar Sekunden an Mels Schreibtisch stehen und grüble darüber nach, was ich wohl hier abgelegt haben könnte. Es will mir partout nicht einfallen. Naja, dann kann es nicht weiter wichtig sein. Als ich nach Hause komme, sitzt Suess im Flur und telefoniert. »Rate mal, was passiert ist«, fordert sie mich zitternd auf, als sie auflegt. »Hadleys hat mir meine eigene Wohnaccessoireserie angeboten. Du weißt schon, Hadleys, das Kaufhaus? Die wollen, dass ich ihnen eine ganze Kollektion entwerfe. Oh mein Gott, das ist ja der Wahnsinn!« Dieser Typ hat einfach ohne Vorwarnung hier angerufen und gesagt, dass seine Scouts den Verkauf meiner Rahmen beobachtet haben. Und so wie es aussieht, ist das absolut einzigartig. Oh, Suess! Anscheinend verkaufen sich die Rahmen nur in dem Laden, der etwas außerhalb liegt, nicht so gut. In Finchley oder so. Ja, das kann sein. Da war ich, glaube ich, noch nie. Aber er hat gesagt, dass der Absatz in den anderen Läden, in Fullham, Notting Hill und Chelsea, nämlich reißend ist. Ich nehme Suess in den Arm. »Ach, Suess, ich bin so stolz auf dich. Was meinst du, wollen wir heute Abend irgendwo feiern gehen?« »Ach, ich würde so gerne, Bex, aber ich kann nicht. Ich fahre nach Schottland. Tarquin muss jede Minute hier sein. Ich fahre mit ihm zu meiner Tante, zu dieser fürchterlichen Familienfeier.« In dem Moment, in dem sie in ihrem Zimmer verschwindet, klingelt es an der Tür und sie ruft. »Machst du bitte auf, Bex? Das ist er bestimmt!« Ich reiße die Wohnungstür auf. Oh Gott, er sieht ja immer noch so merkwürdig knochig aus. Und seine Klamotten sind so unmöglich wie eh und je. Tweedweste über einem seltsamen, handgestrickten Pullover. Er folgt mir ins Wohnzimmer. »Ich, ich habe gehört, du ziehst nach New York,« sagt Tarquin. »Ja, das habe ich vor. Ich war mal in New York. War nicht ganz das Richtige für mich.« Ich sage gar nichts. Und er sagt auch nichts. Und als die Tür aufgeht, sehen wir beide erleichtert auf. »Hi«, sagt Suess. »Tarkey, ich muss noch eben das Auto holen. Das musste ich nämlich neulich nachts ein paar Straßen weiterparken. Ich hupe, wenn ich vor dem Haus stehe, okay?« »Okay.« Suess verschwindet, ich rutsche verlegen auf dem Sofa herum, und Tarquin streckt die Beine aus und starrt auf seine Füße. »Ich muss jetzt etwas sagen.« »Tarquin, da ist etwas, das ich, das ich dir wirklich gern sagen möchte.« »Ja?« Er reißt den Kopf hoch. »Der Pullover,« sage ich, »der passt wirklich überhaupt nicht zu deiner Weste.« »Soll ich ihn ausziehen?« »Ja.« Wie ein gehorsamer kleiner Junge pellt er sich aus der Weste und dem Pullover. Und es ist kaum zu glauben, wie viel besser er in einem schlichten blauen Hemd aussieht. Fast schon normal. Und plötzlich habe ich eine Idee. Warte mal hier. Ich renne in mein Zimmer und zerre den Pullover hervor, den ich für Luke gekauft habe. Hier, zieh den mal an. Tarquin zieht sich den schlichten schwarzen Pullover über den Kopf, zieht ihn glatt und ist ein neuer Mensch. Auf einmal sieht er richtig gut aus. »Deine Haare«, bemerke ich dann kritisch, »wir müssen was mit deinen Haaren machen.« Zehn Minuten später habe ich seine Haare nass gemacht, geföhnt und mit etwas Gel nach hinten gebändigt. Und er sieht richtig interessant aus. Dann ertönt draußen ein Hupen. Als er zur Tür hinausgeht, wünsche ich ihm von Herzen, dass er Glück hat und bei dieser Party ein nettes Mädchen findet. Er hat es wirklich verdient. Ich schlendere in die Küche, um mir eine Tasse Tee zu machen, und überlege, was ich mit dem Rest des Nachmittages anfangen könnte. Eigentlich hatte ich ja vor, an meinem Selbsthilfebuch weiterzuarbeiten. Ich könnte mich allerdings auch intensiv auf meine bevorstehende Reise vorbereiten, indem ich Manhattan gucke, den hat Suess gestern Abend aufgenommen. Und an dem Buch kann ich auch weiterarbeiten, wenn ich aus New York zurück bin. Ich bin gerade dabei, den Videorekorder anzuschmeißen, als das Telefon klingelt. »Spreche ich zufällig mit Becky Blumwood?« »Ja.« »Hier ist ihr, ähm, Reisebüro,« sagt die Frau und räuspert sich. »Wir wollten nur noch einmal bestätigt haben, in welchem Hotel Sie in New York wohnen. Haben Sie ein Zimmer oder eine Suite reserviert?« »Eine Suite, glaube ich.« »Und wie viel kostet die pro Nacht?« »Das weiß ich nicht,« sage ich. »Na, dann will ich Sie nicht weiter stören. Eine angenehme Reise.« Ich lege auf und gehe stirnrunzeln zum Sofa. »Also das Reisebüro müsste doch eigentlich wissen, wie viel die Suite kostet, oder?« »Ich meine, das ist doch deren Job, oder?« Und dann ertönt Gershwins Rhapsody in Blue und auf dem Bildschirm erscheinen Bilder von Manhattan. »Da fahre ich hin. In drei Tagen bin ich da. Ich kann es kaum noch erwarten.« Amerika ist meine Bestimmung. Wir sind zwar erst seit gestern Abend hier, aber ich bin schon hoffnungslos in New York verliebt. Alles ist so riesig, so luxuriös und irgendwie größer. Ich bin auch völlig hingerissen davon, dass Lukes Mutter Eleanor, die ja in New York lebt, mir schon einen wunderschönen Blumenstrauß zusammen mit einer Einladung zum Landschaft schicken lassen. Und von den Fernsehleuten, mit denen ich mich am Mittwoch treffen werde, ist auch ein Blumenstrauß gekommen. Und dann ist da noch ein Korb voller Obst von jemandem, dessen Namen ich noch nie gehört habe, der mich aber unbedingt kennenlernen möchte. Ich lächle Luke selig an. »Wir sitzen im Restaurant beim Frühstück. Er muss gleich zu seinem ersten Meeting, und ich weiß noch nicht, was ich heute mache.« »Na, und du gehst jetzt bestimmt zum Fitnesstraining,« sagt Luke, als er den Daily Telegraph zusammenfaltet. Er liest jeden Tag alle Zeitungen, die amerikanischen und die britischen. »Zum Fitnesstraining?« »Ich dachte, das hattest du dir für New York vorgenommen,« sagt er und nimmt sich die Financial Times. »Jeden Morgen Sport treiben.« »Gerade als ich so ein Quatsch sagen will, fällt mir ein, dass ich im Eifer des Gefechtes gestern Abend eine Äußerung in dieser Richtung gemacht haben könnte. Nach dem zweiten Martini.« »Und was machst du dann?« »Mir New York anschauen wahrscheinlich.« »Es gibt einen Stadtrundgang mit Führer, der um elf hier im Hotel losgeht.« »Das hört sich gut an, sage ich. Auf diese Weise lerne ich meine neue Heimatstadt gleich richtig kennen.« »Ich werde Luke zeigen, dass ich eine echte New Yorkerin sein kann. Ich werde zum Fitnesstraining gehen.« »Ich freue mich schon richtig drauf, weil ich letztes Jahr im Ausverkauf dieses abgefahrene DKNY-Sportoutfit gekauft und jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit habe, es anzuziehen.« »Als ich das hotelleigene Fitnesscenter betrete, erhasche ich in einem der vielen Spiegel einen Blick auf mich. Ich bin ganz schön beeindruckt.« »Also ich finde, dass ich deutlich fitter aussehe als so manch andere Gestalt hier.« »Ich meine, sehen Sie sich doch nur mal den Typ in dem grauen T-Shirt da drüben an, den mit der Halbglatze. Der sieht ja aus, als wenn er noch nie im Leben ein Fitnessstudio von innen gesehen hätte.« »Ich steuere ein Laufband an, stelle mich drauf und betrachte die Knöpfe vor mir. Auf einem Display blinkt das Wort Dauer, und nach kurzem Überlegen gebe ich 40 Minuten ein. Dann blinkt das Wort Programm auf, und ich entscheide mich für Everest. Das hört sich doch viel interessanter an als Bergwanderung.« Dann blinkt Stufe. »Hm.« Der Typ mit der Halbglatze steigt auf das Laufband neben mir, und ich lehne mich zu ihm hinüber. »Entschuldigen Sie bitte«, spreche ich ihn höflich an. »Wissen Sie, welche Stufe ich nehmen sollte?« »Kommt drauf an«, sagt der Typ. »Wie fit sind Sie denn?« »Na ja«, sage ich und lächle bescheiden. »Wissen Sie.« »Ich mache Stufe 5, falls Ihnen das irgendwie weiterhilft,« sagt der Typ und tippt seine Daten in den Laufcomputer ein. »Okay, danke.« »Also wenn der Stufe 5 nimmt, dann kann ich ja wohl mindestens Stufe 7 nehmen. Ich gebe also 7 in meinen Laufcomputer ein und drücke dann auf Start. Das Laufband fängt an zu laufen, und ich laufe mit. Ach, es ist ja richtig angenehm. Es ist mir sogar viel zu lasch. Ich hätte doch noch eine Stufe. Moment. Das Band richtet sich auf. Und es läuft schneller.« »Aber okay, darum geht es schließlich, oder? Ein bisschen gemütlich joggen. So lange es nicht noch. Jetzt richtet sich das Band noch mehr auf. Oh Gott. Und es wird schneller. Und schneller. Mein Gesicht ist rot. Meine Brust tut mir weh. Ich schnappe verzweifelt nach Luft. Fieberhaft drücke ich auf den Tasten herum, aber das Band läuft weiter in dieser wahnwitzigen Geschwindigkeit. Und auf einmal wird es noch einen Tick schneller. Oh nein, bitte, nein!« Der Typ mit der Halbglatze sieht in meine Richtung. »Miss, geht es Ihnen gut?« In Windeseile drückt er auf einen Knopf, woraufhin sein Band zum Stehen kommt. Dann springt er herunter und drückt an meinem Gerät auf einen Knopf. Das Laufband wird langsamer und kommt ziemlich abrupt zum Stillstand. Ich breche an einer der Seitenstangen zusammen und dringe nach Atem. »Hier, trinken Sie etwas Wasser«, sagt der Mann und reicht mir einen Becher. »Danke«, sage ich immer noch keuchend. »Ich glaube, ich bin die amerikanischen Geräte nicht gewöhnt.« »Die können ganz schön heikel sein, obwohl das hier aus Deutschland stammt.« »Aha, ja. Gut, wie dem auch sei. Vielen Dank für Ihre Hilfe.« »Kein Problem«, sagt der Typ. Und als er sich wieder auf sein Laufband schwingt, sehe ich, dass er lächelt. Ich mache mich geduscht und umgezogen auf den Weg ins Foyer, um mich dort mit der Stadtrundgang-Truppe zu treffen. Einige Touris haben sich bereits versammelt und lauschen einem eifrigen jungen Mann, der etwas über die Freiheitsstatue erzählt. »Hallo«, unterbricht er seinen Vortrag, als ich mich nähere. »Möchten Sie auch an dem Stadtrundgang teilnehmen?« »Ja.« »Ihr Name?« »Rebecca Bloomwood.« »Na dann, herzlich willkommen, Rebecca. Ich bin Christoph.« »Okay, na dann kann's ja losgehen.« Er geht uns voran aus dem Hotel auf die Straße. Alle anderen folgen ihm strammen Schrittes, während ich wie ein Hans gucke in die Luft langsam hinterher schlendere. Dann lasse ich den Blick Etage für Etage an den Wolkenkratzern herabwandern, bis er die Schaufenster erreicht. Und da bleibt er an zwei Wörtern hängen. Prada und Schuhe. Oh, Prada-Schuhe. Direkt vor meiner Nase. »Rebecca?« Ich zucke zusammen und drehe mich um. Meine Stadtrundgang-Gruppe ist etwa 20 Meter weiter stehen geblieben und glotzt mich an. »Sorry.« Ich reiße mich von diesem Schaufenster los. »Später ist noch genug Zeit zum Einkaufen«, informiert Christoph mich fröhlich. »Ich habe den anderen gerade erzählt, dass wir uns auf der East 57th Street in Richtung Fifth Avenue bewegen.« »Super.« »Die Fifth Avenue teilt die Stadt in die East Side und in die West Side.« »Ich bemühe mich, interessiert auszusehen. Aber es geht nicht. Ich kann nicht zuhören.« »Kommen Sie, das hier ist die Fifth Avenue.« »Soweit das Auge reicht, ein irrer Laden neben dem anderen.« »Da drüben ist Gucci.« »Und da ist der größte Gap, den ich je gesehen habe.« »Und da drüben?« »Oh mein Gott.« »Da ist Sex Fifth Avenue.« »Gleich da drüben.« »Eines der berühmtesten Kaufhäuser der Welt.« »Hey!« »Oh Gott sei Dank.« Endlich kommt Christoph zur Vernunft und bleibt stehen. »Das ist eines der berühmtesten Wahrzeichen der Stadt. Das Gebäude wurde 1888 fertiggestellt,« sagt Christoph. »Es wurde von James Renwick entworfen.« »Nun kommt schon, denke ich, ungeduldig, als noch eine Frage zur Architektur gestellt wird. Wen interessiert denn das Mauerwerk? Drinnen wird es doch erst richtig interessant.« »Sollen wir hineingehen?« fragt Christoph schließlich. »Unbedingt,« plädiere ich erleichtert für seinen Vorschlag und stürme sofort in Richtung Eingang. Doch als ich die Tür aufziehen will, fällt mir auf, dass die anderen mir nicht gefolgt sind. Verwirrt sehe ich mich um und stelle fest, dass der Rest der Truppe eine große Kirche betritt, an der ein Schild mit der Aufschrift »St. Patrick's Cathedral« hängt. »Oh, verstehe.« »Klar, sicher.« Ich zögere. Andererseits, wie viele Kathedralen haben wir in England? Und wie viele Sex Fifth Avenue?« Ich drücke die schweren Holztüren auf. »Ich liebe es, im Ausland einzukaufen.« Natürlich macht Einkaufen überall Spaß, aber Shopping im Ausland hat auch ganz klare Vorteile. Erstens, man kann Sachen kaufen, die es in England nicht gibt. Zweitens, man kann ein bisschen damit angeben, wenn man wieder zu Hause ist. Das? Ach, das habe ich aus New York mitgebracht. Drittens, ausländisches Geld zählt nicht. Okay, schon gut, der letzte Punkt stimmt nicht ganz. Natürlich weiß ich auch, dass der Dollar richtiges Geld ist. Aber jetzt gucken Sie sich das Geld doch mal an. Das kann man einfach nicht ernst nehmen. Ich habe einen ganzen Packen davon in meinem Portemonnaie. Ich komme mir hervor, als würde ich die komplette Monopoly-Bank mit mir herumschleppen. Ich streife also durch die Taschenabteilung und achte im Grunde überhaupt nicht auf die Preise. Denn wie jedermann weiß, ist in Amerika alles wahnsinnig billig. Ich entscheide mich für eine wunderschöne, gelb-braune Ledertasche von Kate Spade und bringe sie zur Kasse. Sie kostet 500 Dollar. Das hört sich ganz schön viel an. Aber eine Million Lire hört sich auch viel an, oder? Und das sind nur ungefähr 50 Pens. Als die Verkäuferin mir den Bon reicht, sagt sie irgendetwas von Geschenk und ich strahle sie glücklich an. Das ist absolut geschenkt. Also in London würde sie wahrscheinlich doppelt so viel kosten. Gina, gehst du nach oben? unterbricht mich die Frau, um eine Kollegin anzusprechen. Gina begleitet sie in den siebten Stock, lächelt sie mich an. Gut, okay. Gina winkt mich zu sich und nach kurzem Zögern folge ich ihr. Erst als wir uns in einer Abteilung mit dem Schild »Hier wird ihr Geschenk verpackt« nähern, wird mir klar, worum es geht. Als ich was von »Geschenk« gefaselt habe, hat die Verkäuferin wohl gedacht, dass die Tasche ein Geschenk sein soll. Da wären wir, sagt Gina beschwingt. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, aber da ist Gina auch schon wieder verschwunden. »Haben Sie sich schon für ein Papier entschieden?« fragt mich die Ältere der beiden Damen mit einem strahlenden Lächeln. »Ach, was soll's. Ich lasse sie einpacken. Kostet ja nur sieben Dollar fünfzig. Und dann habe ich wenigstens etwas auszupacken, wenn ich ins Hotel zurückkomme. Ich hätte gern das silberne Papier da. Und lila Geschenkband, bitte.« Die Dame nimmt einen Bogen und packt in Windeseile und mit unglaublichem Geschick meine Tasche ein. »Für wen ist es?« erkundigt sich die Dame, nachdem sie eine Karte aufgeklappt hat. »Ähm, für Becky«, sage ich etwas zerstreut, da soeben ein paar Mädels aufgetaucht sind, deren Gespräch mich leicht ablenkt. »Fünfzig Prozent billiger. Sample Sale. Earl Jeans.« »Und von wem?« erkundigt sich die Packdame freundlich. »Ähm, von Becky«, sage ich ohne nachzudenken. Die Packdame sieht mich reichlich misstrauisch an. »Eine andere Becky«, füge ich verlegen hinzu. »Sample Sale. Achtzig Prozent billiger. Das halte ich nicht länger aus.« »Entschuldigen Sie bitte,« sage ich und drehe mich zu den Mädels um. »Was ist ein Sample Sale?« »Sie wissen nicht, was ein Sample Sale ist?«, fragt eines der Mädchen in Lederjacke. »Ähm, nein.« Das Mädel zieht eine Karte aus ihrer Handtasche. »Das ist ein Sample Sale.« Ich nehme die Karte. »Sample Sale. Designerkleidung 50 bis 70 Prozent reduziert. Ralph Lauren, Comme des Garçons, Gucci. Ist das echt?« »Ja, klar. Aber nur heute. Sample Sales finden ohne große Vorwarnung statt. Also, wenn Sie da noch was abkriegen wollen, sollten Sie sich beeilen.« So schnell war ich noch nie aus einem Laden heraus.« Ich winke ein Taxi heran, lese dem Fahrer atemlos die Adresse auf der Karte vor und sinke dann in den Sitz zurück. Ich habe keine Ahnung, wohin wir fahren. Aber das ist mir auch egal. Solange irgendwo ein Ausverkauf für Designer-Klamotten stattfindet, ist das alles, was ich wissen muss. Das Taxi hält, ich bezahle, und steige mit Herzklopfen aus. Ich stehe in einer Straße mit lauter langweiligen Ladenfronten und Bürogebäuden. Auf der Karte Stand der Sample Sale findet in der Nummer 405 statt, aber Nummer 405 entpuppt sich auch als ein Bürogebäude. Nicht denn hier völlig falsch? Ich drücke die Glastür auf, finde mich in einem schäbigen Foyer wieder und nicke dem Concierge an seinem Tisch nervös zu. »Zwölfter Stock«, sagt er gelangweilt. Ich eile zum Lift und drücke auf die Zwölf. Der Fahrstuhl macht ping, die Türen öffnen sich und … Oh Gott! Überall hängen Klamotten. Tische verschwinden unter Taschen und Schuhen und Tüchern und jungen Frauen, die all das durchwühlen. Ich sichte Strickjacken von Ralph Lauren, einen ganzen Kleiderständer voll mit tollen Mänteln, einen Haufen Pradertaschen. Hey, das hier ist ein wahrgewordener Traum! Ich sehe mich in dem hellen, mit Menschen vollgestopften Raum um. Ich beobachte Mädchen dabei, wie sie hin und her laufen, die Waren anfassen, Tücher anprobieren, sich zahllose schöne neue Sachen über die Arme hängen. Und mich durchströmt eine wohlige Wärme, als mir klar wird. Dies ist mein Volk. Hier gehöre ich her. Am Mittwochmorgen habe ich mein erstes Date mit zwei wichtigen Fernsehleuten von HLBC. Luke hat mir immer wieder gesagt, dass es sich bei diesem Treffen nur um einen Kennenlernlunch handelt. Als ich das Restaurant erreiche, würde ich am liebsten weglaufen. Aber ich muss da jetzt durch. Wenn ich in New York keinen Job bekomme, kann ich nicht nach New York ziehen. Gut. Immer mit der Ruhe schärfe ich mir ein. Ich kann es. Ich kann das hier. Und hinterher gönne ich mir eine kleine Belohnung. In diesem Make-up-Tempel namens Sephora in Soho findet heute bis vier Uhr eine spezielle Promotion-Aktion statt. Jede Kundin bekommt eine Tüte mit Pröbchen. Und wenn man 50 Dollar ausgibt, bekommt man eine Wimperntusche gratis. Na sehen Sie, allein der Gedanke daran richtet mich auf. Ich zwinge mich, die Tür aufzudrücken. Guten Tag, begrüßt mich der Maitre. Hallo, sage ich. Ich bin hier verabredet mit Judd Westbrook und Kent Garland von HLBC. Ah, ja. Ich folge ihm zu unserem Tisch und da sitzen sie. Eine blonde Frau in einem beigefarbenen Hosenanzug und ein Adonis in einem tadellosen schwarzen Anzug mit grau-grüner Krawatte. Die blonde Frau steht dankenswerterweise auf und schüttelt mir herzlich die Hand. Becky, sagt sie. Toll, Sie kennenzulernen. Ich bin Kent Garland. Judd Westbrook, sagt der Mann. Wir haben ihre Bänder gesehen und wir waren ganz schön beeindruckt. Wirklich? Am meisten bewundern wir ja die Engelsgeduld, mit der sie mit diesen Leuten umgehen. Ihre Fähigkeit zu vereinfachen, sagt Kent und sieht mich durchdringend an. Wie kriegen Sie das bloß hin? Ach, wissen Sie, das kommt ganz von selbst, glaube ich. Der Kellner erscheint. Möchten Sie schon bestellen? Ich überfliege schnell die Karte. Ich nehme den, ähm, Barsch, bitte. Und einen grünen Salat. Und zu trinken? fragt der Kellner. Ich weiß nicht, ein Sauvignon Blanc vielleicht? Hört sich gut an, sagt Kent und lächelt so einnehmend, dass ich erleichtert aufatme. Ich nehme einfach noch etwas Pellegrino, fügt sie hinzu und zeigt auf ihr Glas. Ich auch, sagt Judd. Pellegrino? Dann nehme ich auch nur ein Wasser, sage ich schnell. Ich muss keinen Wein trinken. Nein, unterbricht Kent mich. Ich bestehe darauf, dass Sie das trinken, was Sie möchten. Sie lächelt den Kellner an. Eine Flasche Sauvignon Blanc, bitte, für unseren Gast. Na toll. Jetzt denkt sie bestimmt, dass ich eine hoffnungslose Alkoholikerin bin. Aber gut, egal. Ich trinke einfach nur ein Glas. Das Problem ist nur, dass jedes Mal, wenn ich mein Glas austrinke, ein Kellner vorbeikommt und es wieder auffüllt, und ich es wieder austrinke. Und siehe da, am Ende unseres Lunches bin ich ziemlich, nun ja, beschwipst. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil wir uns nämlich richtig gut verstehen und ich jede Menge lustiger Geschichten aus dem Leben hinter den Kulissen von Morning Coffee zum Besten gebe. Kent lächelt mich an. Rebecca, ich habe da etwas ganz Besonderes für Sie. Ich habe eine ganz besondere Einladung zu der Jahreskonferenz des Finanzverbandes. Es verschlägt mir vorübergehend die Sprache. Wirklich, sage ich schließlich. Sie, Sie machen Witze. Wie rette ich mich aus diesem Schlamassel? Wie? Sehen Sie, ich dachte mir, dass Sie sich freuen würden, wenn Sie also heute Nachmittag noch nichts anderes vorhaben. Heute Nachmittag wollte ich eigentlich ins Guggenheim-Museum gehen. Puh, gegen Kultur kann keiner was sagen. Kent sieht enttäuscht aus. Können Sie das nicht verschieben? Nein, leider nicht, sage ich. Es gibt ein ganz bestimmtes Ausstellungsstück, das ich schon sehen will, seit ich sechs war. Wirklich? Ja, seit ich ein Foto davon im Kunstbuch meiner Großmutter gesehen habe, wünsche ich mir nichts sehnlicher, als mal nach New York zu reisen und dieses Kunstwerk zu sehen. Und jetzt bin ich hier und jetzt muss ich es einfach sehen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Ja, natürlich, sagt Kent. Sie und Judd wechseln beeindruckte Blicke. Um was für ein Kunstwerk handelt es sich denn? Okay, schnell, denk nach. Guggenheim, moderne Malerei? Plastiken? Wenn ich doch bloß jemanden anrufen könnte. Oder das Publikum fragen. Kent, sagt Judd und sieht auf die Uhr. Wir müssen jetzt wirklich. Ja, ja, Kent steht auf. Tut mir leid, Rebecca, aber wir haben um halb drei den nächsten Termin. Hat mich sehr gefreut, Sie kennenzulernen. Ich rapple mich auf und folge den beiden aus dem Restaurant. Als ich am Weinkühler vorbeikomme, fällt mir mit Schrecken auf, dass ich fast die ganze Flasche getrunken habe. Aber ich glaube, das hat niemand mitbekommen. Ich bewege mich etwas unsicher auf Sephora zu. Musik dröhnt aus versteckten Lautsprechern, Mädchen und Frauen drängeln sich unter dem Licht der Scheinwerfer und trendige Typen in schwarzen Rollkragenpullis verteilen Tüten mit Pröbchen. Völlig benommen sehe ich mich um. Ich habe noch nie so viel Make-up auf einmal gesehen. Tausende von Lippenstiften, Myriaden von Nagellacken in allen Farben des Regenbogens. Also, das hier ist himmlisch. Verschwommen dringt ein Klingeln in mein Bewusstsein, und irgendwann kapiere ich endlich, dass das mein Handy ist. Hallo? sage ich und presse mir das Gerät ans Ohr. Wer ist da? Ich bin's, sagt Luke. Ich habe gehört, das Mittagessen ist gut gelaufen. Ich habe gerade mit ein paar Leuten von HLBC gesprochen. Du bist anscheinend ziemlich gut angekommen. Du warst sehr unterhaltsam, haben sie gesagt. Und ich war selbst ganz fasziniert von der Geschichte über deinen Kindheitstraum. Kent war ganz schön beeindruckt. Wirklich? Oh ja, ich finde es nur ein bisschen merkwürdig, dass du das Guggenheim-Museum heute Morgen gar nicht erwähnt hast. Beziehungsweise, dass du es überhaupt noch nie erwähnt hast. Ich meine, wenn man bedenkt, dass du dir schon seit deinem sechsten Lebensjahr nichts sehnlicher wünschst. Er hat mich bloß angerufen, um mich zu ärgern, oder? Ich habe das Guggenheim nie erwähnt? Das ist aber komisch. Ja, nicht? Das heißt, du bist jetzt im Guggenheim? Mist. Ja, ich bin jetzt im Guggenheim. Und was genau siehst du dir gerade an? Ach, jetzt hör schon auf. Wie bitte? Sag ich unvermittelt und deutlich lauter. Ach, Entschuldigung, das wusste ich nicht. Luke, ich muss mein Handy ausschalten. Der, ähm, Wärter hier hat mich gerade darauf hingewiesen. Bis später dann. Um sechs an der Bar im Royalton. Da lernst du dann meinen neuen Partner Michael kennen. Und du kannst mir erzählen, was du heute so alles erlebt hast. Leicht beleidigt packe ich mein Handy wieder weg. Pah, dem werde ich es schon zeigen. Ich fahre zum Guggenheim. Jetzt sofort. Sobald ich meine Schminksachen gekauft habe. Ich stopfe meinen Korb bis oben hin voll, eile zur Kasse, unterschreibe den Kreditkartenwisch und gehe hinaus auf die belebte Straße. Ich stehe am Bordstein und will gerade ein Taxi heranwinken, als ich einen traumhaften Laden namens Kates Papatterie entdecke. Ganz unwillkürlich nehme ich die Hand wieder herunter. Marmoriertes Geschenkpapier, eine Dekoupage-Schachtel und mit Perlen besticktes Geschenkband. Also gut, ich springe. Fünf Minuten, höchstens. Und dann fahre ich zum Guggenheim. Ich bestaune das bezaubernd arrangierte Geschenkpapier, die Fotoalben, die Schachteln mit edlem Briefpapier, und da, die Grußkarten. Hier gibt es nicht nur langweilige Karten, auf denen alles Gute zum Geburtstag steht. Hier gibt es handgefertigte Kreationen, auf denen herzlichen Glückwunsch zur Adoption von Zwillingen oder tut mir leid, dass ihr euch getrennt habt, steht. Davon muss ich einfach ein paar haben. Ich meine, Suess und ich könnten doch jederzeit eine Pizzaparty geben. Die sind so süß, mit lauter kleinen glitzernden Pizzastücken an der Seite. Ganz vorsichtig lege ich zehn Schachteln Einladungen in meinen Korb und gehe zur Kasse. Als ich unterschreibe, bemerke ich hinter einem Ständer mit Visitenkarten eine junge Frau, die mir merkwürdig bekannt vorkommt. Ich betrachte sie neugierig, und dann fällt es mir wieder ein. Hallo, sage ich. Haben wir uns nicht neulich beim Sample Sale gesehen? Haben Sie was Schönes gefunden? Doch statt mir zu antworten, wendet sie sich blitzschnell ab und eilt aus dem Laden. Also das ist ja wohl der Gipfel der Unfreundlichkeit. Als ich Kates Papeterie verlasse, werde ich von einer Art Blitz geblendet und ich verziehe das Gesicht und frage mich, obwohl mit Regen zu rechnen ist. Aber der Himmel ist strahlend blau und außer mir scheint niemand dieses Blitzen bemerkt zu haben. Egal. Konzentration. Guggenheim. Entschuldigen Sie bitte, spreche ich eine Passantin an. In welche Richtung liegt denn das Guggenheim? Da, die Straße runter, sagt sie und zeigt mit ihrem Daumen in eine Richtung. Aha, sage ich leicht verwirrt. Danke. Ich dachte, das Guggenheim sei Kilometer weit weg von hier. Aber direkt vor mir hängt ein Schild, auf dem in Riesenbuchstaben Guggenheim steht. Ich öffne vorsichtig die Tür. Und tatsächlich, drinnen ist alles weiß und sehr geräumig. Es steht moderne Kunst auf Sockeln herum, es gibt Sitzmöglichkeiten und die Leute gehen ganz langsam umher und flüstern nur. Wissen Sie was? So sollten alle Museen sein. Klein, aber fein. Und die Sachen sehen wirklich alle ziemlich interessant aus. Diese roten Würfel in der Glasvitrine da zum Beispiel und der abstrakte Druck da an der Wand und die Schachtel mit Bleistiften. Das ist aber merkwürdig, eine Schachtel mit Bleistiften im Museum auszustellen. Ich pirsche mich etwas näher heran und da sehe ich, dass die Bleistifte mit Schriftzügen bedruckt sind. Guggenheim Museum Store. Was? Ich richte mich wieder auf und schaue mich perplex um. Bin ich hier etwa in einem Shop? Jetzt auf einmal sehe ich Sachen, die ich vorher nicht gesehen hatte. Zum Beispiel die beiden Kassen auf der anderen Seite des Raumes. Okay, ich könnte jetzt zum Guggenheim fahren. Ich könnte mir ein Taxi nehmen, dahin fahren und mir den ganzen Nachmittag Kunst angucken. Oder ich könnte mir einfach ein Buch über das Guggenheim kaufen und den restlichen Nachmittag noch ein bisschen einkaufen. Als ich am Royalton ankomme, gebe ich alle meine Tüten und Taschen an der Garderobe ab und mache mich dann auf den Weg in die kleine runde Bar, wo ich mit Luke und seinem neuen Partner Michael Ellis verabredet bin. Ihm gehört eine große Werbeagentur in Washington. Als ich die Bar betrete, sehe ich Luke in dem Dämmerlicht an einem Tisch sitzen. Allein. Hi, sage ich und gebe ihm einen Kuss. Wo ist denn dein Freund? Telefoniert. Wie war das Guggenheim? Schön. Ha, ha. Ich habe im Taxi meine Hausaufgaben gemacht. Was mich besonders fasziniert hat, war eine Serie von Acrylformen, die sich an schlichten euklidischen Prinzipien orientieren. Ach ja? Ja, und übrigens habe ich dir auch etwas mitgebracht. Ich knalle ihm ein Buch mit dem Titel Abstrakte Kunst und Künstler auf den Schoß und trinke einen Schluck von dem Drink, der mir inzwischen serviert wurde. Du warst tatsächlich im Guggenheim. Luke blättert ungläubig durch das Buch. Natürlich. Da ist Michael. Luke klappt das Buch zu. Ich sehe neugierig auf und verschlucke mich um ein Haar an meinem Drink. Michael Ellis ist der Typ mit der Halbglatze aus dem Fitnessstudio. Becky, darf ich vorstellen? Das ist Michael, mein neuer Partner. Wir hatten bereits das Vergnügen, sagt Michael Ellis, schüttelt mir augenzwinkernd die Hand und setzt sich. Becky und ich waren vor ein paar Tagen zusammen im Fitnessstudio. Sie, Sie machen also mit Luke zusammen einen Deal. Wie läuft es denn so? Ich frage nur, um die Aufmerksamkeit von mir und meinem Fitnesstraining abzulenken. Ich rechne damit, dass die beiden anfangen, mir alles lang und breit zu erklären, wozu ich dann in angemessenen Abständen nicken kann, während ich weiter meinem Drink zuspreche. Doch zu meiner Überraschung ist da nur Schweigen. Beunruhigt sehe ich von einem zum anderen. Stimmt etwas nicht? Kommt drauf an, sagt Michael. Er erzählt Luke von seinem Telefonat und ich bemühe mich, dem Gespräch aufmerksam zu folgen. Das Problem ist nur, dass ich leicht beschwipst bin. Wie viel habe ich denn heute getrunken? Ich lehne mich nach hinten, mache die Augen zu und lasse die Unterhaltung an mir vorbeirauschen. Irgendeine Paranoia. Meinen wohl, sie können die Spielregeln ändern, wenn Alicia Billington in London übernimmt. Alicia? Ich rappel mich hoch. Alicia soll das Büro in London übernehmen, aber… Aber was? Fragt Michael. Wieso denn nicht? Sie ist klug, ehrgeizig. Ach, kein bestimmter Grund. Ich kann ja wohl schlecht sagen, weil sie eine blöde Kuh ist. Michael sieht auf die Uhr und kippt den Rest seines Drinks herunter. Tut mir leid, ich muss gehen. Hat mich sehr gefreut, sie kennenzulernen, Becky. Als er die Bar verlässt, lehne ich mich wieder zurück und sehe Luke an. Er starrt angespannt Löcher in die Luft und zerreißt systematisch eine Streichholzschachtel in tausend kleine Schnipsel. Luke, hat der Deal irgendeinen Haken? Nein, alles läuft prima. Komm, lass uns gehen. Am nächsten Morgen wache ich mit einem fürchterlichen Brummschädel auf. Luke ist schon aufgestanden. Er sitzt mit grimmiger Mina am Fenster und telefoniert. Gut, Michael, das könnte sein. Aber ich werde nicht zulassen, dass auch der zweite Deal scheitert. Pause. Okay. Er legt auf und starrt angespannt aus dem Fenster. Luke, was ist los? Er dreht sich um. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Hast du gut geschlafen? Was stimmt nicht mit dem Deal? Alles in bester Ordnung. Luke, ich merke doch, dass irgendetwas los ist. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Soll ich dir Frühstück bestellen? Luke, ich bin doch nicht irgendeine Fremde. Herrgott nochmal, ich bin auf deiner Seite. Also erzähl mir bitte, was los ist. Er atmet laut aus. Einer unserer Investoren wird nervös. Und warum? Weil irgendwelche Scheißgerüchte umgehen, dass wir dabei sind, die Bank of London als Kundin zu verlieren. Selbst ich weiß, wie wichtig die Bank of London für Brandon Communications ist. Sie war eine von Lukes ersten Kunden und noch heute macht seine Firma etwa ein Viertel des Gesamtumsatzes mit der Bank of London. Wer erzählt denn sowas? Wenn ich das nur wüsste, und ich sitze hier in New York, das ist auch nicht sonderlich hilfreich. Du fliegst also zurück nach London? Nein, er sieht auf. Das würde die etwas labile Lage hier womöglich weiter erschüttern. Wenn ich jetzt plötzlich verschwinde... Er schüttelt den Kopf. Und was passiert, wenn dieser Investor sich aus dem Deal zurückzieht? Musst du dir New York dann abschminken? Luke sieht mich an. Mit genau dem ausdruckslosen, unheimlichen Blick, der seinerzeit auf Pressekonferenzen immer wieder bewirkte, dass ich am liebsten weggelaufen wäre. Steht nicht zur Debatte. Aber du musst keine Zweigstelle in New York eröffnen, oder? Ich verstumme, als ich seinen Gesichtsausdruck sehe. Ich muss heute leider bei ein paar Leuten Händchen halten, sagt er unvermittelt. Das heißt, ich schaffe es nicht, mit dir und meiner Mutter Mittagessen zu gehen. Ach, du heiliger Strohsack, das hatte ich ja ganz vergessen. Kann das nicht verschoben werden? Leider nicht, sie hat unglaublich viele Termine. Ich soll allein mit deiner Mutter essen gehen? Bei der Gelegenheit könnt ihr beiden euch besser kennenlernen. Das wird sicher nett. Ich stehe auf und lege die Arme um Lukes Hals. Und jetzt mach dir mal keine Sorgen. Die Leute werden Schlange stehen, um deinen Deal finanzieren zu dürfen. Luke ringt sich ein halbherziges Lächeln ab und küsst meine Hand. Na, hoffentlich. Ich sitze in der Lobby und warte auf Lukes Mutter. Ehrlich gesagt finde ich Lukes Familienstruktur etwas schräg. Er hat einen Vater und eine Stiefmutter in England, die er Mom und Dad nennt. Und dann hat er seine echte Mutter, die sein Vater verlassen hat, als Luke noch klein war, einen reichen Amerikaner geheiratet und Luke bei seinem Vater gelassen hat. Dann hat sie den reichen Amerikaner verlassen und einen anderen, noch reicheren Amerikaner geheiratet. Und dann… war da noch einer? Wie dem auch sei. Luke hat seine richtige Mutter in seiner Jugend anscheinend kaum gesehen. Aber komischerweise vergöttert er sie. In seinem Arbeitszimmer zu Hause hat er ein riesiges Bild von ihr hängen, viel größer als das Hochzeitsbild von seinem Vater und seiner Stiefmutter. Rebecca, reißt mich eine Stimme aus meinen Gedanken. Eine hochgewachsene, elegante Frau in einem blassen Kostüm mit sehr langen Beinen sieht auf mich herunter. Sie sieht wirklich genauso aus wie auf dem Bild. Nur ihre Haut wirkt irgendwie straffer und ihre Augen sind unnatürlich geweitet. Guten Tag. Ich stehe etwas ungelenk auf und strecke ihr die Hand entgegen. Sie sind bestimmt… Eleanor Sherman, sehr erfreut. Luke tut es furchtbar leid, dass er die Verabredung nicht einhalten konnte, richte ich aus und überreiche das Geschenk von ihm. Sie packt es aus und ich mache natürlich Stielaugen. Ein Ermesstuch. Schön, sagt sie bloß und stopft es zurück in die Schachtel. Mein Wagen wartet. Können wir? Mann, oh Mann, ein Wagen mit Chauffeur. Wir fahren los und ich kann nicht umhin, Eleanor unverwandt anzustarren. Aus der Nähe sieht sie doch etwas älter aus, als ich zuerst dachte. In den Fünfzigern. Und obwohl sie wirklich toll aussieht, kommt mir ihre Erscheinung ein bisschen so vor, als wäre jenes glamouröse Foto zu lange der Sonne ausgesetzt gewesen und hätte dadurch an Farbe verloren und wäre dann mit Make-up neu angemalt worden. Sie ist so… perfekt. So gepflegt, wie ich niemals sein könnte. Dabei sehe ich heute ganz nett aus, finde ich. Ich trage zu einem engen schwarzen Rock ein weißes Hemd und schwarze Schuhe mit wahnsinnig hohen Absätzen. Aber jetzt, da Eleanor mich von oben bis unten betrachtet, fällt mir plötzlich auf, dass mein einer Fingernagel ein klein wenig eingerissen ist, dass mein Schuh einen winzigen Schmierfleck an der Seite hat und… Oh mein Gott! Ist das etwa ein Faden, der da aus meinem Rocksaum hängt? Eleanor fasst in ihre Tasche und reicht mir eine winzige Schere mit Schildpadgriffen. Ich schneide den lästigen Faden ab, gebe ihr die Schere zurück und komme mir vor wie ein dummes Schulmädchen. »Engländer sind schlecht und ergreifend nicht in der Lage, sich anständig zurechtzumachen«, sagt Eleanor. »Sie sind doch auch Engländerin, oder nicht? Und sie sehen einfach fantastisch aus.« Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, ein kleines Kompliment loszuwerden. Aber Eleanors Lächeln, er stirbt schlagartig. »Ich bin quasi amerikanische Staatsbürgerin.« »Ja, sicher.« »Mann, das ist richtig harte Arbeit, das hier. Warum konnte Luke denn nicht mitkommen? Oder warum hatte sie nicht an einem anderen Tag Zeit? Man könnte meinen, sie wollte ihn gar nicht sehen.« Ich räuspere mich. »Sie müssen wahnsinnig stolz auf Luke sein. Er ist so erfolgreich. Und fest entschlossen ist, in New York zu schaffen. In Amerika.« Eleanor löchelt mich herablassend an. »Niemand ist wer, bevor er es nicht in Amerika geschafft hat.« »Ähm, ja, natürlich. Wo essen wir zum Mittag?« »Nina Haywood veranstaltet einen kleinen Wohltätigkeitslunch. Kennen Sie die Haywoods? Oder die Van Gelder's?« »Natürlich kenne ich niemanden davon.« Plötzlich hält der Wagen, wir steigen aus und betreten das imposanteste und größte Foyer, das ich je gesehen habe. Ein Mann mit Schirmmütze begleitet uns in einem vergoldeten Aufzug nach oben, wo wir letztlich das Apartment betreten. Die Wohnung ist riesengroß, mit edlem Marmorfußboden und einer doppelt geschwungenen Treppe in die obere Etage. Spindeldürre Damen in teuren Kleidern unterhalten sich angeregt miteinander und Kellnerinnen reichen Champagner, während ein Mädchen in einem geblümten Kleid Harfe spielt. Und das soll ein kleiner Wohltätigkeitslunch sein? Eleanor stellt mich einer Mrs. Parker vor, einem Mr. Wunsch und einer Miss Kutomi, bevor sie mich allein lässt. Ich tue wirklich mein Bestes, um geistreiche Konversationen zu betreiben, obwohl es mich leicht irritiert, dass alle davon ausgehen, ich sei eine gute Freundin von Prinz William. Nun erzählen Sie doch bitte, drängt Mrs. Parker, wie geht der junge Mann denn nun mit diesem enormen Verlust um? Der Junge strahlt eine so natürliche Würde aus, ereifert Mr. Wunsch sich. Sagen Sie, was hat er denn nun eigentlich vor? Will er zum Militär? Davon hat er gar nicht geredet, sage ich hilflos. Die Kellner laufen unauffällig hin und her und verkünden leise, dass in Kürze serviert wird. Alles bewegt sich auf eine große Doppeltür zu, und ich sehe mich suchen nach Eleanor um. Vergebens. Ganz in meiner Nähe sitzt eine alte Dame in schwarzer Spitze auf einem Stuhl und versucht, auf ihren Gehstock gestützt aufzustehen. Kann ich Ihnen helfen? biete ich mich an, als sie den Versuch erfolglos abbricht. Ach, vielen Dank, das ist nett von Ihnen. Die Dame lächelt mich an, als ich sie beim Arm nehme und wir gemeinsam langsam in das prunkvolle Speisezimmer gehen. Margaret, sagt Mrs. Haywood, kommt auf uns zu und streckt der alten Dame die Hände entgegen. Sollen wir mal sehen, wo wir einen Platz für sie finden? Die junge Dame hier war so nett, mir zu helfen, verrät die alte Dame, und ich lächle Mrs. Haywood bescheiden an. Dankeschön, sagt sie abwesend. Wenn Sie dann jetzt bitte etwas Wasser an den Tisch bringen könnten? Gerne, erwidere ich freundlich lächelnd. Kein Problem. Für mich ein Gin-Tonic, bitte, meldet sich ein älterer Herr am Nebentisch zu Wort. Schon unterwegs? Ich bin richtig stolz darauf, dass ich der Gastgeberin helfe. Die Kellner verschwinden immer zu dem einen Ende des Raumes, und ich beschließe ihnen zu folgen. Hinter einer doppelten Schwingtür gelange ich in die Küche. Ich mache mich auf die Suche nach dem Gin. Gerade als ich mich bücke, um eine Schranktür aufzumachen, tippt mir ein Typ mit raspelkurzen, wasserstoffblonden Haaren auf die Schulter. Was machst du da? Ich suche nur den Gin. Dafür haben wir keine Zeit, kläfft er mich an. Ist dir überhaupt klar, dass wir viel zu wenig Personal haben? Das Essen muss auf den Tisch. Zu wenig Personal? Verständnislos sehe ich ihn an. Dann fällt mein Blick auf meinen schwarzen Rock, und mir wird so einiges klar. Ich lache laut auf. Nein, ich bin doch keine … Aber er drückt mir schon eine Platte mit geräuchertem Fisch in die Hand. Hier, los jetzt. Aber ich bin keine … Sofort! Essen auf den Tisch! Er schüchtert mich so ein, dass ich mich ganz schnell verkrümle. Okay. Am besten stelle ich die Platte einfach irgendwo ab und setze mich dann schnell an einen Tisch. Ich gehe ganz vorsichtig ins Speisezimmer zurück, irre zwischen den Tischen umher und suche verzweifelt nach einem Fleckchen, wo ich die Platte abstellen kann. Aber hier gibt es anscheinend überhaupt keine Beistelltische oder freie Stühle. Würden Sie jetzt bitte servieren, zischt mich eine wütende Stimme von hinten an. Schon gut. Wird wahrscheinlich das Einfachste sein, den Fisch jetzt einfach zu servieren. Dann bin ich den wenigstens los und kann mich setzen. Vorsichtig nähere ich mich dem nächsten Tisch. Ähm, möchten Sie etwas geräucherten Fisch? Rebecca? Der elegant frisierte Kopf direkt vor mir dreht sich um, und ich fahre entsetzt zusammen. Elinor sieht aus funkelnden Augen zu mir auf. Was tun Sie da? Ach, wissen Sie, ich wollte nur ein bisschen behilflich sein. Stellen Sie das ab und setzen Sie sich. Ja, natürlich. Ich stelle die Platte mit dem Räucherlachs auf dem Tisch ab und eile auf meinen Platz zu. Als ich mich setze und mir die Serviette auf den Schoß lege, herrscht Schweigen am Tisch. Ich versuche es mit einem kleinen, unbefangenen Lächeln, das aber niemand erwidert. Dann wendet sich eine alte Dame an Elinor und flüstert so laut, dass wir es alle hören können. Die Freundin ihres Sohnes ist Kellnerin? Elinor hat auf der Rückfahrt im Auto nicht viel gesagt, was natürlich heißen könnte, dass sie insgeheim von mir beeindruckt war. Oder auch nicht. Als Luke mich fragte, wie unser Tag war, habe ich den Zwischenfall mit der Fischplatte mehr oder weniger unter den Tisch fallen lassen. Ich habe mich mehr darauf konzentriert, wie begeistert seine Mutter von seinem Geschenk war. Gut, okay, ich habe mich punktuell nicht an die Wahrheit gehalten. Aber hätte ich ihm dann erzählen sollen, wie sie tatsächlich reagiert hat? Jetzt bin ich sogar froh, dass ich ein bisschen dick aufgetragen habe, weil ich ihn nämlich noch nie so glücklich gesehen habe. Er hat sogar extra bei seiner Mutter angerufen, um ihr zu sagen, dass er sich gefreut hat, dass sie sich gefreut hat, aber sie hat nicht zurückgerufen. Ich für meinen Teil habe dieser Tage wichtigere Sachen im Kopf, als darüber nachzudenken, ob Elinor mich mag oder nicht. Auf einmal rufen hier ständig irgendwelche Leute an, die mich kennenlernen wollen. In diesem Moment sitze ich mit einem Greg Walters von Blue River Productions beim Frühstück zusammen. Sie sind heiß, sagt er immer wieder. Wissen Sie das? Ähm, naja. Nein, er hebt die Hand. Keine falsche Bescheidenheit. Sie sind heiß. Ich möchte Ihnen eine eigene Show geben. Eine eigene Show? Und was soll ich da machen? Wir werden schon ein ansprechendes Format für Sie finden. Sie machen Kommentare zur Finanzpolitik, stimmt's? Ähm, nicht ganz. Mein Gebiet sind eher private Geldangelegenheiten. Okay, Greg nickt. Geld. Also, ich würde sagen, eine Mischung aus Wall Street, AppFab und Oprah. Das würden Sie doch hinkriegen, oder? Ähm, ja. Ich muss jetzt los. Er trinkt seinen Kaffee aus. Aber ich ruf Sie morgen an, wenn ich einen Termin mit unserem Head of Development gemacht habe. Okay? Alles klar. Als er geht, kommt ein uniformierter Konzertsch an unseren Tisch. Miss Bloomwood, hier ist eine Nachricht für Sie. Danke. Ich öffne den Umschlag, den er mir reicht. Die Nachricht ist von Ken Garland. Bitte rufen Sie an, um für morgen einen Termin für Probeaufnahmen zu vereinbaren. Okay. Was ziehe ich morgen an? Zu dem wichtigsten Termin meines Lebens. Probeaufnahmen für das amerikanische Fernsehen. Mein Outfit muss raffiniert sein, schmeichelhaft, fotogen. Perfekt. Oh mein Gott. Ich muss einkaufen gehen. Ich strecke die Hand nach meinem Mantel aus, als das Telefon klingelt. Hallo? Bex! Suus! Wie läuft's? Super. Und bei dir? Alles in Ordnung? Ja, ja. Alles in bester Ordnung. Es ist nur, ich dachte, es wäre besser, wenn du weißt, dass heute Morgen ein Mann angerufen hat, wegen irgendwelchem Geld, das du einem Laden in Hampstead schuldest. La Rosa. Die schon wieder? Du hast mir gesagt, du hättest dich um diese Rechnung gekümmert. Du hast es mir versprochen. Suus, es besteht wirklich überhaupt kein Grund zur Sorge. Hier drüben werde ich so viel verdienen. Massenhaft. Und dann kann ich alle Schulden begleichen. Wirklich? Ja. Morgen habe ich einen Termin für Probeaufnahmen. Ist das nicht toll? Das ist der Wahnsinn. Was ziehst du an? Ich war gerade auf dem Sprung zu Barneys, um ein neues Outfit zu kaufen. Barneys? Ich investiere in meine Karriere. Und überhaupt, wozu hat man denn Kreditkarten? Ach, Bex, genau das Gleiche hat die von der Steuerbehörde auch gesagt. Wer von der Steuerbehörde? Das Mädel, das heute Morgen da war, hat tausende von Fragen gestellt. Über mich, über die Wohnungen, darüber, wie viel Miete du mir zahlst. Wir haben uns richtig nett unterhalten. Suus, ich muss jetzt wirklich los. Und du machst dir bitte keine Sorgen mehr, ja? Okay. Und viel Glück morgen. Danke, sage ich und liege auf. Und jetzt flugst du Barneys. Ich schlendere langsam durch jedes einzelne Stockwerk und merke mir, wo ich was gesehen habe. Dann fange ich ganz unten nochmal von vorn an und sammle alles ein, was in Frage kommt. Entschuldigen Sie? Ich sehe mich einer lächelnden Frau in einem schwarzen Hosenanzug gegenüber. Wir machen heute eine einzigartige Promotion-Aktion für unseren Service der persönlichen Einkaufsberatung. Also, vielen Dank, aber dieser Service kostet Sie nichts. Und heute bekommen Sie außerdem Tee, Kaffee oder ein Glas Sekt angeboten. Sekt? Umsonst? Naja, dann, gerne. Wir gelangen in eine Zimmerflucht mit großen Umkleideräumen und die Frau führt mich in einen hinein. Ihre persönliche Einkaufsberaterin heute ist Erin, sagt sie. Erin ist erst vor kurzem zu uns gewechselt, darum wird ihr eine unserer bewährten Einkaufsberaterinnen zur Seite stehen. Sie haben doch nichts dagegen, oder? Überhaupt nicht, sage ich und ziehe meinen Mantel aus. Möchten Sie Tee, Kaffee oder Sekt? Sekt, bitte. Gern. Und da kommt auch schon Erin. Interessiert blicke ich auf und sehe ein großes, dünnes Mädchen hereinkommen. Guten Tag, ich bin Erin. Was brauchen Sie denn heute? Ich muss morgen zur Probeaufnahme beim Fernsehen. Ich möchte schick aussehen, aber auch frech und vor allem umgänglich. Mit einem witzigen Kniff irgendwo. Mit einem witzigen Kniff, wiederholt Erin und notiert sich etwas auf ihrem Blog. Hatten Sie an ein Kostüm gedacht? Oder an einen Blazer? Also hebe ich an und erkläre ihr dann haarklein, was ich mir vorgestellt hatte. Erin hört aufmerksam zu und eine dunkelhaarige Frau mit Hornbrille, die ab und zu in der Tür erscheint, ebenso. Gut, sagt Erin, als ich endlich fertig bin. Wir haben einen sehr hübschen, taillierten Blazer von Moschino. An den hatte ich auch gedacht. Den zusammen mit … Wir haben da einen neuen Rock in der Barneys Collection. Mit den Knöpfen hier? Der ist ein bisschen kurz. Vielleicht besser den Knie lang. Sie wissen schon, den mit dem Band auf dem Saum. Ja, mal sehen. Ich werde ein paar Sachen für Sie zusammensuchen und dann gehen wir Sie gemeinsam durch. Sie verlässt den Raum und ich setze mich und trinke Sekt. Aus dem benachbarten Umkleideraum höre ich, wie sich jemand murmelnd unterhält, bis auf einmal eine Frau aufgeregt ruft. Dem zeige ich es, diesem Arschloch! Dem zeige ich es! Ja, natürlich zeigen Sie es ihm, Marsha, aber nicht in einem kirschroten Hosenanzug. Okay. Erin ist zurück und schiebt einen vollbehängten Kleiderständer auf Rollen herein. Hier, wenn Sie diesen Blazer anprobieren möchten. Und den Rock … Ich betrachte den Rock mit einer gewissen Skepsis. Ich weiß genau, dass er zu kurz ist. Aber gut, sie ist die Expertin. Ich ziehe mir schnell den Blazer und den Rock an und stelle mich dann vor den Spiegel, direkt neben Erin. Erin betrachtet mich im Spiegel. Ich glaube, ein knielanger Rock würde doch besser aussehen. Der, von dem ich schon gesprochen hatte, der ist im siebten Stock. Mag schon sein. Oder der von DKNY. Ich glaube nicht. Die sind gerade neu reingekommen. Hallo, erklingt eine Stimme von der Tür her. Es ist die Frau mit der Hornbrille, die im Türrahmen lehnt. Alles in Ordnung? Ja, sicher, danke. Erin, Sie holen jetzt doch sicher den knielangen Rock für die Kundin, richtig? Ja, sagt Erin und lächelt gequält. Ich hole ihn. Die Frau mit der Brille kommt herein und streckt mir die Hand entgegen. Christina Rowan, ich bin die Leiterin der persönlichen Einkaufsberatung. Becky Bloomwood. Sind Sie in der Modebranche? Nein, nein, ich gebe Leuten im Fernsehen Rat, was sie mit ihrem Geld machen sollen. Ich nehme eine herrlich weiche Kaschmirhose vom Ständer. Ist die nicht wunderschön? Viel besser als die von Ralph Lauren. Und billiger. Sie wirft mir einen etwas seltsamen Blick zu. Freut mich, eine so begeisterte Kundin zu haben. Sie holt eine Visitenkarte hervor. Schauen Sie doch mal herein, wenn Sie wieder hier sind. Gerne. Bis ich endlich fertig bin bei Barneys, ist es schon vier Uhr. Ich winke mir ein Taxi heran und fahre zurück ins Four Seasons. Als ich unsere Zimmertür aufdrücke, bin ich immer noch ganz high. Letztendlich habe ich Folgendes eingekauft. Erstens Moschino Blazer. Zweitens knielanger Barneys Rock. Drittens Calvin Klein Unterwäsche und Viertens ein Cocktailkleid von Vera Wong. Okay, ich weiß, dass ich eigentlich kein Cocktailkleid kaufen sollte. Aber dieses Vera Wong Kleid, dunkelviolett mit tiefem Rückenausschnitt und strassbesetzten Spaghetti-Trägern. Alle wollten sie mich darin sehen. Und als ich den Vorhang der Kabine aufzog, keuchten sie vor Bewunderung. Ich habe mich selbst völlig fasziniert angestarrt. Ich war ein ganz anderer Mensch. So konnte ich also auch aussehen. Keine Frage, ich musste das Kleid haben. Als ich den Kreditkartenwisch unterschrieb, war ich gar nicht mehr ich selbst. Ich war irgendeine glamouröse Frau, die ganz lässig ihre Unterschrift unter den Betrag von mehreren tausend Dollar setzt. Oh Gott, mir wird schlecht. Ich höre ein Geräusch an der Tür. Mein Herz klopft wie wild, als ich den Kleiderschrank aufmache und meine Barneys-Tüten hineinstopfe. Ich mache die Schranktür wieder zu und drehe mich genau in dem Moment mit einem Lächeln auf den Lippen um, als Luke das Zimmer betritt. Natürlich habe ich mich unter Kontrolle, verdammt nochmal, faucht er wütend ins Telefon. Was zum Teufel bilden die sich eigentlich … Ja, ich weiß. Okay, Michael, danke. Er schaltet sein Handy ab, legt es weg und zieht mich an, als hätte er fast vergessen, wer ich überhaupt bin. Hi, Fremder. Ich weiß, tut mir leid. Die letzten Tage waren offen gestanden, ein Albtraum. Aber ich habe gehört, dass du zu Probeaufnahmen kommen sollst. Großartig. Er geht an die Minibar, schenkt sich einen Scotch ein und kippt ihn in einem Zug herunter. Dann schenkt er sich noch einen ein und trinkt einen Schluck, während ich ihn besorgt beobachte. Luke, ich glaube, du solltest dir mal einen Abend freinehmen. Morgen habe ich ein großes Meeting, da muss ich vorbereitet sein. Du bist vorbereitet. Was viel wichtiger ist, du musst entspannt sein. Ich gehe zu ihm und fange an, ihm die Schultern zu massieren. Komm schon, Luke. Wir gehen irgendwo hin, wo es richtig nett ist, und tanzen und trinken Cocktails. Ich küsse ihn zärtlich in den Nacken. Luke schweigt schon wieder. Aber dann dreht er sich plötzlich zu mir um und ich kann ein winziges Lächeln erkennen. Gott sei Dank. Du hast recht. Wir gehen aus. Ich verbringe den märchenhaftesten, glamourösesten Abend meines Lebens. Ich ziehe mein Vera Wong-Kleid an, Luke seinen besten Anzug, und dann gehen wir in ein sagenhaftes Restaurant, wo wie im Film eine Jazzband spielt. Wir tanzen, essen Passionsfrucht-Sorbet und reden über alles außer das Geschäft. Als wir ins Hotel zurückkommen, lachen wir ausgelassen und stolpern über unsere eigenen Füße. Miss Bloomwood, meldet sich der Concierge, als wir an der Rezeption vorbeikommen. Eine Susan Cleese-Stewart aus London hat für sie angerufen und bittet um Rückruf. Es klang sehr dringend. Oh Gott, ich verdrehe die Augen. Sie ruft doch nur an, um mir einen Vortrag darüber zu halten, dass ich nicht so viel für das Kleid hätte ausgeben sollen. Das Kleid ist ein Traum, sagt Luke und streicht bewundernd von oben bis unten über den Stoff. Möchten Sie Ihre Nummer? fragt der Concierge. Nein, danke, ich rufe Sie morgen zurück. Und bitte, trägt Luke ihm auf, bis auf Weiteres keine Anrufe zu uns durchstellen. Sehr wohl. Gute Nacht, Sir. Gute Nacht, Ma'am. Im Aufzug nach oben grinsen wir einander ziemlich albern an. Das, sage ich, als die Tür hinter uns ins Schloss fällt, war die schönste Nacht meines Lebens. Und sie ist noch nicht vorbei, prophezeit Luke und kommt mit einem bedeutungsvollen Glitzern in den Augen auf mich zu. Und damit purzeln wir gemeinsam auf das Bett. Seine Lippen sind auf meinen und in meinem Kopf dreht sich alles vor Alkohol und Freudentaumel. Und ich höre eine innere Stimme sagen, diesen Moment darfst du nie vergessen. Du darfst ihn nie vergessen, Becky, weil das Leben in diesem Moment perfekt ist. Daily World, Freitag, 6. Oktober 2000 Geldguru ist ein Finanzfiasco. Sie sitzt bei Morning Coffee auf dem Sofa und berät Millionen von Zuschauern in Geldangelegenheiten. Doch die Daily World kann heute exklusiv enthüllen, dass die scheinheilige Becky Bloomwood finanziell selbst am Rande eines Abgrunds steht. Die Damenboutique La Rosa hat eine gerichtliche Vorladung der Bankrotten Becky Bloomwood erwirkt und Beckys Mitbewohnerin Susan Cleese Stewart räumt ein, dass Becky oft mit der Miete hinterher ist. Doch die vergnügungssüchtige Becky stürzt sich lieber zusammen mit ihrem Unternehmerfreund Luke Brandon in das New Yorker Jet Set Leben. Zwar ist die gerade 26-Jährige in einem der teuersten Luxushotels New Yorks, dem Four Seasons, abgestiegen, doch hat sie zugegeben, keine Ahnung zu haben, wie viel diese Unterbringung überhaupt kostet. Die Daily World beobachtete sie dabei, wie sie über 100 Pfund nur für Grußkarten ausgab, ihren Einkaufsbummel dann fortsetzte und innerhalb weniger Stunden Luxuskleidung und Geschenke im Wert von über 1000 Pfund erwarb. Ich wache extrem verschlafen auf und sehe, dass Luke mir eine Tasse Tee reicht. Hör doch mal die Nachrichten ab, sagt er und verschwindet in Richtung Dusche. Ich nehme den Telefonhörer ab und drücke auf die Sternchentaste. Sie haben 23 Nachrichten, sagt die elektronische Stimme. 23? Ich drücke den Abhörknopf. Die erste Nachricht ist von Suess. Bex, bitte ruf mich an. Es ist wirklich dringend. Bye. Ich wähle also unsere Nummer, doch zu meiner Überraschung geht der Anrufbeantworter dran. Hi, ich bin's, plappere ich los, sobald Suess' Begrüßungsspruch vorbei ist. Aber du bist wohl nicht zu Hause, na dann... Bex! Mir platzt fast das Trommelfell. Wo warst du denn bloß? Aus, und dann hab ich geschlafen. Suess ist alles... Bex, das hab ich nie gesagt. So etwas würde ich nie sagen. Suess, wovon redest du eigentlich? Du hast es noch nicht gesehen? Was gesehen? Die Daily World. Ich dachte, ihr habt da alle britischen Zeitungen. Haben wir auch, aber die liegen bestimmt noch vor der Tür. Ist da was über mich in der Zeitung? Nein, ich meine, nicht der Rede wert. Das hört sich ja nicht so gut an. Nein, nein, es ist wirklich nichts. Ich hole jetzt die Daily World rein, und dann rufe ich dich wieder an. Ich eile zur Tür, schnappe mir den Zeitungsstapel und schleppe ihn zum Bett. Ich ziehe die Daily World heraus und fange fieberhaft an, sie zu durchblättern. Und dann fällt mein Blick auf die Doppelseite aus der Mitte der Zeitung. Da ist ein Bild von mir. Ich laufe durch irgendeine Straße in New York und habe massenweise Einkaufstüten in der Hand. Und da ist ein Bild von Luke. Ein riesengroßer, über die doppelte Mittelseite aufgemachte Artikel. Während ich ihn lese, klopft mein Herz immer schneller. Mir wird heiß und kalt. Das ist so gemein. Das ist so unterhalb der Gürtellinie. Das Telefon schrillt, und ich zucke panisch zusammen. Ich kann nicht drangehen. Ich kann mit niemandem sprechen. Nicht einmal mit Suess. Luke kommt mit langen Schritten aus dem Bad und nimmt ab. Hallo? In Ordnung. Bis später dann. Er legt auf. Wer war das? Eine Sekretärin von J.D. Slade. Der Zeitplan wurde geändert. Er zieht sich an. Ich atme tief durch und sage, Luke, ich bin in der Zeitung. Habe ich mir schon gedacht, dass du bald ein bisschen Publicity bekommst. Es, es ist gar nicht schön. So schlimm kann es doch gar nicht sein. Komm schon, zeig mal her. Ich falte langsam die Zeitung auf und gebe sie Luke. Er nimmt sie immer noch heiter entgegen, doch als er sie studiert, verschwindet sein Lächeln. Verdammt noch mal, bin ich das? Dann überfliegt er den Artikel, während ich ihm nervös dabei zusehe. Stimmt das? Nein, also zumindest nicht alles. Hast du Schulden? Ein bisschen, aber lange nicht so viele, wie die behaupten. Ich meine, ich weiß auch nichts von einer gerichtlichen Vorladung. Die haben mich beobachtet und mir nachspioniert. Ich sehe zu Luke und hoffe auf eine Reaktion. Luke, hast du denn gar nichts dazu zu sagen? Ist dir überhaupt klar? Ist dir überhaupt klar, Becky, was das für mich bedeutet? In einer Stunde habe ich ein Meeting mit einer verstaubten, konservativen New Yorker Investmentbank. Und sämtliche Konferenzteilnehmer werden das hier gelesen haben. Das macht mich zum Gespött der Leute. Luke, also die werden doch wohl nicht... Jetzt hör mir mal zu. Weißt du, was man in dieser Stadt für ein Bild von mir hat? Aus irgendeinem unerfindlichen Grund glaubt man hier, ich würde stark nachlassen. Und ich habe in den letzten Tagen nichts anderes getan, als die Leute hier davon zu überzeugen, dass ich sehr wohl alles unter Kontrolle habe. Dass ich die Medien im Griff habe. Und jetzt? Er schlägt noch einmal sehr aggressiv auf die Zeitung und ich zucke zusammen. Vielleicht haben sie es ja doch noch nicht gesehen. Becky, in dieser Stadt sieht jeder alles. Das ist... Er verstummt, als das Telefon klingelt. Hi, Michael. Ja, ich weiß. Schlechtes Timing. Alles klar. Er legt auf und schnappt sich seinen Aktenkoffer, ohne mich anzusehen. Mir ist kalt. Ich habe alles kaputt gemacht. Als ich aufsehe, lässt Luke die Schlösser an seinem Aktenkoffer zuschnappen. Ich muss jetzt los. Als die Tür hinter ihm ins Schloss fällt, sitze ich eine Weile ganz still da und starre Löcher in die Luft. Vor ein paar Stunden haben wir zu Cole Porter getanzt und mir war ganz schwindelig vor Glück. Und jetzt? Das Telefon klingelt. Hallo? Spreche ich mit Becky Bloomwood? Ja. Hi, Becky. Hier spricht Fiona Taggart vom Daily Herald. Becky, wir würden sehr gerne eine zweiteilige Reportage über sie und ihr kleines Problem machen. Kein Kommentar, sage ich und knalle den Hörer auf die Gabel. Im gleichen Moment klingelt es wieder und ich nehme ab. Kein Kommentar, verstanden? Becky, Liebling. Mom. Als ich ihre Stimme höre, breche ich in Tränen aus. Oh, Mom, es tut mir so leid, ich habe alles kaputt gemacht. Liebes, du brauchst dich doch nicht zu entschuldigen. Wenn sich hier jemand entschuldigen sollte, dann diese Schmierfinken von Reportern, sich solche Geschichten auszudenken. Mom, das ist nicht alles frei erfunden. Ich habe tatsächlich ein bisschen Schulden. Nun ja, auch wenn du Schulden hast. Das geht dir doch gar nichts an. Sie hält inne und ich höre eine Stimme im Hintergrund. Genau. Dad sagt, wenn die amerikanische Wirtschaft Milliarden Schulden haben kann und immer noch funktioniert, dann kannst du das auch. Ich liebe meine Eltern. Jetzt lass mal den Kopf nicht hängen, Becky. Suess hat uns erzählt, dass du heute zu Probeaufnahmen eingeladen bist. Stimmt das? Ja. Na also, lass dir ein schönes heißes Bad ein und trink eine Tasse Tee. Und wenn irgendwelche Reporter anrufen, sag ihnen einfach, sie sollen sich ver... Jetzt lass uns mal Schluss machen, Mom. Und danke. Als ich auflege, geht es mir schon tausendmal besser. Mom hat recht. Positiv denken, zu den Probeaufnahmen gehen und alles so gut machen, wie ich nur kann. Ich rufe die Rezeption an und gebe Anweisung, keine Anrufe durchzustellen, außer wenn HLBC anruft. Dann lass ich mir ein Bad ein und schwäge eine halbe Stunde. Und als ich schließlich mein sensationelles Outfit von Barneys anhabe, zittere ich nur noch ein ganz klein wenig. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Bis jetzt hat HLBC immer noch nicht angerufen, um mir den genauen Termin zu sagen, darum greife ich zum Hörer. Ken Garland? Hi, hier ist Becky Blumwood. Ich wollte nur eben nachhaken, wann es losgehen soll heute. Die Probeaufnahmen? Offen gestanden, Becky. Da haben sich ein paar Dinge ergeben, über die wir jetzt erst mal nachdenken müssen. Wir verschieben die Probeaufnahmen daher ein bisschen, bis wir insgesamt etwas klarer sehen. Dinge? Oh Gott. Sie hat die Daily World gesehen. Bestimmt. Also wir bleiben in Kontakt, ja? Sie legt auf und mir bleibt nichts anderes übrig, als es ihr nachzutun. Sie wollen mich nicht. Oh Gott. Aber ich zwinge mich, positiv zu denken. HLBC ist ja nur nicht der einzige amerikanische Fernsehsender. Greg Walters hat doch gesagt, dass er mich seinem Boss vorstellen wollte, oder? Gut. Ich suche seine Nummer heraus und wähle. Greg? Hi, Becky Blumwood. Becky, wie geht's? Greg, Sie haben davon gesprochen, dass Sie mich Ihrem Boss vorstellen wollten. Ja, natürlich. Ich würde vorschlagen, dass Sie sich wieder bei mir melden, wenn Sie das nächste Mal in New York sind. Dann können wir ein Treffen arrangieren. Also, Becky, hat mich sehr gefreut. Und schon hat er aufgelegt. Ich verbringe mehrere Stunden allein im Hotelzimmer. Ich fühle mich, als wäre ich seit meiner Ankunft in New York nur Berg- und Talbahn gefahren. Nur bin ich durch Läden und Interviews und Lunches gesaust, bei denen ich nur Glitzer und Glimmer gesehen und Stimmen gehört habe, die mir erzählten, ich würde ganz groß rauskommen. Ich hatte keine Ahnung, dass das alles nicht wahr war. Endlich. Endlich geht die Tür auf. Am liebsten würde ich mich Luke in die Arme schmeißen, in Tränen ausbrechen und mir von ihm sagen lassen, dass alles wieder gut wird. Aber als er hereinkommt, wirkt Lukes Gesicht wie in Stein gemeißelt. Ich habe mich schon gewundert, wo du bleibst. Ich war mit Michael Mittagessen, nach dem Meeting. Ist es gut gelaufen? Nein. Ist der Deal gescheitert? Die Leute von J.D. Slate haben ein paar Vorbehalte. Luke reißt sich mit einem Ruck die Krawatte vom Hals und fängt an, sich das Hemd aufzuknöpfen. Meinst du, sie haben den Artikel gesehen? Oh ja. Er fummelt an seinem letzten Knopf herum. Dann auf einmal reißt er ihn wütend ab. Luke, es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nichts. Er geht ins Badezimmer und kurze Zeit später höre ich die Dusche rauschen. Ich bin wie gelähmt, als würde ich an einem Abgrund herumkriechen und höllisch aufpassen, nicht auszurutschen. Als Luke wieder aus dem Bad kommt, zieht er sich eine schwarze Jeans und einen schwarzen Rollkragenpulli an. Dann schenkt er sich einen Drink ein. Schweigen. Aus meinen Probeaufnahmen ist auch nichts geworden, sage ich schließlich. Ach ja? Ich kann mir nicht helfen, aber in mir rührt sich ein Funke Ärger. Du bist nicht der Einzige, der einen schlechten Tag gehabt hat, Luke. Ich habe mir meine Zukunft in New York versaut. Ich weiß ja, dass ich selbst schuld bin, aber trotzdem. Allerdings, verdammt nochmal. Ich wusste nicht, dass ich verfolgt wurde. Ich habe das nicht mit Absicht getan. Und ich habe kein Verbrechen begangen. Du meinst also nicht, dass es ein Verbrechen ist, eine einmalige Chance wegzuwerfen? Herrgott, Becky, wir waren schon in New York. Und jetzt zieh uns an. Und das alles nur, weil du ständig wie eine Besessene einkaufst. Besessen? Ich bin besessen? Das musst du gerade sagen. Du bist besessen von deiner Arbeit. Davon ist in New York zu etwas zu bringen. Als du den Artikel gesehen hast, war dein erster Gedanke doch nicht, wie es mir damit geht. Nein, deine einzige Sorge war, welche Folgen er für dich haben würde. Dich interessiert doch ständig nur dein eigener Erfolg und ich komme nur an zweiter Stelle. Ich meine, du hast es ja nicht mal für nötig befunden, mir von New York zu erzählen, bis alles so gut wie entschieden war. Für so einen Blödsinn habe ich keine Zeit. Du hast nie Zeit. Du hattest keine Zeit, zu Toms Hochzeit zu kommen. Du hattest keine Zeit, meine Eltern zu besuchen. Gut, dann habe ich eben keine Zeit. Dann kann ich eben nicht mit dir und Suess herumsitzen und hirnloses Zeug quatschen. Hast du eine Vorstellung davon, wie wichtig dieser Deal ist? Warum ist er denn so wichtig? Warum ist es so verdammt wichtig, es in Amerika zu schaffen? Damit du deine bescheuerte Kuh von Mutter beeindrucken kannst? Wenn es dir darum geht, Luke, vergiss es. Mist, das hätte ich nicht sagen sollen. Luke starrt mich an und sein Gesicht ist aschfahl vor Zorn. Wie hast du meine Mutter genannt? Hör zu, ich... Ich finde nur, man muss doch irgendwie den Blick für die Proportionen bewahren. Und ich habe nur ein bisschen eingekauft. Er sieht mich lange an. Dann geht er zu meinem Entsetzen auf den riesigen Zedernholzschrank zu, in dem ich alle meine Einkäufe verstaut habe. Schweigend öffnet er die Tür. Und wir betrachten gemeinsam die sich bis an die Decke stapelnden Einkaufstüten. Mir wird unerträglich heiß vor Scham. Ich weiß, aber ich bezahle dafür bestimmt! Ich habe plötzlich das Gefühl, aus diesem Zimmer herauszumissen. Ich muss weg von Luke. Weg von meinem Spiegelbild. Weg von dem ganzen entsetzlichen Tag. Bis... bis später. Ohne mich noch einmal umzusehen, gehe ich zur Tür hinaus. Die schwache Beleuchtung in der Hotelbar empfinde ich als beruhigend. Ich setze mich auf einen Luxusledersessel. Ein Kellner kommt zu mir und ich bestelle ein Brandy. Als ich ein paar Schlucke trinke, taucht vor mir ein Schatten auf. Es ist Michael Ellis. Er setzt sich und sieht mich liebenswürdig an. Die Zeitungen in Großbritannien sind wirklich das Letzte. Das hat niemand verdient, so behandelt zu werden. Und ich kann sie trösten. Die Leute sind nicht dumm. Man wird diese Schmierereien nicht gegen sie verwenden. Schon passiert. Die Probeaufnahmen wurden abgesagt. Das tut mir leid. Ich habe alles zerstört. Ich hätte diesen Wahnsinnsjob haben können und Luke hätte auch tierischen Erfolg gehabt. Und ich habe es vermasselt. Total vermasselt. Ich allein. Oh mein Gott. Ich schluchze laut auf. Ist das peinlich. Ich verberge mein Gesicht in den Händen und hoffe, dass Michael Ellis so viel Takt besitzt, sich jetzt diskret zu entfernen. Aber stattdessen spüre ich, wie mir ein Taschentuch zwischen die Finger gedrückt wird. Dankbar wische ich mir mit der kühlen Baumwolle das Gesicht ab und hebe schließlich wieder den Kopf. Danke. So, und jetzt trinken Sie Ihren Brandy und dann wollen wir mal ein paar Dinge gerade rücken. Haben Sie die Daily World darum gebeten, mit Teleobjektiv Fotos von Ihnen zu machen? Nein. Haben Sie die Daily World angerufen und eine Exklusivreportage über Ihre Einkaufsgewohnheiten angeboten? Haben Sie denen eine Auswahl beleidigender Überschriften vorgelegt? Nein. Jetzt muss ich sogar ein bisschen kichern. Also, das alles wäre vielleicht Ihre Schuld gewesen, aber… Ich war naiv, ich war dumm. Sie hatten Pech. Michael, ist es meine Schuld, dass aus dem Deal nichts geworden ist? Becky, wenn dieser Deal auf festen Beinen gestanden hätte, hätte ihn auch ein bisschen negative Publicity nicht aus dem Gleichgewicht bringen können. Ich glaube vielmehr, dass J.D. Slade ihr kleines Missgeschick als Ausrede benutzt hat und dass ein anderer Grund dahinter steckt. Was für ein Grund? Wer weiß. Luke ist ein sehr talentierter Mensch, aber von diesem Deal ist er geradezu besessen. Er ist zu ehrgeizig. Und offensichtlich stimmt irgendetwas mit der Bank of London nicht. Wenn er sie als Kundin verliert, steckt er wirklich im Schlamassel. Er sollte noch heute Nachmittag nach London zurückfliegen. Stattdessen ist er dabei, Gespräche mit jeder New Yorker Investmentbank zu arrangieren, von der ich je gehört habe. Er schüttelt den Kopf. Der Junge ist total fixiert darauf, es in Amerika zu schaffen. Ich glaube, er will irgendetwas beweisen, murmle ich. Seiner Mutter füge ich fast noch hinzu. Und Sie, Becky, was machen Sie jetzt? Werden Sie versuchen, noch mehr Vorstellungsgespräche zu vereinbaren? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass das viel Sinn hat. Sie bleiben also einfach hier bei Luke? Das hat, glaube ich, auch nicht viel Sinn. Ich trinke einen großen Schluck Brandy. Ich glaube, ich fliege einfach nach Hause. Ich steige aus dem Taxi, wuchte meinen Koffer auf den Bürgersteig und betrachte traurig den grauen englischen Himmel. Ich kann nicht glauben, dass wirklich alles vorbei sein soll. Deprimiert schleife ich mein Gepäck die Treppe hoch und schließe die Wohnungstür auf. Hallo? Jemand zu Hause? Erstmal rührt sich gar nichts. Dann erscheint Suess im Morgenmantel in ihrer Zimmertür. Du bist schon wieder da? Geht es dir gut? Ich wende mich ab, bevor mich ihr sorgenvolles Gesicht doch noch zum Weinen bringt und wühle in meiner Tasche herum. Ach, übrigens, ich habe dir die Klinik-Sachen mitgebracht, die du haben wolltest. Bex, das kann doch warten. Komm her. Sie nimmt mich in den Arm und ich vergrabe mein Gesicht an ihrer Schulter. Oh Gott, das ist alles so schrecklich. Luke war so sauer und meine Probeaufnahmen wurden abgesagt. Und jetzt ziehe ich doch nicht nach New York und... Ich sehe zu ihr auf und wische mir die Augen. Suess ist ganz rot im Gesicht und wirkt verzweifelt. Bex, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Ich habe das Mädchen von der Zeitung hereingelassen und ich wette, sie hat hier herumgeschnüffelt, während ich ihr den Kaffee gemacht habe. Kannst du mir das jemals verzeihen? Suess, wenn hier jemand um Verzeihung bitten müsste, dann ich. Ich war so... so blöd. Ich bin völlig durchgedreht. All diese Geschäfte, die Meetings. Das war so aufregend. Ich dachte, ich würde ein Star und massenweise Geld verdienen. Und dann hat sich alles in Luft aufgelöst. Ach, Bex, und alles nur wegen mir. Es ist nicht deine Schuld. Wenn überhaupt jemand Schuld hat, dann die Daily World. Ich hasse sie. Die sollte man aufhängen und auspeitschen. Hat Taki gesagt. Das heißt, er hat es also gesehen? Um ehrlich zu sein, Bex, ich glaube, fast jeder hat es gesehen. Mein Magen zieht sich schmerzhaft zusammen, als ich daran denke, dass Janice und Martin den Artikel gelesen haben. Alle meine Schulfreunde und Lehrer, dass alle, die ich je kennengelernt habe, jetzt über meine schmachvollsten Geheimnisse im Bilde sind. Trink erst mal eine Tasse Tee mit mir. Okay. Ich folge ihr in die Küche und setze mich. Und wie läuft es mit Luke? Wir haben uns heftig gestritten. Wegen des Artikels? Ja, auch. Er hat gesagt, ich hätte sein Deal kaputt gemacht und würde wie eine Besessene einkaufen. Und da habe ich gesagt, dass er wie ein Besessene arbeitet. Und ich habe gesagt, dass seine Mutter eine bescheuerte Kuh ist. Du hast seine Mutter eine bescheuerte Kuh genannt? Aber wenn's doch wahr ist. Und sie hat nicht einen Funken Sympathie für ihren Sohn übrig. Aber er schnallt das einfach nicht. Er ist völlig darauf fixiert, den Deal des Jahrhunderts abzuschließen und sie damit zu beeindrucken. Er kann an nichts anderes mehr denken. Und was ist dann passiert? fragt Susan und reicht mir eine Tasse Tee. Kurz bevor ich gefahren bin, habe ich ihm gesagt, dass ich nicht glaube, dass er momentan Zeit für eine richtige Beziehung hat. Du hast Schluss gemacht? So war das eigentlich nicht gemeint. Ich wollte, dass er mir widerspricht und sagt, dass er doch Zeit hat. Aber er hat nichts gesagt. Es war schrecklich. Ach, Bex. Ist wahrscheinlich das Beste so. Eine halbe Stunde und drei Tassen Tee später geht es mir schon tausendmal besser. Es macht mir sogar richtig Spaß, Sue's von New York zu erzählen. Hey! Da fällt mir auf einmal etwas ein. Sind die Kit Kats schon alle? Nein. Der Vorrat schrumpft deutlich langsamer, wenn du nicht hier bist. Warte mal. Ich hole ein paar. Sage ich und mache mich auf den Weg zu Sue's Zimmer. Ähm, eigentlich möchte ich nicht, dass du da reingehst. Ist da jemand drin? Sag mal, kaum bin ich einmal für fünf Minuten weg, fängst du gleich eine heiße Affäre an? Das heitert mich nun wirklich mehr auf als alles andere. Das ist keine heiße Affäre. Und wer ist es? Kenn ich ihn? Okay, also, das war eine absolute Ausnahme und kommt nie wieder vor. Sue's, ich bin doch nicht prüde. Hier geht es doch bloß um ... Ich verstumme, als Sue's Zimmertür sich öffnet. Doch heraus kommt nur Targrin. Und ich dachte, du wärst Sue's neuer. Ich verknall für mir den Rest. Sie meint doch nicht ... Nein, aber ... Nein! Ähm, Targrin, sagt Sue's, könntest du uns wohl ein paar Croissants holen gehen? Okay. Er geht hinaus und in der Küche herrscht eisiges Schweigen, bis wir die Wohnungstür ins Schlossfallen hören. Dann drehe ich mich ganz langsam zu Sue's um. Sue's, du und Targrin seid ihr ... Nein, nein, natürlich nicht. Es ist nur ... Wir haben bloß ... Bei dieser Party in Schottland. Targrin war außer mir der einzige, unter 90 und irgendwie sah er so anders aus. Er hatte diesen schönen Pullover an und hatte eine richtig coole Frisur. Und dann habe ich ziemlich viel getrunken und dann war er halt da ... so anders. Jetzt merke ich, wie ich rot werde. Ich glaube, das war gewissermaßen meine Schuld. Ich habe ihm den Pullover geschenkt und ihn frisiert. Aber ich hatte doch keine Ahnung, dass das solche Folgen haben würde. Sie nimmt ihre Tasse, bringt sie zum Waschbecken und dreht den Wasserhahn auf. Du darfst niemandem davon erzählen. Ach, ich nicht, versprochen. Da fällt mir ein, ich habe was für dich. Ich springe auf, laufe in den Flur, mache einen meiner Koffer auf und suche die Tüte von Kate's Papeterie heraus. Ich nehme eine Karte aus dem Stapel, schreibe, für Sue's deine Bags hinein, gehe zurück in die Küche und lege den Umschlag vor Sue's Nase. Für mich, fragt sie überrascht, was ist das? Aufmachen. Sie reißt den Umschlag auf, betrachtet die glänzenden, mit einem Reißverschluss verschlossenen Lippen auf der Karte und liest den Spruch, bei mir ist dein Geheimnis bestens aufgehoben. Wow, wie cool! Ach, dabei fällt mir ein, dass du eine ganze Menge Post bekommen hast, während du weg warst. In der ganzen Aufregung über Sue's und Tarquin habe ich alles andere fast vergessen. Als Sue's mir einen Stapel unerfreulich aussehender Umschläge bringt, dreht sich mir fast der Magen um. Ich gehe die Post durch und ziehe einen braunen Umschlag hervor. Absender, Staatsanwaltschaft. Mir wird heiß und kalt. Die gerichtliche Vorladung. Dann stimmte das also. Bex, was wirst du jetzt tun? Ich bezahle meine Rechnungen. Aber kannst du das denn? Ich werde können müssen. Bex, ich würde dir gerne etwas Geld geben. Nein, ich will keine Hilfe. Ich werde meine Schulden bezahlen. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber ich werde sie bezahlen. Ich werde einfach so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich verdienen. Morning Coffee, East-West Television, Corner House, London. 9. Oktober 2000 Liebe Becky, zunächst möchte ich mein Bedauern über die dir zuteilgewordene unfreiwillige Publicity aussprechen. Wir haben zufällig und völlig unabhängig von dieser Geschichte alle unsere regelmäßigen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einer Prüfung unterzogen und sind nach einiger Diskussion zu dem Entschluss gelangt, dich für eine Weile aus dem Programm zu nehmen. Wir wissen, dass sich dein Talent an anderer Stelle weiter entfalten wird. Mit den besten Wünschen, Zelda Washington, Produktionsassistentin. Paradigm Self-Help Books Limited, Soho Square, London. 9. Oktober 2000 Liebe Becky, vielen Dank für den ersten Entwurf von Becky Bloomwoods goldene Geldregeln. Leider sind wir schweren Herzens zu dem Schluss gekommen, dass dieses Projekt in keiner Hinsicht rentabel ist und müssen Sie daher bitten, den bereits gezahlten Vorschuss zurückzuerstatten. Mit den besten Grüßen, Pippa Brady, Lektorin. Die nächsten Tage setze ich keinen Fuß vor die Tür. Soos ist zu einer großen Headlays Verkaufs- und Marketingkonferenz nach Milton Keynes gefahren, ich bin also ganz für mich in der Wohnung. Als Soos wiederkommt, sitze ich noch genauso auf dem Fußboden, wie sie mich dort zurückgelassen hat. Oh Gott. Soos lässt ihre Taschen auf den Boden plumpsen. Bex, ist alles in Ordnung? Mir geht's prima. Wie war die Konferenz? Die war ziemlich gut. Meine neuen Designs wurden präsentiert und alle waren total begeistert. Das freut mich für dich, Soos. Du hast es verdient. Und? Hat Luke sich gemeldet? Nein. Da klingelt das Telefon und Soos sieht mich an. Bist du da? Nein. Sie geht ans Telefon. Hallo? Tut mir leid, Becky ist nicht zu Hause. Kann ich ihr etwas ausrichten? Ja, in Ordnung. Sie legt auf. Wer war das? Mel, Lukes Assistentin. Da ist anscheinend ein Paket für dich im Büro angekommen. Aus den USA. Von Barnes & Noble? Schlagartig fällt mir wieder ein, dass ich mit Luke bei Barnes & Noble gewesen bin. Ich habe einen Haufen Bildbände gekauft und Luke schlug vor, sie auf Kurierkosten der Firma nach London zu schicken, statt sich mit ihnen abzuschleppen. Hat sie irgendwas von Luke gesagt? Nein, sie hat nur gesagt, dass du jederzeit hereinschauen kannst. Okay. Die folgenden Tage sage ich mir immer wieder, dass ich nicht hingehen werde. Aber irgendwann bekomme ich dann doch Lust, Mel zu sehen. Sie ist die einzige, mit der ich reden kann und die Luke wirklich kennt. Ein richtig offenes Gespräch mit ihr würde mir guttun. Und darum gehe ich vier Tage später gegen sechs Uhr abends mit klopfendem Herzen auf den Eingang von Brandon Communications zu. Ich verlasse den Aufzug im fünften Stock und finde den Empfang zu meiner Überraschung leer vor. Komisch. Ich wage mich in den Hauptflur. Die Firma ist wie tot. Ich höre kein Telefon klingeln. Ich sehe keine Menschen herumlaufen. Es finden keine Brainstorming-Treffen statt. Was ist mit Lukes Firma passiert? Ich gehe zu Mels Schreibtisch, aber Mel ist bereits in den Feierabend entschwunden. Mel, die sonst mindestens bis sieben Uhr bleibt. Ich finde mein Paket und schreibe Mel eine kurze Nachricht. Jetzt sollte ich gehen. Aber statt zu gehen, bleibe ich bewegungslos stehen und starre Lukes Bürotür an. Da liegen bestimmt Faxe von ihm. Neuigkeiten darüber, wie es in New York läuft. Ich werde fast von dem Drang überwältigt hineinzugehen und so viel herauszufinden, wie ich nur kann. Aber was, wenn mich jemand dabei erwischen würde? Bevor ich mich zu irgendetwas entschließen kann, bewegt sich die Türklinke und ich erstarre fast vor Schock. Ach du Scheiße. Mist. Da ist jemand drin. Da kommt jemand raus. Völlig panisch fällt mir nichts Besseres ein, als hinter Mels Schreibtisch auf Tauchstation zu gehen. Lukes Bürotür geht auf und jemand kommt heraus. Von meinem Aussichtspunkt aus kann ich sehen, dass es eine Frau ist. Ihr folgen zwei paar männliche Beine und gemeinsam kommen die drei den Flur entlang. Ich kann es mir nicht verkneifen, einen Blick über den Tisch hinweg zu riskieren. Und natürlich, es ist Alicia Billington, zusammen mit Ben Bridges und einem Mann, der mir zwar bekannt vorkommt, den ich aber nicht einordnen kann. Tut mir leid, dass wir uns hier treffen mussten, höre ich sie sagen. Das nächste Mal sehen wir uns selbstverständlich in der King Street 17. Sie reden weiter, bis sie die Aufzüge erreichen. Ich bete, dass gleich alle drei verschwunden sind. Aber als sich die Türen eines Fahrstuhls mit einem Ping öffnen, steigt nur der mir bekannt vorkommende Mann ein und Alicia und Ben kommen kurz darauf zurück. Ich hole nur noch eben die Unterlagen, sagt Alicia und gehe zurück in Lukes Büro. Ben lümmelt am Wasserspender herum. Oh Gott, ich bin hier gefangen, bis sie gehen. Gut, sagt Alicia, als sie wieder in der Tür erscheint. Ich glaube, das war's. Meinst du, das stimmt, was Frank gesagt hat? Meinst du, er wird uns verklagen? Frank, natürlich. Der andere Mann war Frank Harper, der Publicity-Fritze von der Bank of London. Den habe ich doch immer auf Pressekonferenzen gesehen. Sie gehen den Flur entlang zu den Aufzügen, und dieses Mal steigen sie, Gott sei Dank, beide in einen ein. Was ist hier los? Warum sprechen sie davon, dass sie verklagt werden sollen? Und warum war die Bank of London hier? Dann nehme ich mein Paket und gehe, so lässig wie möglich, auf die Aufzüge zu. In dem Moment, in dem ich auf den Knopf drücke, klingelt das Handy in meiner Tasche. Gott sei Dank hat das nicht geklingelt, als ich mich hinter Mails Schreibtisch versteckt habe. Hallo? Bex, ich bin's, Sus. Hier hat gerade Zelda von Morning Coffee für dich angerufen. Sie hat gefragt, ob du morgen auf die Schnelle mit ihr Mittag essen kannst. Siehst du, sagt Sus, als ich mich am nächsten Morgen fertig mache. Ich wusste, dass sie dich zurückholen würden. Wo geht ihr essen? Bei Lorenzos. Ich war da noch nie. Na, vergiss jedenfalls nicht, gleich Sekt zu bestellen, instruiert Sus mich. Und erzähl ihr, dass du in Angeboten fast erstickst. Okay. Die Adresse von Lorenzos ist eine Straße in Soho. Aber als ich in sie einbiege, sehe ich nichts, was auch nur annähernd wie ein Restaurant aussehe. Hier gibt es fast nur Bürogebäude, dazwischen mal ein Kiosk oder ein Café und ein... Moment. Ich bleibe stehen und betrachte das Schild über dem Café. Lorenzos Coffee Shop in Sandwich Bar. Becky! Ich sehe Zelda auf mich zukommen. Da bist du ja schon. Ja. Du hast doch nichts gegen ein Sandwich, oder? Sagt sie und zieht mich mit sich hinein. Ich werde dich auch gar nicht lange aufhalten. Irgendwie hatte ich mir unter der Verabredung zum Mittagessen etwas ganz anderes vorgestellt. Uns hat das alles furchtbar leidgetan, Becky, sagt Zelda, als wir mit den Tabletts voller Sandwiches und Getränke einen winzigen Holztisch ansteuern. Du kennst doch noch unseren Produzenten, Barry. Barry. Natürlich. Naja, also Barry glaubt, die Zuschauer von Morning Coffee wären sehr daran interessiert, etwas über dein... kleines Problem zu hören. Wie die Kaufsucht mein Leben ruinierte, so in der Art. Und wenn du es hinkriegen würdest, zu weinen... Zu weinen? Du musst nicht. Sie strahlt mich an, aber ich bringe es nicht einmal fertig zu lächeln. Noch nie in meinem Leben habe ich mich so herabgewürdigt gefühlt. Ich lege mein Sandwich hin. Nein. Du bekämpfst natürlich ein Honorar dafür. Das ist mir egal. Ich bin nicht interessiert. Du brauchst dich noch nicht zu entscheiden. Denk noch mal darüber nach. Zelda schenkt mir ein fröhliches Lächeln. Ich muss leider wieder los. Nachdem Zelda gegangen ist, brodelt es in mir. Sie wollen, dass ich mich vor die Kamera setze und heule. Das ist alles. Becky Blumboot, Chaotin und Versagerin. Seht her, ich heule. Hat jemand ein Taschentuch? Die können sich ihre beschissenen Taschentücher sonst wohin schieben. Ich stelle mein Glas ab und verlasse, erhobenen Haupt ist das Lokal. Ich laufe die Straße hinunter und biege ab. Ich habe meinen alten Job nicht zurück. Ich habe nicht einmal einen Job in Aussicht. Was soll ich Suess bloß sagen? Was meiner Mutter? Was soll ich bloß mit meinem Leben machen? Hey! Ich merke, dass ich direkt vor einem Radfahrer auf die Straße spaziert bin. Tut mir leid, sage ich, als der Radfahrer ein Schlenker fährt. Ich muss mich zusammenreißen. Ich meine, wo bin ich denn hier überhaupt? Dann entdecke ich ein Straßenschild. King Street. Einen Moment lang frage ich mich, warum mir der Name vertraut vorkommt. Dann auf einmal fällt es mir wieder ein. King Street 17. Elisha. Was zum Himmel hat es mit der King Street 17 auf sich? In diesem Gebäude haben unterschiedliche Firmen ihre Büros. Doch von den vielen Namen kommt mir kein einziger bekannt vor. Ein Typ kommt auf die Türen zu. Sie sehen ein bisschen orientierungslos aus. Wen suchen Sie denn? Ich weiß nicht so genau. Ich dachte, ich würde jemanden kennen, der hier arbeitet. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Firma heißt. Wie heißt er denn? Sie heißt Elisha. Für was für eine Firma arbeitet sie denn? PR. PR? Hey, vielleicht gehört sie zu der neuen Firma. B&B. Eine neue PR-Firma? Hier? Ja, haben ziemlich große Räumlichkeiten im zweiten Stock gemietet. Jetzt entzündet sich ein ganzes Feuerwerk von Gedanken in meinem Kopf. B&B. Billington und Bridges. Wissen Sie zufällig, welchen Schwerpunkt diese PR-Firma hat? Finanzunternehmen. Einer ihrer größten Kunden ist angeblich die Bank of London. Das dürfte schon mal ein gewisses Grundeinkommen sichern, schätze ich. Hey, ist Ihnen nicht gut? Mir geht's prima. Ich muss nur ganz dringend telefonieren. Ich wähle die Nummer des Four Seasons und verlange dann Michael Ellis. Michael, ich bin's, Becky Bloomwood. Becky, wie geht es Ihnen? Mir geht es gut. Viel zu tun. Ich werde jetzt bestimmt nicht damit herausrücken, dass ich meinen Job verloren habe. Aber ich wollte noch ganz schnell was loswerden. Ich erzähle ihm ganz genau, was ich im Büro mitbekommen habe, wie ich in der King Street gelandet bin und was ich herausgefunden habe. Verstehe. Wissen Sie, dass jeder Arbeitsvertrag eine Klausel enthält, die es den Angestellten verbietet, so etwas zu tun? Wenn Sie Luke einen Kunden abwerben, könnte er Sie verklagen. Darüber haben Sie auch gesprochen. Aber Sie glauben, dass er Sie nicht verklagen wird, weil er sonst sein Gesicht verlieren würde. Da haben Sie nicht ganz Unrecht. Das war aber noch nicht alles. Als ich bei Brandon Communications war, war die Firma wie tot. Da herrscht auf einmal eine ganz andere Atmosphäre. Ich beiße mir auf die Lippe. Luke muss nach Hause kommen. Warum sagen Sie ihm das nicht selbst? Ich bin mir sicher, dass er sich freuen würde, von Ihnen zu hören. Ich kann nicht. Wenn ich ihn anrufe, denkt er doch bloß, dass ich unsinnigen Büroklatsch weitergebe. Ehrlich gesagt, Michael, wäre es mir am liebsten, wenn Sie mich aus der Sache ganz heraushalten würden. Ich werde es ihm sagen. Und Becky? Gut gemacht. Nach einer Woche gebe ich die Hoffnung auf, wieder von Michael zu hören. Ich habe das Gefühl, dass ein Kapitel meines Lebens abgeschlossen ist. Luke, Amerika, Fernsehen, alles. Ich muss neu anfangen. Aber was macht eine selbsterkorene Finanzexperte, nachdem ihre Fernsehkarriere kläglich und je gescheitert ist? Suess kommt in mein Zimmer. Bex, ich mache mir Sorgen um dich. Du hast seit Tagen die Wohnung nicht verlassen. Was hast du sonst noch vor heute? Weiß nicht. Ich habe nämlich eine richtig gute Idee. Was denn? Sie breitet beide Arme aus und deutet auf das Chaos überall. Ich finde, du solltest den Vormittag damit verbringen, auszumisten. Was? Ich will aber nicht ausmisten. Glaub mir, ich habe mich hinterher total gut gefühlt. Ja, und du hattest keine Klamotten mehr. Gut, okay. Ich bin vielleicht ein bisschen zu weit gegangen. Aber es geht doch darum, dass eine gründliche Ausmistaktion dein Leben von Grund auf verändern wird. Alles klar. Wirklich? Kaum hatte ich ausgemistet, hat Headlays mich angerufen. Komm schon, Bex. Verändertes Zimmer, verändertes Leben. Los jetzt. Sie verschwindet und ich setze mich auf mein Bett und lasse niedergeschlagen den Blick durch mein Zimmer schweifen. Ein bisschen aufräumen könnte nicht schaden. Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da ist der ganze Bürokram, den ich übers Internet bestellt hatte, da ist die Holzschale, die ich vor Ewigkeiten mal gekauft habe, weil sie in der L-Dekoration war, ein Bartikset. Und was ist in dem Karton da, den ich noch nicht einmal aufgemacht habe? Ich öffne das Paket und nehme den oben aufliegenden Brief zur Hand. Wir freuen uns, dass ihre Freundin Mrs. Jane Bloomwood Ihnen unseren Katalog empfohlen hat. Ach, stimmt ja. Das ist der Kram, den Mom bestellt hat, um das Werbegeschenk zu bekommen. Eine Kasserole, Truthahnfolie, ein paar von den Plastiktüten. Ein... Moment. Ein Moment. Ich nehme wie in Zeitlupe die Plastiktüten zur Hand. Jetzt habe ich bis zu 75 Prozent mehr Platz im Schrank. Ich mache ganz leise meine Zimmertür auf und tripple auf Zehenspitzen zum Besenschrank. Als ich am Wohnzimmer vorbeikomme, stelle ich überrascht fest, dass Suess mit Tarquin auf dem Sofa sitzt. Tarquin, ich habe gar nicht gehört, dass du gekommen bist. Hallo, Becky. Wir mussten nur eben etwas besprechen, sagt Suess. Bist du fertig? Fast. Jetzt will ich nur noch eben staubsaugen. Ich schließe die Tür hinter mir und packe die Plastiktüten aus. Zehn Pullover pro Tüte steht da. Aber wer will das schon nachzählen? Ich stopfe so viele Klamotten in die erste Tüte, wie ich hineinbekommen kann. Mit einiger Mühe ziehe ich den Plastikreißverschluss zu und befestige dann das Staubsaugerrohr am dafür vorgesehenen Loch. Es funktioniert. Vor meinen Augen schrumpfen meine Klamotten auf wahnwitzige Weise zusammen. Das ist die Revolution. Warum ausmisten, wenn ich Vakuum verpacken kann? Ich habe acht Tüten und als alle voll sind, verstaue ich sie im Schrank und mache die Tür zu. Es ist ein bisschen eng und ich höre ein leises Zischen, als ich die Tür zudrücke. Aber die Sachen sind drin. Und jetzt sehen sie sich mal mein Zimmer an. Das ist unglaublich. So gut hat mein Zimmer noch nie ausgesehen. Ich rufe, fertig! Als Huse in der Tür erscheint, sitze ich selbstgefällig auf dem Bett. Bex, das ist der Wahnsinn! Das heißt, du hast ganz viel weggeschmissen? fragt sie und schlendert zum Kleiderschrank hinüber, öffnet die Schranktür und im selben Moment fangen wir beide an zu kreischen. Es ist, als würde eine Nagelbombe explodieren, nur dass statt Nägeln Klamotten fliegen. Eine der Tüten platzt auf, verteilt Pullover im ganzen Zimmer. Dann platzt noch eine auf. Und dann noch eine. Es hagelt Klamotten. Soos ist von oben bis unten mit Stretch-Tops bedeckt. Über dem Lampenschirm hängt ein Paillettenrock. Ein BH saust quer durch das Zimmer und fliegt gegen das Fenster. Und dann? Oh nein, bitte nicht. Eine Kaskade von Einkaufstüten, die ich auf dem Schrank versteckt hatte, ergießt sich auf den Boden. Eine nach der anderen verlässt ihr Schattendasein und drängt ans Licht. Sie entledigen sich ihres Inhalts, und der ist in jeder Tüte der gleiche. Graue, schimmernde Schachteln. Ungefähr vierzig Stück. Sie nimmt eine Schachtel, macht sie auf und sagt nichts mehr. Eingewickelt in türkisfarbenes Seidenpapier liegt da ein mit lila Tweed bezogener Bilderrahmen. Bex, wie viele hast du davon? Das sind doch mindestens fünfzig. Nein! Es liegt an dir, stimmt's? Es liegt an dir, dass ich so viele Rahmen verkauft habe. Du hast dein ganzes Geld ausgegeben, um meine Rahmen zu kaufen. Hab ich nicht. Wenn du nicht wärst, wäre ich nicht so erfolgreich. Natürlich wärst du das. Suess, man liebt deine Rahmen. Du hast Talent, du bist erfolgreich. Und ich bin eine einzige Katastrophe. Ich bin zu nichts Nütze. Das stimmt nicht. Suess, sieh mich doch an. Ich bin arbeitslos, ich hab eine gerichtliche Vorladung, ich habe Schulden über mehrere tausend Pfund, und ich hab keine Ahnung, wie ich die jemals abbezahlen soll. Von der Tür erklingt ein verhaltenes Hüsteln. Ich blicke auf und sehe Tarquin mit drei Tassen Kaffee dort stehen. Kleine Erfrischung? Danke, Tarquin, schniefe ich und nehme ihm eine Tasse ab. Becky, ich würde dir wirklich gerne … Nein, nein, danke. Kommt in den besten Familien vor. Unser verrückter Onkel Monty war auch immer kurz vor der Pleite. Stimmt's nicht, Suess? Ja, wirklich, ständig. Aber er hat's immer wieder geschafft, oder? Oh ja. Wie hat er das gemacht? Frage ich interessiert nach. Normalerweise hat er einfach ein Rembrandt verkauft, antwortet Tarquin. Naja, ich habe leider gerade keinen Rembrandt herumliegen, den ich verkaufen könnte. Ich habe bloß hundert Trillionen schwarze Hosen und ein paar T-Shirts. Das Telefon längelt, aber keiner von uns rührt sich. Und eine pott hässliche Holzschale, sage ich halb kichernd, halb schluchzend. Und ein Cocktailkleid von Vera Wong. Ich sehe mich in meinem Zimmer um und bin plötzlich wieder hellwach. Und eine nagelneue Tasche von Kate Spade. Und … und ein ganzer Schrank voller Zeug, das ich noch nie angehabt habe. Ich habe Vermögenswerte. Wovon sprichst du denn jetzt, fragt Suess. Doch dann hält sich ihre Miene auf. Sag bloß, du hast einen Bausparvertrag, den du vergessen hattest. Ich mache gerade den Mund auf, um es ihr zu erklären, als nebenan eine tiefe Stimme mit amerikanischem Akzent auf dem Anrufbeantworter ertönt. Hallo Becky, Michael Ellis hier. Ich bin seit heute in London und wollte fragen, ob wir uns vielleicht sehen können. Es ist schon komisch, Michael hier in London zu sehen. Aber er ist tatsächlich hier, im River Room des Savoy. Also, sagt Michael, als der Kellner meinen Drink bringt. Es ist eine ganze Menge passiert, seit wir telefoniert haben. Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel, dass Elisha Billington und vier andere gefeuert worden sind. Und wie sie ganz richtig vermutet haben, hatten sie vor, die Bank of London abzuwerben. Und was genau ist passiert? Luke hat sie überrascht, alle in einen Konferenzraum gescheucht und ihre Schreibtische durchsucht. Und dabei hat er so einiges gefunden. Das heißt, Luke ist in London? Mhm. Seit wann ist er wieder hier? Seit drei Tagen. Er hat sie also noch nicht angerufen? Nein. Und was treibt er so? Schadensbegrenzung. Es hat sich nämlich außerdem herausgestellt, dass Elisha, kaum dass Luke nach New York abgereist war, Gerüchte verbreitet hat, er wolle die Firma hier schließen. Darum herrschte so eine gedrückte Atmosphäre. Kunden wurden vernachlässigt, sämtliche Angestellte haben Kontakt zu Headhuntern aufgenommen. Es sieht wirklich schlimm aus. Diese Frau bringt nichts als Ärger. Ich weiß. Woher wissen Sie das? Sie haben Elisha viel gründlicher durchschaut als Luke und ich? Wie kommt das? Ich finde nur einfach, dass sie eine blöde Kuh ist. Michael fängt schallend an zu lachen. Apropos, mir ist zu Ohren gekommen, was Sie über Lukes Mutter gesagt haben. Er hat es sich zu Herzen genommen. Er hat seine Mutter angerufen, ihr gesagt, dass es überhaupt nicht in Frage kommt, dass er wieder nach England zurückfliegt, ohne sie gesehen zu haben, und sich mit ihr verabredet. Und dann? Sie ist nicht gekommen. Unter uns gesagt, ich glaube, Sie hatten ganz recht. Oh. Ich zucke peinlich berührt mit den Schultern. Becky, ich habe Luke nicht gesagt, dass Sie es waren, die mir den Tipp mit Elisha gegeben hat. Meinen Sie nicht, dass er das wissen sollte? Nein, zwischen uns ist es aus. Michael sieht mich freundlich an. Wollen wir jetzt bestellen? Während des Essens reden wir über andere Sachen. Michael erzählt mir von seiner Werbeagentur in Washington und ich erzähle ihm von meiner Familie, von Sue's und davon, wie ich meinen Job bei Morning Coffee bekommen habe. Es läuft alles ziemlich gut, behaupte ich, während ich mich an einer Schale Mousse au Chocolat gütlich tue. Becky, ich weiß Bescheid über Ihren Job. Naja, aber mir stehen viele andere Wege offen. Ich bewerbe mich zurzeit bei verschiedenen Printmedien als Finanzjournalistin. Becky, wenn sich Ihnen in Amerika ein Job anbieten würde, würden Sie den annehmen? Wer sollte mir jetzt noch in Amerika einen Job anbieten? In meiner Werbeagentur brauchen wir jemanden für die Leitung der Unternehmenskommunikation. Offen gestanden kann ich mir niemanden vorstellen, der dafür besser geeignet wäre als Sie. Sie müssen sich nicht sofort entscheiden. Aber Becky, horchen Sie in sich hinein und tun Sie nur das, was Sie wirklich wollen. Ich entscheide mich nicht sofort. Es vergehen noch etwa zwei Wochen, in denen ich in der Wohnung auf- und abgehe, mit meinen Eltern rede, mit Suess, Michael. Aber dann ist es soweit. Ich weiß, was ich will. Ich höre etwas an der Zimmertür. Suess steht da und betrachtet traurig mein leeres Zimmer. Eigentlich müsste es ohne den ganzen Kram doch größer aussehen, oder? Aber irgendwie funktioniert das wohl nicht so. War das Tarquin, den ich letzte Nacht hier gehört habe? Ja. Sie sieht mir in die Augen und errötet. Ihr seid so ein schönes Paar zusammen. Ich sehe auf die Uhr. Wir müssen langsam los. Wir gehen die Straße hinunter, bahnen uns einen Weg durch die Bar und gehen eine Holztreppe hinauf, die uns in einen großen, abgetrennten Raum führt. Am einen Ende des Raumes wurde behelfsmäßig ein Podium errichtet und in der Mitte stehen Plastikstühle. Dutzende von Menschen beäugen die ordentlich zusammengelegten Klamotten, Schuhe, CDs und allen möglichen Kleinkram. Wer sind denn all diese Leute? Hast du die alle eingeladen? Na ja, ich bin mein Adressbuch durchgegangen, erzählt Suess. Und Tarquins und Fennys? Becky! Tarquin steht auf einmal wieder hinter mir. Ich möchte dir gern meinen Kumpel Casper von Christies vorstellen. Ich drehe mich um und sehe einen Typen mit länglichen, blonden Haaren. Vielen Dank, dass du das hier machst. Ach, dafür nicht, winkt Casper ab. Hast du eine Liste mit Mindestpreisen? Nein, es gibt keine Mindestpreise. Es muss alles weg. Gut, er lächelt mich an. Na, dann werde ich mich mal in die Startlöcher begeben. Die Leute fangen an, sich zu setzen. Hinter der letzten Reihe Plastikstühle stehen fünf oder sechs Freunde von Tarquin mit Handys in der Hand, und Casper erklärt mir, dass sie die Gebote der Telefonbieter weitergeben. Casper klopft auf sein Pult und erhebt die Stimme. Ladies und Gentlemen, wir haben eine Menge vor uns, darum will ich das Ganze auch nicht länger verzögern. Lassen Sie mich nur noch einmal erwähnen, dass nicht nur 25 Prozent sämtlicher Einnahmen heute Abend wohltätigen Zwecken zugute kommen werden, sondern auch alles, was von den Einnahmen übrig bleibt, nachdem Becky ihre Schulden beglichen hat. Wenn etwas übrig bleibt, kommt ein trockener Kommentar aus den hinteren Reihen. Das ist Derek Smith. Er lächelt mir zu, und ich winke schüchtern zurück. Woher weiß der denn davon? zische ich Sus zu, die sich jetzt zu mir auf das Podium gestellt hat. Na, von mir natürlich. So, sagt Casper. Zum Aufruf kommt die Nummer eins. Ein paar Sandalen mit Apfelsinen-Deko. Sehr guter Zustand, kaum getragen. Höre ich ein Gebot? Fünfzehn, ertönt eine Stimme von hinten. Zwanzig, ruft ein Mädchen ziemlich weit vorn. Fünfundzwanzig. Dreißig. Dreißig Pfund. Wer bietet mehr als dreißig Pfund? Casper sieht sich aufmerksam um. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. An die junge Dame im grünen Samtmantel. Er notiert etwas auf einem Zettel. Zum Aufruf kommt die Nummer zwei. Drei bestickte Cardigans von Jigsaw. Die Versteigerung läuft und läuft und ich bin ganz von den Socken, wie viel Geld hereinkommt. Nummer 73, verkündet Casper. Ein Cocktailkleid von Vera Wong. Er hält das tieflilafarbene Kleid hoch und es geht ein bewunderndes Rauen durch die Menge. Ach, wissen Sie was? Ich glaube, das will ich gar nicht mit ansehen. Das tut noch zu sehr weh. Ich gehe die Treppe hinunter und hinaus in die frische Luft. Kurze Zeit später kommt Zeus heraus. Alles in Ordnung? fragt sie und reicht mir ein Glas Wein. Danke, mir geht's gut, wirklich. Ich bleibe eine ganze Weile mit Zeus draußen. Mir wird gerade etwas kalt, als uns eine Stimme von der Treppe her ruft. Hey! Es ist Tarquin. Jetzt kommt das letzte Stück. Komm schon. Zeus drückt ihre Zigarette aus. Bei der letzten Nummer musst du dabei sein. Weißt du, was es ist? Nein, sage ich, als wir hochgehen. Doch als wir den Raum betreten, erstarre ich fast vor Entsetzen. Casper hat mein Tuch von Danny und George in der Hand. Schimmerndes Blau, seidiger Samt mit blassblauem Aufdruck und mit irisierenden Perlen bestickt. Ich stehe da und starre ihn an. Mir wird die Kehle eng, als ich mich daran erinnere, wie ich das Tuch gekauft habe. Und Luke hat mir die 20 Pfund geliehen, die mir dafür fehlten. Wie er mich immer angesehen hat, wenn ich es trug. Welches Gebot höre ich für dieses exquisite Designerstück von Danny und George? Danny und George! quietscht das Mädchen in pink. 30 Pfund! Da hebt ein Mädchen in schwarz die Hand. Hier werden telefonisch 35 Pfund geboten. 40! pariert das Mädchen in pink. 50! 50? fragt das Mädchen in pink und dreht sich auf seinem Stuhl herum. Wen haben Sie da am Apparat? Miggi Sloan? Der Bieter wünscht, anonym zu bleiben, verkündet das Mädchen in schwarz nach einer kurzen Pause. Sie sieht mir in die Augen und mein Herz bleibt kurz stehen. Das ist bestimmt, Miggi, sagt die andere. Von der lasse ich mich nicht überbieten. 60 Pfund! Das Mädchen in schwarz sieht zu Casper hinüber. 100! 120! Kurzes Schweigen. Dann sagt das Mädchen in schwarz. 150! 200! bietet das Mädchen in pink trotzig. Sämtliche Köpfe drehen sich zu dem Mädchen in schwarz um, das etwas in den Hörer murmelt. Mein Bieter steigt aus, verkündet sie. Ich bin unerklärlicherweise enttäuscht und kaschiere das hinter einem Lächeln. Zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten, sagt Casper und knallt den Hammer auf den Tisch. Das Tuch geht an die Dame in pink. Casper nimmt das Tuch und will es gerade für Nella reichen, als ich ihn aufhalte. Halt! Ich würde es ihr gern selbst geben. Ich nehme Casper das Tuch ab und halte es dann eine Weile einfach nur in der Hand und genieße das Gefühl des hauchdünnen Stoffes. Es duftet immer noch nach mir. Ich spüre förmlich, wie Luke es mir um den Hals legt. Die Frau mit dem Danny-and-George-Tuch. Dann atme ich tief durch, verlasse das Podium und gehe auf das Mädchen in pink zu. Viel Spaß damit. Es ist ein ganz besonderes Tuch. Ja, ich weiß, entgegnet sie leiser. Ich weiß. Dann dreht sie sich um und hält das Tuch triumphierend wie eine Trophäe hoch. Ich habe gewonnen, Miggi! Ich gehe zurück zum Podest, auf dem Casper sich inzwischen ziemlich erschöpft niedergelassen hat. Tausend Dank nochmal. Ach, schon in Ordnung. Ich glaube, es ist ganz schön was zusammengekommen. Jetzt bist du aus dem Schneider. Casper trinkt einen Schluck Bier. Und morgen geht's los, ja? Morgen geht's los. Du fliegst doch wohl hoffentlich nicht schon im Morgengrauen. Nein, ich fliege erst so um fünf Uhr nachmittags. Gut, dann hast du ja noch genug Zeit. Ja, genug Zeit, um noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen. Becky! Wie schön, dass du es dir doch noch anders überlegt hast, ruft Zelda. Ich erhebe mich von dem Sofa am Empfang und lächle sie kurz an. Wir freuen uns ja so, dass du doch mitmachst. Gut, dann bringe ich dich mal direkt in die Maske. Eine halbe Stunde später sitze ich in dem grünen Wartezimmer, als Zelda hereinstürzt. Wir sind dann soweit. Also, Becky! Sie legt eine Hand auf meinen Arm, als wir hinausgehen. Ich weiß, dass das für dich ziemlich traumatisch werden wird, und falls du zusammenbrechen und losheulen solltest, du weißt schon, kein Problem. Danke, Zelda. Ich werde dran denken. Wir gehen zum Set, wo Rory und Emma wie immer auf den Sofas sitzen. Hi, Becky, sagt Emma, als ich mich setze. Geht es Ihnen gut? Brauchen Sie ein Taschentuch? Nein, danke. Ich finde das wahnsinnig mutig von Ihnen, das hier zu machen, sagt Rory. Noch fünf Sekunden, ruft Zelda. Vier? Drei? Da sind wir wieder, spricht Emma düster in die Kamera. Die meisten von Ihnen haben sicherlich in den letzten Wochen das Schicksal von Becky Bloomwood, unserer ehemaligen Finanzexpertin, verfolgt. Becky, so enthüllte die Daily World, ist im Umgang mit Geld leider selbst alles andere als sicher. Also, Becky, als erstes möchte ich Ihnen sagen, wie wahnsinnig leid uns das alles für sie tut. Doch zunächst möchten wir Sie bitten, unseren Zuschauern zu verraten, wie hoch genau ihre Schulden heute sind. Gerne, Emma. Also heute, in diesem Moment, belaufen sich meine Schulden auf null Pfund. Null? Heute Morgen habe ich mein Konto ausgeglichen. Ich habe keine Schulden mehr. Beim Gedanken an John Gavins Gesicht, als ich ihm ein Bündel Bargeld nach dem anderen überreichte, gestatte ich mir selbst ein kleines Lächeln. Ich wollte so gern, dass er sich drehen und winden und richtig elend aussehen würde. Nach den ersten zweitausend Pfund fing er an zu lächeln. Am Schluss schüttelte er mir dann richtig herzlich die Hand und sagte, jetzt würde er verstehen, was Derek Smith über mich gesagt hat. Was der alte Smithy wohl gesagt hat? Sie sehen also, ich mache gar keine schwere Zeit durch, füge ich hinzu. Ach so, sagt Emma. Verstehe. Aber selbst wenn Ihre finanzielle Situation sich vorübergehend verbessert hat, muss Ihr Leben doch immer noch ein einziger Scherbenhaufen sein. Sie sind arbeitslos. Ihre Freunde wenden sich von Ihnen ab. Im Gegenteil. Noch heute Nachmittag fliege ich in die USA, wo ich in Kürze eine neue Stelle antreten werde. Und was meine Freunde angeht, ohne meine Freunde hätte ich dieses Tief nicht überstanden. Meine Freunde haben zu mir gehalten und mir geholfen. Oh Gott, das glaube ich nicht. Jetzt habe ich doch tatsächlich Tränen in den Augen. Ich blinzle sie weg und strahle Emma an. Ja, ich habe Schulden gemacht. Und ich bin auch gefeuert worden, ja. Aber ich habe etwas dagegen getan. Und ich möchte allen da draußen, die sich in einen ähnlichen Schlamassel befördert haben wie ich, sagen, Sie können es auch schaffen. Sie müssen nur etwas tun. Verkaufen Sie Ihre Kleider. Bewerben Sie sich um einen neuen Job. Auch Sie können von vorn anfangen. Genau wie ich. Im Studio herrscht Schweigen. Dann erklingt aus Richtung der Kamera ein einsames Klatschen. Ich drehe mich um und sehe den Kameramann, der mich angrinst. Der Aufnahmeleiter fällt ein. Und dann noch jemand. Und jetzt applaudiert mir das ganze Studio. Außer Emma und Rory, die ziemlich perplex aussehen. Und Zelda, die völlig hektisch in ihr internes Mikro spricht. Gut, sagt Emma. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Aber seien Sie in wenigen Minuten wieder mit dabei, um mehr über unseren heutigen Gast und seine Geschichte zu hören. Beckys tragisches, ähm... Die Erkennungsmelodie plärrt aus einem der Lautsprecher. Ich stehe auf. Ich muss jetzt los. Los, fragt Emma. Sie können jetzt noch nicht gehen. Doch, kann ich wohl. Becky. Zelda reißt entsetzt den Kopf hoch. Wo willst du hin? Ich muss mein Flugzeug kriegen. Du kannst jetzt noch nicht gehen. Wir sind noch nicht fertig. Ich bin fertig, stelle ich klar und nehme meine Tasche. Wir, Barry und ich, wir wollten dich fragen, ob... Zelda, es ist zu spät. Ich gehe. Es ist schon fast drei Uhr, als ich Heathrow Airport erreiche. Ich bin immer noch ganz aufgewühlt von dem Abschiedsessen mit Suess, Tarquin und meinen Eltern. Mitten im Terminal ist ein Werbestand, der gratis Zeitungen verteilt. Ich nehme mir im Vorbeigehen eine Financial Times. Ich falte sie gerade zu einer bequemen Größe zusammen, als ich einen Namen lese, der mich erstarren lässt. Brandon versucht, Firma zu retten, Seite 27. Mit zitternden Fingern schlage ich die Zeitung auf und lese den Artikel. Nachdem einige der wichtigsten Mitarbeiter abtrünnig geworden waren, erlitt das Finanz-PR-Unternehmen Brandon Communications einen erheblichen Vertrauensverlust, aufgrund dessen Unternehmensgründer Luke Brandon nun um die Loyalität seiner Investoren kämpfen muss. In verschiedenen Krisensitzungen will Brandon heute versuchen, Investoren von seinen radikalen Umstrukturierungsplänen zu überzeugen, die unter anderem vorsehen … Ich lese den Artikel bis zum Ende und betrachte einige Sekunden das Bild von Luke. Er sieht so selbstsicher aus wie immer. Aber seine Welt ist zusammengebrochen. Genauso wie meine Welt zusammengebrochen war. Und seine Mutter wird ihn wohl kaum anrufen und trösten. Einen Moment lang würde ich ihn dann anrufen und ihm sagen, dass sich alles wieder einrenken wird. Aber das hat ja keinen Zweck. Er ist jetzt mit seinem Leben beschäftigt. Und ich mit meinem. Ich falte die Zeitung also wieder zusammen und marschiere entschlossen auf den Check-in-Schalter zu. Haben Sie Gepäck? Nein, ich habe nur eine Tasche dabei. Darf ich eben Ihre Tasche wiegen, bitte? Sicher. Und in dem Moment, in dem ich mich bücke, um die Tasche auf das Band zu stellen, ruft eine bekannte Stimme hinter mir. Halt! Ungläubig drehe ich mich um. Luke läuft mit langen Schritten auf die Ein-Check-Schalter zu. Wo zum Teufel willst du hin? herrscht er mich an, als er näher kommt. Was machst du denn hier? entgegne ich zitternd. Hast du nicht eine Krisensitzung mit deinen Investoren? Hatte. Bis Mermet T hereinkam und mir erzählte, dass sie dich heute Morgen im Fernsehen gesehen hat. Du hast die Sitzung verlassen? Mittendrin? Sie hat mir gesagt, dass du in die Staaten fliegst. Stimmt das? Ja. Einfach so? Ohne mir Bescheid zu sagen? Genau wie du nach London zurückgekommen bist, ohne mir Bescheid zu sagen. Becky. Fenster oder Gang? unterbricht uns die Dame am Schalter. Fenster, bitte. Becky. Sein Handy fängt an zu klingeln, doch er schaltet es nur genervt ab. Becky, ich muss mit dir reden. Jetzt? Und was ist mit deiner Krisensitzung? Die kann warten. Die Zukunft deiner Firma kann warten? Meine Firma hätte überhaupt keine Zukunft, wenn du nicht gewesen wärst, verdammt nochmal. Michael hat es mir erzählt. Herrje, wenn du nicht gewesen wärst, Becky. Er hätte es dir nicht erzählen dürfen. Er hat es mir aber gesagt. Und jetzt, und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Danke, kann nicht mal annähernd zum Ausdruck bringen, was ich sagen will. Reihe 32, sagt die Dame am Schalter freundlich. Bitte seien Sie spätestens um 16.30 Uhr am Gate. Komm, Becky. Ich möchte dich wenigstens noch zu einem Drink einladen. Wir setzen uns mit zwei Gläsern Pernod an einen kleinen Tisch. Ich wollte dich anrufen, aber ich wusste, was du denken würdest, wenn ich sagen würde, dass ich nur zehn Minuten Zeit habe. Er trinkt einen großen Schluck. Ich wollte warten, bis sich alles ein bisschen beruhigt hat. Und darum hast du dir heute ausgesucht. Den Tag, an dem alle deine Investoren zu einer Krisensitzung angereist sind. Nicht der ideale Zeitpunkt. Aber woher sollte ich denn wissen, dass du vorhast auszuwandern? Du hattest recht. Ich war wie besessen davon, es in New York zu schaffen. Ich war irgendwie durchgeknallt. Ich habe alles andere aus dem Blick verloren und alles kaputt gemacht. Dich, uns, die Firma. Ach komm schon, Luke. Jetzt nimm das doch nicht alles auf deine Kappe. Ich habe dir auch so einiges kaputt gemacht. Was glaubst du, wie die Daily World an die Informationen über deine Finanzen gekommen ist? Überrascht sehe ich ihn an. Durch das Mädchen von der Steuerbehörde, die die bei uns in der Wohnung war und herumgeschnüffelt hat. Es war Alicia. Alicia? Als wir ihr Büro durchsucht haben, haben wir ein paar deiner Kontoauszüge in ihrem Schreibtisch gefunden. Und ein paar Briefe. Keine Ahnung, wie sie an die gekommen ist. Heute Morgen habe ich endlich einen Typen bei der Daily World dazu gebracht, zuzugeben, dass Alicia die Informantin war. Ich starre ihn an. Und ich erinnere mich an den Tag, als ich Mel im Büro besuchte. An die Conran-Tüte mit all den Sachen darin. An Alicia, die an Mels Schreibtisch stand. Ich wusste, dass ich irgendetwas vergessen hatte. Sie hatte es nicht wirklich auf dich abgesehen, fährt Luke fort. Sie hat das getan, um mich und die Firma zu diskreditieren und um mich abzulenken von dem, was sie vorhatte. Becky, mein Deal ist nicht wegen dir geplatzt, sondern deiner wegen mir. Ich sitze eine Weile ganz still da. Mir ist, als würde eine schwere Last von mir genommen. Luke, das war nicht deine Schuld. Wenn ich nicht erst Schulden gemacht hätte und in New York einkaufsmäßig nicht komplett durchgedreht wäre, dann hätten sie auch nichts über mich schreiben können, oder? Becky, bitte geh nicht nach Washington. Bleib hier und arbeite für mich. Ich soll für dich arbeiten? Ich brauche dich, Becky. Du bist der einzige Mensch, der mir sagt, was ich hören muss, auch wenn ich es nicht hören will. Ich hätte dich von Anfang an einweihen sollen. Ich war arrogant, blöd. Luke, Becky, ich weiß, dass du einen neuen Job gefunden hast. Und das respektiere ich auch. Ich würde dich das gar nicht fragen, wenn ich nicht selbst davon überzeugt wäre, dass es gut für dich wäre. Bitte, bleib hier. Lass uns noch mal von vorn anfangen. Hilflos starre ich ihn an. Gefühle wallen in mir auf wie kochende Lava. Luke, ich kann nicht für dich arbeiten. Ich muss in die Staaten. Ich muss diese Chance wahrnehmen. Ganz egal, wie viel Michael dir zahlen will. Ich zahle das Gleiche. Luke, ich habe Michaels Angebot nicht angenommen. Lukes Gesichtszüge entgleisen. Nicht? Aber was? Er sieht auf meinen kleinen Koffer. Dann blickt er mir ins Gesicht. Und ich erwidere eisern schweigend seinen Blick. Ich würde es ihm so gern sagen, aber ich kann nicht. Ich kann nicht riskieren, es mir jetzt noch einmal anders zu überlegen. Luke, ich muss jetzt los und ... und du musst zurück in deine Krisensitzung. Ja, erwidert Luke nach einer langen Pause. Er steht auf und fasst in seine Tasche. Nur eins noch. Ich möchte nicht, dass du das hier vergisst. Und dann zieht er ganz langsam ein langes, hellblaues, mit irisierenden Perlen besticktes Tuch aus Samt und Seide heraus. Ein Danny-and-George-Tuch. Ich spüre, wie mir das Blut aus dem Gesicht weicht. Du warst der Bieter am Telefon. Aber ... aber du hast doch gepasst. Das andere Mädchen hat ... Ich war beide Bieter. Er legt mir das Tuch zärtlich um den Hals. Dann dreht er sich um und verschwindet in der Menschenmenge. Zwei Monate später Okay, also zwei Präsentationen, ein Mittagessen mit Preisverleihung und ein Abendessen. Das ist der Augenblick, den ich an meinem neuen Job am meisten liebe. Hier ist das Rätsel und jetzt finde die Lösung. Ich sitze einige Sekunden einfach nur da, ohne etwas zu sagen, während Lala mich ängstlich beobachtet. Okay, ich hab's. Ihren Hosenanzug von Helmut Lang für die Präsentation, das Jill-Sander-Kleid für das Mittagessen und für das Abendessen suchen wir etwas Neues. Und was soll ich zu dem Hosenanzug tragen? Ein Kaschmir-T-Shirt. Das Graue. Das Graue. Das, das sie vor drei Wochen gekauft haben, schon vergessen? Ach ja! Lala ist ein richtig hohes Tier bei einer der größten internationalen Computerberatungsfirmen. Sie hat zwei Doktortitel und einen IQ von circa drei Millionen, leidet aber laut eigener Aussage an gravierender Kleidungslegasthenie. Am Anfang dachte ich ja, das wäre ein Witz. Können Sie mir das nicht aufschreiben? fragt sie. Okay. Dann fange ich an aufzuschreiben. Ach übrigens, sagt Lala, meine Schwester hat gesagt, sie hat sie im Fernsehen gesehen, in England. Da haben sie über Mode gesprochen. Ich habe einen kleinen Beitrag für ein Lifestyle-Magazin im Vormittagsprogramm gemacht, Becky von Barneys. Das muss doch wahnsinnig aufregend für sie sein. Ich denke daran, dass ich noch vor wenigen Monaten kurz davor war, meine eigene Show im amerikanischen Fernsehen zu bekommen, und jetzt habe ich einen kleinen Beitrag in einem Magazin, das nur halb so viele Zuschauer hat wie Morning Coffee. Aber egal. Jetzt mache ich das, was ich wirklich machen will. Ja, antworte ich und lächle sie an. Das ist wahnsinnig aufregend. Als Lala nach Hause geht, kommt Christina, die Abteilungsleiterin, herein. Wie geht's? Prima. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, wie nett sie zu mir war, als ich sie völlig überraschend anrief. Ich erinnerte sie daran, dass wir uns kurz begegnet waren, und sie hat gesagt, dass sie noch ganz genau wüsste, wer ich sei, und hat sich nach dem Vera-Wong-Kleid erkundigt. Und dann habe ich ihr natürlich die ganze Geschichte erzählt, dass ich das Kleid hatte verkaufen müssen, dass meine Karriere beim Fernsehen ein jes Ende gefunden hätte, dass ich so gern nach New York kommen und für sie arbeiten würde. Sie meinte, dass Barneys durchaus von mir profitieren könnte, und sie hatte auch die Idee mit dem Beitrag im Fernsehen. Also, Christina sieht mich lange und prüfend an. Sind Sie bereit für den Zehn-Uhr-Termin? Ja. Möchten Sie sich eben die Haare bürsten? Sehe ich so schlimm aus? Eigentlich nicht. Sie hat so ein Funkeln in den Augen, dass ich nicht deuten kann. Aber Sie wollen doch sicher tipptopp aussehen für Ihren nächsten Termin, oder? Sie verlässt das Zimmer und ich hole schnell einen Kamm hervor. Oh je, ich vergesse immer wieder, wie gepflegt man in Manhattan aussehen muss. Der Job, den Michael mir in Washington angeboten hatte, klang toll. Aber was er bei jenem Mittagessen zu mir gesagt hat, dass ich das machen soll, was ich wirklich will, das hat mir zu denken gegeben. Ich habe über meinen Beruf nachgedacht, über mein Leben und darüber, was ich wirklich gern tun würde, um mir meine Brötchen zu verdienen. Becky? Ich zucke zusammen und sehe Aaron an der Tür stehen. Dein Zehn-Uhr-Termin ist hier. Wer ist denn eigentlich mein Zehn-Uhr-Termin? Ich habe gar nichts in meinem Terminkalender stehen. Ähm, na ja, also, hier ist er. Ich erstarre, als Luke den Raum betritt. Miss Blumwood? Ich habe gehört, dass Sie die beste Einkaufsberaterin der Stadt sind. Ich mache den Mund auf und schließe ihn wieder. Ich versuche, überrascht zu sein. Nein, seit Monaten habe ich nichts von ihm gehört und jetzt steht er einfach vor mir. Ich müsste total perplex sein. Bin ich aber nicht. Weil ich tief in mir drin die ganze Zeit wusste, dass er kommen würde. Weil ich tief in mir drin auf ihn gewartet habe. Ich dachte, Sie könnten mir vielleicht aber helfen, einen Anzug zu kaufen. Der hier ist schon so abgetragen. Ich würde am liebsten laut lachen oder tanzen oder weinen. Stattdessen nehme ich mir mein Notizbuch und drehe mich ganz langsam wieder zu ihm um. Also, normalerweise bitte ich meine neuen Kunden als erstes, mir etwas über sich zu erzählen. Okay. Ich bin Geschäftsmann aus England. Meine Firma hat ihren Hauptsitz in London. Aber vor kurzem habe ich ein Büro in New York eröffnet. Das heißt, dass ich in Zukunft ziemlich viel Zeit hier verbringen werde. Sie haben ein Büro in New York eröffnet? Das ist ja interessant. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass ein gewisser Geschäftsmann aus England Schwierigkeiten hatte, mit New Yorker Investoren ins Geschäft zu kommen. Er hatte sogar große Schwierigkeiten. Aber dann hat er seine Erwartungen etwas heruntergeschraubt und beschlossen, es nochmal in etwas kleinerem Rahmen zu versuchen und einen Gang zurückzuschalten. Das hört sich sehr vernünftig an. Darum hat er einen neuen Plan entwickelt, einen Investor dafür gefunden und auf einmal lief die Sache. Keine Stolpersteine, alles unter Dach und Fach und schon im vollen Gange. Das ist doch super! Ich kritzele irgendwelchen Blödsinn in mein Notizbuch. Und wie viel Zeit genau werden Sie in New York verbringen? Ich habe zurzeit geplant, etwa zwei Wochen im Monat hier zu sein. Es könnte mehr werden, es könnte weniger werden. Er legt eine lange Pause ein und sieht mir tief in die Augen. Das kommt darauf an. Auf was? Auf verschiedene Sachen. Du wirkst sehr zufrieden, Becky. Mir geht es auch gut, danke. Die Umgebung scheint ihr zu bekommen, was einen nicht besonders überraschen sollte. Glaubst du, hier dreht es sich nur um Schuhe und schöne Klamotten? Das habe ich gar nicht. Es ist nämlich sehr viel mehr als das. Viel mehr. Es geht darum, Leuten zu helfen. Es geht darum, kreativ zu sein. Es geht darum … Ein Klopfen an der Tür unterbricht mich und Aaron steckt den Kopf herein. Tut mir leid, wenn ich störe, Becky. Ich wollte nur eben Bescheid sagen, dass ich die Pantoffeln von Donna Karen zur Seite gelegt habe, die du haben wolltest. In lila und in schwarz, richtig? Äh, ja. Ach, und dann hat die Buchhaltung angerufen und gesagt, dass du damit dein Kreditlimit für diesen Monat ausgeschöpft hast. Gut, sage ich und weiche Lukes amüsierten Blick aus. Danke. Ich hoffe, dass Aaron jetzt geht, aber sie beäugt mit unverhohlener Neugier Luke. Haben Sie sich schon ein bisschen umgesehen, erkundigt sie sich munter. Ich muss mich nicht umsehen, sagt Luke trocken. Ich weiß, was ich will. Mein Magen zieht sich nervös zusammen und ich vertiefe mich schnell wieder in mein Notizbuch. Ach so, sagt Aaron. Und das wäre? Es folgt ein langes Schweigen. Als ich es nicht mehr ertragen kann, sehe ich auf. Und als ich in Lukes Gesicht blicke, fängt mein Herz an zu hämmern. Ich habe etwas über sie gelesen, erzählt er, fasst in die Tasche und zieht ein Barneys Faltblatt mit dem Titel Unsere persönliche Einkaufsberatung hervor. Für Menschen mit wenig Zeit, die Hilfe brauchen und es sich nicht leisten können, Fehler zu machen. Er hält inne. Ich habe Fehler gemacht. Ich möchte diese Fehler nie wieder machen. Es gibt nur eine Person auf der Welt, auf dessen Rat ich vertrauen kann. Er sieht mir in die Augen. Wenn sie mir keinen Rat gibt, weiß ich nicht, was ich tun soll. In der Herrenabteilung hätten wir Frank Walsh, wirft Aaron hilfsbereit ein. Ich bin sicher, er würde... Halt die Klappe, Aaron, sage ich, ohne den Kopf zu bewegen. Was meinst du, Becky? fragt er und kommt auf mich zu. Wäre das was für dich? Es dauert eine Weile, bis ich antworte. Ich versuche, alle Gedanken der letzten zwei Monate noch einmal zu denken und einen Satz zu formulieren, der ganz genau das ausdrückt, was ich sagen will. Ich glaube, dass die Beziehung zwischen einer Einkaufsberaterin und Ihrem Kunden eine sehr enge ist. Das hatte ich gehofft. Eine Beziehung, die Respekt verlangt. In der Verabredungen nicht einfach abgesagt werden. In der unerwartete geschäftliche Termine nicht wichtiger sind als alles andere. Wenn Sie sich meiner annehmen, verspreche ich Ihnen, dass Sie immer an erster Stelle stehen würden. Der Kunde muss sich darüber im Klaren sein, dass die Einkaufsberaterin manchmal besser Bescheid weiß. Und... und darf ihre Meinung nie abtun, selbst wenn er glaubt, dass es sich nur um Tratsch handelt oder um hirnloses Zeug. Aus dem Augenwinkel sehe ich Aarons verwirrtes Gesicht und würde am liebsten kichern. Der Kunde ist sich darüber bereits im Klaren. Der Kunde ist ergebenst dazu bereit, zuzuhören und berichtigt zu werden. In fast allen Angelegenheiten. In allen Angelegenheiten. Treib es nicht so weit. Naja. Ich studiere angestrengt meinen Notizblock. Ich glaube, fast alle kann ich akzeptieren. Aha. Er sieht mir liebevoll in die Augen. Ist das ein Ja, Becky? Willst du meine persönliche Einkaufsberaterin werden? Er kommt einen Schritt auf mich zu und ich sauge seinen Duft ein. Oh Gott. Wie ich ihn vermisst habe. Ja, sage ich glücklich. Ja. Von lalagildenstein at anagram.com an beckybloomwood at barneys.com Gesendet, Montag, 29. Januar 2001, 8.22 Uhr Betreff Hilfe Becky muss heute Abend zu einem formellen Abendessen mit neun japanischen Kunden. Das Armani-Kleid ist in der Reinigung. Was soll ich anziehen? Bitte mailen Sie mir so schnell es geht zurück. Lala PS. Habe die Neuigkeiten schon gehört. Herzlichen Glückwunsch! Sie hörten Fast Geschenkt von Sophie Kinsella Nach dem gleichnamigen Roman erschienen im Goldman Verlag Aus dem Englischen von Marike Heimburger Gelesen von Maria Koschny Regie Tanja Fornaro Bearbeitung Carol Ann Lime Ton und Schnitt Lars Reschke Eine Produktion von der Audio Verlag Eine Produktion von der Audio Verlag Eine Produktion von der Audio Verlag alanche Nummer 홍 B Du Dengst 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 Dengst